Den hier, super. Und damit übrigens auch herzlich willkommen auf YouTube. Wir schmeißen uns hier gerade wirklich ein bisschen zu sehr ins RP rein. Ich brauche noch mal ruhigere Musik dafür. Moment. Dann haben wir ja gestern Horror gespielt, deswegen mache ich noch mal den Ton etwas lauter. Der ist aber wirklich sehr laut. Dann logge ich mich noch mal im TeamSpeak ein. So. Gut, da bin ich wieder. Guten Tag. Ach, ich mache da eh keinen Arken. Ja, das stimmt tatsächlich. Das fällt mir ganz, ganz schwer. Ich weiß, kann ich Ariane jetzt schön hinlegen da? Guck mal. Eck da, Eck da. Warte, geht das nicht? Ah. War ich gemutet gerade? Ja. War ich gemutet gerade? Na? 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 Gut geschlafen? Äh, ja. Wieder ein bisschen zu lang. Wollte ich nicht wecken. Warte, das ist in Ordnung. Ich, äh, habe ich denn noch ein bisschen Zeit, kurz auf mein Telefon zu schauen? Ja, klar. Okay, dann... Immer mit der Ruhe. Okay. Oh, ich habe das so drin mit den Türen hinterein abschließen. So. Das passt. Das gibt dann zwar nur noch eine Dreiviertelstunde, aber es sollte reichen. Okay. Super. Super. So. Also, auf 19.30 Uhr. Ich muss mir das sogar aufschreiben. Nicht echt, ich ja. Okay. So, 19.30 Uhr. Okay. So, Moment. Boah, Ariane hat so eine süße Nachricht. Guck mal hier, von Enenda Williams. Jetzt haben wir es nochmal richtig reingeschrieben. Hello, ich wollte nur sagen, dass ich mich wirklich freue, dass ihr beiden euch gefunden habt. Es ist schön, wieder... Es ist schön, Jo wieder so gelöst und glücklich zu sehen und das dein verdienst. Ariane geschrieben. Oh, Enenda, ist echt lieb von dir. Vielen Dank. Hatte eine schwierige... Er hatte eine schwierige Zeit, oder? Ich bin wirklich froh, ihn an meiner Seite zu haben. Sehr froh sogar. Danke für die liebe Nachricht. Ich hoffe, dass mit den 27. Klappt alles. Alice Moments ist da, glaube ich, perfekt für. Habe morgen auch ein Gespräch mit denen. Ich sage immer morgen, obwohl es eigentlich schon, ja, hier 1,51 war. Voll lieb, ne? Ja, Tino und ich sind ja in Vegas. Da sind wir ja schnell hier. Super. Freue mich. Okay, danke. Wie kann ich die IP machen? Heute würde ich eigentlich lieber Taxi fahren, muss ich sagen. Das ist ein bisschen mit weniger Risiko verbunden. Gut. Einloggen. Ich ziehe die Arianne jetzt schon mal um. Frühstück kann man ja auch mitnehmen. Oh mein Gott. Wie der auch genau die richtigen Sachen mitgenommen hat, ne? Also wirklich das, was auch zusammenpasst, so, hä? Muss das ein bisschen leise machen. Ich hoffe, man hört trotzdem noch die Musik. Warte. Mein Controller. Hallo? 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 Ari und ich sind noch hier in der Babylodge, aber ich komme so vorher schon, so bespricht. Also vorher schon, ja. Ich habe wieder eine Animation übrigens aufgeschrieben, ne? Ja. Ich kann mich jetzt aber nicht ausprobieren, weil ich nicht mehr sicher bin, was es für welche waren. Machen wir in Ruhe. Machen wir in Ruhe. Gleich nehme ich mir auch die Zeit für. Prüfung findet erst ab 20 Uhr statt. Beziehungsweise ab Broadcall, so wie wir immer halt. Ähm, kriegen wir alles hin. Alright. Dann, äh, bis gleich. Hast du, hast du Hunger? Mhm. Gerade nicht. Gerade nicht? Okay. Und jetzt? Ja. Ich glaube, wir packen unsere Sachen. Hm. Ja, ja. Aber das kann ich... Ich weiß, ich weiß, du musst dich weihen. Aber nimm es trotzdem einfach. Den Rest kann ich ja einpacken. Nimm dann. Ich muss mich nicht weihen. Ich muss mich nicht weihen. Alles gut. Ja. Also, wir machen ganz in Ruhe. Wir machen das in unser Tempo. Gut. Ziemlich im Wurm. Ja. Warte. Warte. Also, die Animation, ne? Warte. Warte. Arianne hat das in Skinner gemacht und das gegeben, das im Dingens war. Die Animation ist... Oh Gott, ich weiß nicht, ob das die Animation... War das die Animation? Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Warte. Warte. Das ist die Pose 23. Oh mein Gott, wenn das jetzt nicht die Animation ist, ist ja mega peinlich. Also, die hier, aber... Ach, scheiße. Dafür ist die Couchen groß genug. Weiß hier mit. Warte. Hier mitmachen. Bitte. Pose 23. Ne, auch nicht. Geht auch nicht. Schade. Tja. Tja. Wie groß mit den weißen Nägeln auch, ne? Aber ich glaub, die Haare werde ich halt... Ich glaub, das macht die nur zu so besonderen Anlässen. Ich glaub, die lässt die jetzt nicht so... Auch wenn er ja wirklich voll das Kompliment gemacht hat und auch so... Ja. Deine Haare... Oh nein. Ich weiß doch nicht, ob man unsere normale Frisur in dieser Haarfarbe da hinbekommt. Das müssen wir auch mal probieren. Da hieß diese... Okay. 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 Hat es dir denn noch gefallen? Wie das ist ein Tag? Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Wir nicht? Ja. Ja, der passt jetzt zu deiner Hose. Ein bisschen. Das... Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja, ich will dich nur noch eine äh... Blauzern haben. Dann wird's... Dann wird's perfekt. Ich mag dich sehr. Ich mag dich sehr. Ich mag dich auch sehr. Sehr sehr sogar. Ich konnte einen Termin heute verschieben. Äh, muss ich auf dieser Besprechung dabei sein? Wahrscheinlich ja, oder? Oder sollte das dann heute? Du... Naja, grundsätzlich bist du da, wenn du halt da bist, ne? Wir können niemanden dazu verpflichten, da zu sein. Wenn du im Dienst bist, musst du zur Besprechung kommen. Wenn du nicht im Dienst bist, musst du nicht dann kommen. Achso, okay. Dann würde ich dazu noch kommen und dann muss ich nämlich leider auch schon weiter. Ein bisschen blöd, dass ich einen Termin genau da hab, aber geht leider nicht anders. Alles gut. Kein Stress. Weißt du doch. Gut, dann... Insofern kann ich dir auch sagen, was bei der Besprechung vorgekommen ist. Ach, alles gut. Alles gut. Okay. Dann... Fragen wir mal unsere Sachen. Warum hab ich eigentlich das Gefühl, dass der Schrank voller geworden ist? Also... Nein? Ich bin völlig entschuldig diesmal, ja. Hä? Hat das Gefühl, du hattest weniger Sachen hier drin. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja, okay. Vielleicht... Wir ziehen hier nicht ein, ne? Nein. Ähm... Ähm... Ich lache... Oh. Okay. Kann ich mir nichts garantieren. Wie meinst du das? Ja, nur so. Okay. Okay. Okay, hab alles bei. Okay. Und ich hab den Rest in der Tasche. Gut. Dann gehen wir mal zur Rezeption. Hast du... Äh... Abgeschlossen? Äh... Ja. Okay. Wie geht das denn rücken? Äh... Wann ist okay? Ja. Ich hab aber nicht dich in der Nacht mal irgendwie rausgeschubst oder... Also... Irgendwie. Okay. Und ich fühl mich relativ entspannt. Okay. Ich schon lange nicht mehr. Okay. Das ist gut. Alles okay bei dir? Bei mir ist alles okay, ja. War das jetzt so schlimm neben mir zu schlafen? Ganz im Gegenteil. Es war... ruhigend. Irgendwie. Ähm... Ja, okay. Schon lange nicht so entspannt geschlafen. Ähm... Ja. Gut. Ähm... Ja, gut. Wo schmeißt man denn jetzt hier die Keykarten rein? Gibt es hier irgendwo irgendetwas? Das ist eine gute Frage. Ich glaub die werden einfach deaktiviert wahrscheinlich. Das ist auch eine gute Frage. In der Mail stand da glaube ich nichts drin. Ich schau mal kurz nach. Hm... Wie steht hier... Gar nix drin. Dann... Dann mal die Hotline anrufen. Nachher... Nachher sagen die wir haben Karten geklaut oder so. Ich... Ich kann mich später darum kümmern. Alles gut. Hm... Ich mach das schon. Okay. Ich will trotzdem nochmal versuchen durchzurufen, okay? Wenn du möchtest. Ja. Mist, ich will schon wieder picken. Oh Gott, das Video hat ja Lust. Und ich hab noch ein bisschen brenneste Thema. Okay. Die Hotline ist nicht erreichbar. Okay. Dann... Würde ich sagen, auf zurück in die Stadt. Ein Taxi-Hofen. Oh, bei Hannes Taxi ist niemand. Äh gut, das wird jetzt natürlich auch sehr spannend. Warte. Ja, danke. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Wir... Äh... Würde ich dir ein Taxi zur Baby-Lodge? Ja. Ja. Wie viele Personen? Äh... Zwei Personen. Zwei Personen. Kommt zu Vorwort. Okay, bis gleich. Bis gleich. Gibt es hier einen Automaten irgendwo? Oh, ich erinnere mich doch. Den gibt es. Dort hinten. Ich geh davon aus, du möchtest die Fahrt bezahlen? Ja. Okay. Das versuche ich zu akzeptieren. Natürlich kannst du das akzeptieren. Du hast ja auch das ganze Zimmer bezahlt. Ach, ich dachte wir gehen auf die 50.000 Uhr. Wenn du jemanden hier erreichst, fragst du bitte danach, wie es mit der Kaution aussieht. Weil ich muss ja auch 1.000 Dollar Kaution noch abgeben. Na, die kann ich auch bezahlen. Ne, ne, ne. Ich krieg ja 1.000 Dollar zurück. Ach so. Äh gut. Ich bin noch ein bisschen verschaffen. Entschuldigung. Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Das hast du nicht gedacht. Ja. Warst du uns zufrieden mit dem Service? Nein. Äh, hab ich das? Moment. Hm? Oh. Ich dachte ich hätte jemanden drin gesehen, aber das war nur diese Blumenkübel da drin. Na, solange es nur ein Blumenkübel war. Vielleicht war es ja ein Einbrecher. Oder ein Geist. Oder... Gut, das find ich jetzt aber nicht lustig. Okay. Dann kann ich nie wieder schlafen. Und was ist, wenn ich dich vor den Geist beschütze? Wie willst du mich vor den Geist beschützen? Die sind ja durchsichtig. Die haben bestimmt auch Angst vor mir. Das glaub ich nicht. Wahrscheinlich seid ihr euch dann bestimmt ziemlich ähnlich. Bitte? Nee. Auch nur ein kleiner Spaß. Ah. Ja. Gut. Ich will dann heute auch nochmal zum Friseur gehen. Okay. Oder soll ich nicht? Hm. Weil eigentlich hab ich die Haare nur so zu... Also nur offen zu besonderem Annässen. Du sollst dich wohlfühlen. Wenn die Frisur nur für besondere Anlässe ist, dann ist sie nur für besondere Anlässe. Dann müssen wir uns mehr besondere Anlässe suchen. Magst du die Frisur? Ich mag jede Frisur an dir. Okay. Bis auf die eine Perücke. Die war doch schon ein bisschen schräg. Achso. Die eine, mit der ich mich auch nicht wohl gefühlt hab. Ja genau. Die war schon... Also ich fand sie nicht schlecht, aber ich fand die andere dann doch schon deutlich cooler. Ja. Mir hat ja doch, ähm... Ja, das... Das war... Mein erster Friseurbesuch hier in Los Santos. Damals hatte ich mir genau diese Frisur machen lassen. Und das hat mich die ganze Zeit daran erinnert. Ich wollte... Ja. Bin froh, dass wir die Perücke oben stylen konnten. Ja, das hat ja auch... Ja, ne? Würde ich sagen. Also war schon... Ja. Ja. Können wir die Kostüme irgendwann nochmal tragen? Nächstes Jahr an Halloween. Nächstes Jahr an Halloween. Darf ich? Ach, da fällt mir bestimmt was Besseres an. Ja, vielleicht gibt's ja... Irgendeine Party oder sowas mal. Kostümparty nächstes Jahr oder so. Aber da steht immer noch eine Gangparty aus bei Thilo. Dann... Fällt mir gerade ein. Eine... Eine was für eine Party? Eine Gangparty. Eine... Eine... Bitte was? Eine bitte was für eine Party? Das verstehe ich jetzt grad bestimmt falsch, oder? Eine Gangparty. Eine Party, wo man sich als Gang... eine Gangmitglieder verkleidet einfach. Oh! Ich wollt schon sagen, weil das... Das mach ich nicht. Gar nicht. Okay. Das kann man ja bei Gangparty falsch verstehen. Gar nicht. Okay. Ich war gerade ein bisschen geschockt tatsächlich. Wir hatten schon mal so eine Gangparty gemacht. Da waren wir so... Da sind wir teilweise so in Gangklamotten rumgelaufen. Und ein... Hm? Ne? Du? Und ein Alkohol... Und ein Alkohol... Besitzer... Also... Ladenbesitzer hatte kurz Angst, dass wir den überfallen. Und hat sich versteckt im Lager deswegen. Okay. Aber nur nochmal, um völlig sicher zu sein. Die Klamotten hattet ihr bis zum Ende an. Ja. Okay. Gute. Puh. Warum? Gar nicht. Was? Hey. Ist doch nur eine Gangparty. Mhm. Muss ich da was venturen? Nein. Du musst nichts venturen. Gar nichts. Und wenn ich dir Barbara vorstelle, venture gar nichts, was sie sagt. Okay? Versprich mir das. Über was? Achso, was sie sagt. Über was sie sagt. Genau. Versprich mir das. Ich verspreche dir das. Aber warum? Weil... Ähm... ...sie einfach sehr direkt ist und Dinge kennt, die du vielleicht nicht so kennst. Oder doch kennst. Weiß es nicht. Oh, unser Taxi. Irgendjetzt. Gut. Wo möchtest du sitzen? Ähm... Bist du durch auf die linke Seite? Oh, der Kofferraum ist offen. Sie können die Tasche theoretisch auch beim Kofferraum legen. Muss ich ja auch. Ich kann mich auch auf die linke Seite setzen. Okay, dann... Also... Nee, warte. Verdammt. Ich bin noch ein bisschen verschlafen. Komm, warte warm. Hallo. Wo soll es denn hin gehen? Zu den Pegasus Apartments. mein gott ist im nord in der nähe vom ticke lala hatten sie ein schönes entspanntes wellness wochenende ja sehr gut waren sie auch schon hier ja und wie hat es ihnen gefallen uns hat das sehr gut gefallen schön waren sie mit ihrem partner hier ja war schön haben wir das volle programm gemacht oder einfach nur ein zimmer gebucht und dann wir hatten nur ein zimmer gebucht mit anschließender massage sehr entspannt und das essen ist auch ziemlich gut ja ja wir waren wegen einer hochzeit da gab es auch ein offenes buffet und so eine ganz tolle torte das ist gut aber wenn man da privat so hingeht will es macht dann kann man auch zum beispiel sagen hey ich möchte gerne musik act haben zum ersten oder ich möchte dies oder das und die kümmern sich darum ja ich habe eine frage ja haben sie sich schon mal was bei digital die team gekauft digital denn ja denn ja gibt es ja kühlschränke wissen sie da was kühlschränke ja nicht dass ich wüsste warum denn das ich habe gerne an meinem bett einen kleinen kühlschrank falls ich nachts einen süßen zahn bekommen ja ich verstehe aber ich denke es wird nichts geben was sie nicht bestellen können ist das so weiß ich nicht ich muss auch mal das telefon downtown kipp hallo oh mein gott ich muss so winkeln ist das schlimm wieso trinke ich brennisse tee vorm stream ist ja furchtbar ja schicke ich in jemanden kein problem ciao heute viel los ja jetzt kommen wir so in die uhrzeiten wo es los geht ja könntest du einmal zu dillys der jähne möchte zum hafen cool mit der werbung hier ne ja schlatschob ja das ist ja jetzt immer so kurz vor sechs kurz vor sieben das sind so die stoßzeiten wo es dann ein bisschen stressiger wird wird downtown kipp denn oft gebucht also ja schon ich glaube das spielt keine rolle auf welchen von beiden taxi unternehmen ich glaube sie sind beide gut besucht also wo ich bei downtown angefangen habe ich hätte niemals gedacht das sind diese stadt so viele leute mit dem taxi fahren ja ich war tatsächlich auch relativ auf taxi aber der preis ist ja unterschiedlich ja das stimmt das liegt aber an zwei unterschiedlichen rechnungswesen klären sie mir das das ist taxi ist vom grund auf drei dollar günstiger weil die sagen die nehmen fünf dollar Ja, ja. Ich arbeite bei Alice Taxi, sage ich trotzdem schon mal. Alles gut, alles gut. Genau. Also ich nehme dir 5 Dollar. Wir nehmen zwar 8 Dollar, haben aber eine gewisse Meilengrenze, die wir einfach nicht berechnen. Okay, verstehe. Ja, das hat mich immer gewundert, warum das so unterschiedlich ist. Aber dann kommt man wahrscheinlich am Ende auf, je nachdem wo man hinfährt, aufs Gleiche raus, oder? Ja, genau. Ja. Ja, ist gar nichts gut? Ja, aber ist alles okay. Ist okay. Ich höre nur eurem Gespräch zu. Ist aber nur smart, oder? Ich finde es als Fahrer schwierig, sowas wie die Pegasus Apartments. Also wenn man irgendwo anfängt, man kennt sie einfach nicht. Man kann sie nicht nachschlagen, man kann sie nicht suchen. Das ist halt wirklich einfach nur, entweder weiß man es, oder man weiß es nicht. Ah, das kenne ich. Das hatte ich aber eine ganze Weile auch. Aber dann fragt man einfach nach und dann schreibt man sich das auf. Und dann heißt es nämlich so zwei, drei Fahrten und dann hat man das ja meistens drin. Also früher konnte ich auch ohne Navi nirgends mehr hinfahren. Jetzt funktioniert das ganz gut. Ja, diese Navigations-App, die ist auch teilweise gewöhnungsbedürftig. Vor allem, wenn man zu Tuwils möchte. Achso, wo schickt der einen denn da rum? Oben drauf auf den Dingens. Das hier schon? Nee, nenne ich. Ja, hier vorne ist bloß für beide rechts. Genau. Der schickt sie dann oben auf den Highway drauf. Ah, ja. Ich glaube, ich weiß, was sie meinen. Gut. Vielen Dank. Wie viel macht das? Wenn die möchte heute irgendwie nicht. Nein, ist gut. Alles gut. Jetzt sehe ich 53, bitte. Vielen Dankeschön. Vielen Dank und einen angenehmen Tag. Einen angenehmen Abend. Danke, ciao. Nun. Was denn? Ach, ich finde es immer sehr interessant. Wie die Leute, die einfach direkt alles erzählen. Ja, ich glaube, da habe ich eine Gabel. Ich merke das schon. Aber Stopp-Schilder kannte er auf jeden Fall nicht. Jetzt können die beiden das Taxi auch nicht. Das weiß ich nicht. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber... Oh. Ich würde mal den Rucksack hochbringen. Mhm. Kommst du nach? Ich komme nach. Ich muss nur ganz dringend auf Turnit. Ich kann Platz machen, wenn du flitzen möchtest. Also, ich muss... Also, flitzen muss ich jetzt nicht. Ich habe nur gerade den Tee getrunken und es ist ganz schlimm. Ja, ich verstehe. Gattel. Ich beeile mich. Ist das Wasser pink? Ich beeile mich jetzt sowieso. Nichts. Nein. Nichts. Untertitelung. BR 2018 Oh mein Gott, ist das schrecklich. Ich traue mich jetzt gar nichts mehr zu trinken. Ähm, ich würde dir mal den Rucksack rübergeben. Okay. Weil du hast ja dein eigenes Sortiersystem wahrscheinlich. Und die Hotelkarte gebe ich dir auch noch rüber. Danke, ich kümmere mich drum. Ja. Du hast halt wirklich genau die richtigen Sachen mitgenommen. Das finde ich immer noch so toll. Ich habe nicht einfach in die Schrank gegriffen, bin ich ehrlich zu dir. Und vielleicht bin ich dreimal zurückgelaufen. Weil ich mir unsicher war und was du jetzt wirklich möchtest. Und dann hast du das Outfit gegriffen, das ich tatsächlich gerne trage. Und von dem du auch meintest, dass du es magst. Ja. Ich hatte halt geschaut. Und dachte mir halt so, das hast du öfters getragen. Und scheinbar scheint sich da drin wohlzufühlen. Und mach ich mir so. Okay. Schon sehr aufmerksam von dir. Ja, dass du dich wohlfühlst. Wow, das sieht gut aus. Ähm. Ja. Das ist das Himmel? Ja, das passt ganz gut. Okay. Also. Okay, dann walt ich es an. Ich mag Westen halt. Ganz, ganz schlimm ist das. Ich weiß, dass du mir erzählt hast. Deswegen dachte ich mir so, ich ziehe heute einfach mal eine Weste mit Hemd an. Und damit lebst du aber ein bisschen gefährlich. Warum? Ist irgendwo jemand mit der Waffe in der Nähe? Oder warum meinst du? Ganz gefährlich. Okay. Gut. Sagen wir los. Ja, ja. Was ist das mit der Hose? Oder soll ich die mit der anderen anziehen? Das worin du dich wohlfühlst. Ich frage dich nach Rat. Wenn du eine Hose hast, die ja ein bisschen eher in die andere Richtung geht, würde ich diese dazu anziehen. Das ist nicht. Das ist nicht. eher nicht so, ne? Äh, nein, nicht wirklich. Ich wollte schon sagen, also ein Anthrazit eher schwierig. Du, weißt du, du musst dich nicht umdrehen. Also, wenn du nicht möchtest. Also, ich will nicht, dass du dich unwohl fühlst. In deiner Anwesenheit kann ich mich nicht unwohl fühlen. Gefährlich lebst du, sehr gefährlich. Ich würde einfach die hier anziehen, denke ich. Die passt besser. Hätte ich so eine Weste, auch mit so dezenten Nadelstreifen, dann würde es besser passen mit der Hose. Oder eine andere Hemdfarbe, glaube ich. Alles okay? Ja, alles gut. Ich war aber noch nicht bei Brodinger, tatsächlich. Da soll es auch irgendwie andere Anzüge geben, habe ich gehört. Ist das so? Ja, so ist das. Gut. Okay. Okay. Den einen Termin, das mache ich da. Okay. Gut. Bitte? Nee, alles in Ordnung. Ich gehe nochmal kurz hier das mitnehmen. Ich muss mir jetzt mal meine Bento-Box. Okay. Okay. Ähm, ich glaube, wir müssten mit zwei verschiedenen Autos fahren, oder? Ich lasse mich gleich nochmal mit dem Taxi einfach zurückfahren. Ich glaube, das ist einfacher. Hm, wie du magst. Du kannst zusammenfahren oder nimmst dein Auto direkt mit. Hm, können wir zusammenfahren? Wir können auch zusammenfahren. Sehr gerne sogar. Hm, ich halte mich da einfach ein bisschen zurück. Wie meinst du das? Ja, weiß nicht, weiß ja jetzt keiner bei dir auf der Arbeit, dass wir zusammen sind. Ari, nach dieser Hochzeit weiß das jeder. Bist du sicher? Ja, Flurfunk beim PD ist schnell. Außer Kuckum hat es mir am Telefon auch schon gesagt und uns wirklich gewünscht. Oh. Jetzt weiß sowieso jeder. Ist das so eine Drahtstante? Manchmal ist Kuckum eine kleine Drahtstante, ja. Oh. In meiner Erfahrung nach, weiß wahrscheinlich auch schon, äh, den einen oder anderen das erzählt haben. Sorry. Thomas hat der, der das ja bei anderen auch schon öfters gemacht. Besonders bei Amos und Ray. Ja, da hat Ray mir auch ein paar Sachen erzählt. Ist dir sowas unangenehm? Hm, wo sollte es? Ich weiß ja nicht, ich weiß so vieles nicht. Ich, ich, ähm, tasse mich gerade an einige Sachen ran, was okay ist und was nicht okay ist und deswegen frage ich halt nur. Ari, du bist meine Freundin. Du bist die Frau an meiner Seite. Und warum sollte ich das unangenehm finden, wenn andere Leute das erfahren? Einzige, wo ich nur Sorge habe, ist, dass du vielleicht ein Ziel für manch ein Wies, den ich verärgert habe in der Vergangenheit. Einzige, wo ich ein bisschen auch schmerzen habe, aber das ist halt normal. Ach, ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Ja, ich würde es begrüßen, wenn dir nichts passiert. Nur so, das Protokoll. Deswegen, also, ich... Ich wüsste jetzt nicht, warum ich das verschleiern sollte. Okay, ich, äh, verspreche dir, ich werde dich während, ähm, also wenn ich dich irgendwo sehe und du hast einen Uniformmann und ich auch, ich werde dich nicht... Doch, okay, ich werde dich aus der Ferne anschmachten. Das wird aber keiner mitbekommen. Ich, ich nehme ganz viel Abstand immer. Wusst du nicht? Ja, doch, das, das habe ich mir so vorgenommen. Schreib dir trotzdem, Smiley, das ist dir bewusst, oder? Ja, und ich würde mich vielleicht ein bisschen freuen. Das ist dir auch bewusst, oder? Ich hoffe, dass du dich freust. Oh mein Gott, ja, stimmt. Oh, wie cool. Ja, dann hoffe ich, dass die bald aufmachen. Das wäre auf jeden Fall schon sehr cool, ja. Boah, du bist mein Freund. Und du bist meine Freundin. Ich werde immer noch ein bisschen rot, wenn ich mir das manchmal ins Gedächtnis füge. Ja, das verstehe ich ein bisschen. Immer wenn ich das ausspreche, habe ich das Gefühl, dass mein Herz mal klopft. Ja, klopft. Du bist doch kein Eisbauer. Na ja. Kommt drauf an, wer vor mir steht, würde ich sagen. Ja, okay. Und da sind wir auch schon. Ja, woher? Ich glaube, wir haben am Kreis waren können, aber ich glaube, mein Käpt'n würde mir das sehr böse nehmen. Ne, wenn ihr mal hinterher reingeht. Ist kürzer. Also, möchtest vorne rum? Nein, nein. Müsstest du ja noch kennen von deiner Flucht. Ja, hör auf. Komm, man war. Hallo. Könnt direkt ins Büro gehen. Aus Bünden mal gerade. Sorry, Leute. Oh, ja, okay. Ariane heißt überhaupt gar nicht Pandoria. Warte mal. Einig. Du weißt schon, dass du nicht warten musst, ne? Hm? Was meinst du? Weil du nicht reingegangen bist, oder? Achso, nein, ich hab mich nur schon mal eingetragen. Ja. Achso. Willst du dich nicht? Ähm, ja, gut, dann zieh ich mich mal um. Ähm. Dann sag ich mal bis später und pass auf dich auf, okay? Ja, mach ich. Bis später. Ich finde halt sowieso gerade ein bisschen heikel, PD-RP, deswegen ist eigentlich jetzt gerade auch OOC in Ordnung, dass wir jetzt nicht so viel machen, aber ich muss unbedingt ohne Stream rein und mit Ariane irgendwann mal einfach so Streifen mit irgendwem fahren. Wirklich bitter nötig. Also ich hoffe, dass der weiß, der weiß, der nicht da ist. Papa, zieh die Pullover aus. Es ist kalt geworden. Wir müssen gleich mal den Wetterbericht gucken. Ich finde es jetzt so krass. So viele laufen mit dem Pullover rum und Ariane darf nicht, aber die hat den und die hat den auch schon seit Rekut und keiner hat gesagt, dass man das nicht anziehen darf. Aber eigentlich ist mir das auch zu viel Risiko. Ich glaube, ich ziehe den trotzdem jetzt gleich wieder aus. Nein, die ist rotzfrech. Die macht das. Ja. 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 Ariane ruft trotzdem auch mal bei der Bayview Lodge an. Das ist natürlich immer doof, dass die da mit dabei sein müssen. Oh, die Ewellen, die kann man auch so haben. Okay, 10, 11, 99, 11 mal 11, Entschuldigung. Hallo Thomas von der Bayview Lodge, dir kann ich helfen. Ja, hallo, Banz mein Name. Wir waren jetzt zwei Nächte bei Ihnen und ich habe noch die Karten, diese ID-Cars, werden die automatisch deaktiviert? Nein, nein, die müssten Sie zurückbringen. Okay, dann würde ich das in, jetzt muss ich mal schauen ganz kurz, wir haben 18.03 Uhr, ich habe um 19.30 Uhr einen Termin. Wenn ich es schaffe, würde ich die so um 19 Uhr vorbeibringen? Das kann man machen. Ich bin auch prinzipiell gerade oben, wenn es ist, aber da machen Sie sich keinen Stress erstmal. Okay, super. Und dann noch eine Frage wegen der Kaution von meinem Partner. Da wollte ich noch Bescheid geben. Genau. Ja, die wird dann entsprechend, sobald wir die Schlüsselkarten zurück haben und die Rechnung soweit bald ist, wird die dann zurück überwiesen. Okay, perfekt. Super. Dann mache ich mich dann später gleich auf den Weg und freue mich generell darauf, Sie wieder zu sehen. Alles klar. Okay, bis dann. Bis gleich. Tschüss. 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 So, lass mich trotzdem mal kurz gucken. Warte, warte, warte. Ich lese mal ganz kurz, warte und dann machen wir gleich weiter. Ist gerade nur vorübergehend, ne? Viktor Milosz. Oh, illegale Waffenbesitz und weitere Hinweise. Ich lese euch das einfach vor, ne? Wir sehen da ein paar Leute wieder, die gebarnet werden und dann mache ich immer gerne ein Handyfoto. So. Liebe State Police, wie auch die Jahre zuvor findet dieses Jahr wieder der Weihnachtsmarkt organisiert von Paradise Entertainment statt. Dieser ist dieses Jahr, Entschuldigung, umso mehr auf Spenden angewiesen, da es Ziel ist, den Weihnachtsmarkt ohne Eintritt zur Verfügung zu stellen. Daher werden wir jetzt von der State Police gemeinsam einen Geldbetrag spenden. Hierzu wurde ein separates Spendenkonto eröffnet. Wir werden Geld dort sammeln und gesammelt für den Weihnachtsmarkt an Paradise überreichen. Wenn Sie dies unterstützen möchten... Boah, Ariane wird die ganze Zeit arm, ne? Nein. So, wir überweisen jetzt das Spendenkonto der State Police. Warte, ich schreibe mal die Kontonummer auf. Das machen natürlich Eriene auch. 2, 1, 3, 9, 2, 1, 9, 2, 1, 5, 6. So, okay. Aufgrund der aktuellen Lage, Palito Bay öfter bestreiten 5.8. Aktuell gibt es viele Übergriffe und auch Überfälle in Palito Bay. Dabei lässt sich auch auf ein Tatmuster schließen. Ich kann euch nicht reden, dass die Täter es auf persönliche Daten von den betroffenen Personen abgesehen haben. Hä? Generell wird auch den Opfern gedroht, dass sie nicht die Polizei anrufen sollen. Dies ist mehrfach und wiederholt passiert, wenn sie Streife im Palito fahren. Machen Sie hierbei auf die Gassen und zwischen den Gemeinden auch, zwischen wegen in der Gemeinde, als auch außerhalb bei den Flower Farms und anderen Feldern. Diese dürfen Sie nach Absprache alle befahren. Ja, gut. Cool, dass Max oben ist. Einmal heute bitte vermehrt Streife bei Cyprus fahren. Es gab auf Venture einen Post, der Cyprus direkt angesprochen hat. Wir haben die Erlaubnis, heute am 5.11. auf dem Gelände Streife zu fahren. Seit heute geht folgende Regelung. Jeder schreibt seine eigenen Aussagen. Es ist ab sofort verboten, sich Aussagen anzuschließen. Oh Mann, ey. Das macht das ja schon wieder so bescheuert, ey. Ich hasse sowas. Oh, ich hasse sowas. Ja, no, ey. Ja. Schön. 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 Also nochmal genau das gleiche Schreiben in anderen Worten. Das finde ich irgendwie doof. Na gut. Ich will jetzt Screenshot machen. Aber ich muss mich irgendwann wieder in der Nacht einloggen und ein paar Sachen rauskopieren für mein iPad. weil sich so viele Sachen jetzt doch wieder geändert haben. Drogenkund bei den Langzeithaften. Ja. 18.30 Uhr die Besprechung. Schön. Gehe ich jetzt mal wieder drum. Hi Harry. Hallöchen. Wie geht es dir? Mir geht es wunderbar. Ich komme gerade vom Fahrradfahren. Wie geht es dir? Vom Fahrradfahren? Mhm. Mit wem bist du Fahrrad gefahren? Mhm. Ich bin alleine unterwegs gewesen. Ganz alleine? Ja. Oh. Ja, okay. Du bist wahrscheinlich jetzt gleich nicht bei dieser Besprechung im... Ja, klar. Du hast ja... Du bist ja der Pyropädie, ne? Ich wollte gerade sagen, welche Besprechung? Keine Ahnung. Ist das eine Besprechung? Der Mesapidi oder was? Äh, ja. Genau. Hallöchen. Ne, da bin ich tatsächlich nicht dabei. Na, du? Na? Ich telefoniere gerade. Entschuldigung. Ich komme gleich zu dir. Alles klar? Ja. Äh. So. Entschuldigung. Ähm. Ja. Rate mal, was beim Kronjuwene angekommen ist. Das wirst du nicht... Das wirst du nicht erraten. Und die 2600 Dollar sind da. Oha. Ja. Das heißt, ich werde diese Kette heute auch tragen. Oh, geil. Oh, das freut mich. Ja. Bitte mal langsam Zeit. Ja. Ja. Gut. Dann werde ich jetzt nochmal mit Frau Logan sprechen. Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist Frau Logan. Wir haben immer alle andere Haare und dann erkenne ich sie nicht. Fühle ich. Ich fühle das. Vor allen Dingen, äh, sind das meistens auch immer gefühlt die selben Gesichter. Und irgendwie kann man beschäftigen sich zu wenig mit den Leuten. Ja. Um sie auseinanderzuhalten zu können. Ja. Wobei Frau Logan sehr, sehr hübsches Gesicht hat. Also sie kann ja nicht schon auseinanderhalten. Okay. Ja gut, das ist wohl wahr. Ja. Ja. Okay, Ray, dann vielleicht sieht man sich ja irgendwann heute nochmal. Ach, bestimmt. Ja. Äh, Kaya muss ich auch noch später anrufen. Okay, dann... Uh, ja, tu das bitte. Mach ich. Mach ich. Pass auf dich auf. Mach ich. Und, äh, lass ihn nicht erschießen. Nee. Hab ich nicht vor. Okay. Bis dann. Tschüss. Nein, Tschüss. No, u. regardez Schlau. Ariane hat ... Ariane die Fäule ist ausOne. thank you. Ey, sag mal, wie peinlich. Frau Logan. Scheiße. Frau Logan, kann ich gleich noch mal mit Ihnen sprechen? Bitte? Kann ich gleich noch mal mit Ihnen sprechen? Ja, klar. Wir warten ja noch beim Du- Äh, oh mein Gott, Alicia, Entschuldigung. Ja, alles gut, kein Problem. Ja, klar. Okay, gut. Dann lasse ich Sie mal da machen. Ja, okay. Ich stehe auch gerne hin, da sitzt außen so, die was machen. Nein, ne, gut. Die faule, ja. Oh, oh, oh. Ja, liebe Motz, is it ready? Is it ready? Ich meine, wir können es auch nach dem Stream aufmachen und ich kann schon mal was dazu erzählen, weil die Leute sind ja sowieso jetzt gerade bei diesem super spannenden RP, wie Ariane steht, beschäftigt. Da sind die wichtigen Leute. Wir brauchen dann ein Go. Okay, also der GTA Timestamp Channel, der ist jetzt ready, ja. Die Motz haben auch quasi so eine Maske gemacht, sodass ihr seht, wie das am hilfreichesten wäre, wenn ihr das dann da eintragt. Ihr würdet mir sehr viel helfen und ich versuche dann daraus was zusammen zu schnibbeln. Ich kann euch natürlich noch nicht sagen, wann, aber es wäre sehr lieb, wenn ihr das so, also wenn ihr das so eintragt, weil ihr teilt ja eh immer die ganze Zeit Timestamps und ihr könnt natürlich auch später, wenn wir dieses Thema jetzt erledigt haben, mit dem Bankraub und Unfall bis jetzt, ne, dann könnt ihr allgemein mal eure Lieblings-Timestamps reinpacken, weil dann könnt ihr zum Beispiel vielleicht auch die Tadi, wenn sie nochmal Zeit hat, coole Bestops daraus machen. Ihr könnt tatsächlich auch Clips schneiden aus YouTube und diese Clips einfach nur da reinposten, aber das erklärt sich alles natürlich von selbst. Und ja, also das müssen meine Motz jetzt entscheiden, ob sie den jetzt aufmachen oder erst nach dem Stream, weil ich glaube, ich würde es eher nach dem Stream machen, dass ihr ja jetzt schon mal Bescheid wisst, dass der existiert. Gerade ist es halt so, dass ich gerne wirklich vom Bankraub bis jetzt einfach so eure Lieblings-Timestamps, oder Schlüssel-Szenen halt einfach drin habe, ne, also Schlüssel-Szenen, damit ich daraus, ja, so ein bisschen was bisher geschah halt schneiden kann. Ja, hätte jetzt Zeit. Ja, super. Du willst irgendwo anders hinstehen? Ist das so nah am Büro irgendwie? Ja, äh, ja, vielleicht, äh, da drüben, da ist noch auch ein Raum. Ah ja. Kann man drüber reden? Ja. Hallöchen. Genau. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so viel, aber so ganz allgemein. Ich fand das halt, ähm, relativ, ja, interessant mit Ihnen zu fahren und wegen dieser Evan-Anderson-Sache. Und die habe ich jetzt auch ein bisschen schleifen lassen aus Gründen. Ja. Und ich würde da jetzt wieder mehr, ähm, mehr reingehen. Ähm, haben Sie die Information, jetzt muss ich kurz abgleichen, weil das habe ich tatsächlich, äh, ein bisschen vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich Ihnen das schon erzählt habe oder ob Sie mir das schon erzählt haben. Ähm, die Verhandlung von, ähm, die Verhandlung von, ähm, die Verhandlung von, äh, Evan-Anderson und seiner, äh, Ex-Freundin Maria, wissen Sie davon was? Ich weiß nur, dass es halt was mit deines DA zu tun hat, ne, weil er die, keine Ahnung, wie viel tausend, glaube ich, 50.000 Dollar an Miete nicht gezahlt hat. Ich weiß, dass da was war. Genau. Genau. Ähm, ja, da ist interessant, die sollte nämlich eigentlich schon längst stattgefunden haben. Ähm, jetzt ist es aber so, dass durch ein Anwalt von, äh, Anderson die Verhandlung verschoben wurde, auf Dezember, weil er möchte gerne dabei sein. Okay, verstehe. Genau, meine Info vorher war, dass er, äh, halt nicht dort erscheinen wird und, äh, meine Vermutung ist, ich werde nämlich in der Verhandlung, also ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn ich das Datum habe, ich möchte da auf jeden Fall dabei sein, also zuschauen. Ähm. Aber das können wir nachlesen. Äh, unter Beschlüssen müsstest du dann wahrscheinlich... Oh, ich wusste nicht, dass man das darf. Ja, doch, 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 man, also in den Beschlüssen kann man dann immer rein, man, äh, da können wir gucken, ähm, weiß ich, wie, ob sie, oder du, die Akten, das Aktenzeichen hast, aber man kann einfach auch Evan Anderson, auch den Tatverdächt, weil es da eigentlich, der ist ja der Angeklagte sozusagen, Anders, weiß ich, wie hat es genau geschrieben, man, mit Doppel-S, ja, war das. Da steht's, ähm, einfach nach seinem Namen suchen, Evan Anderson. Doppel-S. 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 taxi rausgeflogen und arbeitet jetzt als so wie ich verstanden habe als kursi bei evans bestes genau er hat damals aber auch gegen evan bei mir ausgesagt und arbeitet dort jetzt wieder ich denke mal sind trotz reaktion dabei das taxi rausgeflogen ist das heißt aber auch er hätte ein blick auf die konten er kommt davon also wir als kurs ja klar hatte eigentlich guten zugriff genauso wie das seo jetzt ist aber die frage rein rechtlich wenn ich ihn jetzt weil ich weiß dass wenn man ihn genug geld anbietet würde eventuell einfach dinge rausgeben darf er das überhaupt also bekommt er ärger wenn er jetzt zum beispiel fotos macht von den von den kontoauszügen und so würde er dann ärger bekommen oder ja also zivilrechtlich schon also allein schon wegen dem arbeitsvertrag klar würde er ärger kriegen wenn das rauskommt das wäre für uns war für gut aber für ihn ja könnte es auch wenn das rauskommt schlecht ausgehen und wenn er zu dem zeitpunkt kündigt hätte auch oder also ich glaube diese interne regel ich weiß es nicht wie jetzt wenn anders denn jetzt bei sich im unternehmen das geregelt hat also wie es im arbeitsvertrag steht das weiß ich nicht wenn da steht dass er auch nach der nach dem arbeitsverhältnis auch keine informationen rausgegeben werden dürfen na das liegt es hängt hat sehr viel mit dem arbeitsvertrag zusammen okay dann habe ich direkt eine andere fahre der arbeitsvertrag wenn er mir den als freundin zeigen würde wäre das denn strafbar für ihn war das weiß ich nicht das weiß ich nicht ich meine da bin ich überfragt sagen wir mal ich müsste die infos ja in die information ja auch nicht unbedingt nutzen aber dann wüsste ich schon mal ob sowas drin steht oder nicht und dann könnte man das ein bisschen weiter spielen also weiß ich wie gut hart ich meine ich habe jetzt einiges über ihr gehört ich weiß ja was ich die zeit nimmt den arbeitsvertrag in ruhe zu lesen ich glaube nämlich ich glaube tatsächlich also ganz ehrlich ich weiß nicht mal ob es da wirklich einen korrekten ausführlichen arbeitsvertrag gibt mir aber wenn das wenn dieser maximus da somit fn irgendwie ja wenn er da so mit drin dann bin ich tatsächlich schon ist die sich eben gesichert haben ja ich denke auch also ich wir könnten ja die legal division zumindest fragen solche hopkins oder so wie wie er das sieht ob das überhaupt was er darüber weiß da müssen sie sich damit auskennen ich weiß es weil ich denke dass den arbeitsvertrag ebenfalls in die interne regelung fällt normalerweise ja weil es halt nur details die halt eher nur das unternehmen es gibt nur das unternehmen wie sie den arbeitsverhältnis regeln sind also auch schon interne regelung aber da muss man ein bisschen abwägen weil die ermittlung ist ja auch ziemlich wichtig und die frage ist natürlich also du wirst es ja auch nicht weitergeben diese info und deswegen sind auch hardecker so auch keine kein ärger ich kriegen aber ich habe trotzdem immer ein bisschen angst gerade bei er fragt deswegen jetzt auch wirklich haklein nach weil er mir immer gesagt hat er hat hier einen kontakt mpd und weil er hat ja genau er wird auch die info habe ich auch bekommen doch die schade hat mir auch erzählt irgendwie wären da zwei cops oder so sie genau aber nicht nur von von shirley sondern ich habe die immer wieder bekommen die info von verschiedenen neuen es kann nicht mal sein dass er bleibt aber er hat auch schon als ich habe über städte post ist immer so ein bisschen schwierig aber mehrere leute dann gehört dass er dinge wusste und da bin ich natürlich hellhörig geworden so woher kann er die dinge wissen woher wusste er dass keine akte gegen existiert das hat er lange rum erzählt und das war tatsächlich wahr okay eine akte also über einen anwalt kann man ja ich weiß nicht über anwalt ziehen kann wenn die akte nämlich an die anwälte freigegeben ist da kann man ja sehen dass er nach ist aber wenn es doch nicht noch nicht vor gericht war also noch nicht so anklage dann ist schon merkwürdig dass er davon wusste ja dann müsste es definitiv jemand sein pt da ihm die info weitergeben hat oder jemand auch aus der sta oder wir hatten sonst noch aktenzugriff aus welche behörde ich weiß es nicht also richterschaft glaube ich eher nicht ist ja vermute ich auch eher nicht wenn er vielleicht ein pd das problem ist bei uns selbst rekruten haben auf alle aktenzugriff ja das ist glaube ich echt schwierig da irgendwie aber wie gesagt ich habe ich danke zwischen hat er geblüfft oder nicht aber das sind sogar die sachen die ja ich will ich muss da echt erstmal wieder reinkommen tatsächlich ja ich auch ja auch ich habe auch gesehen ich weiß nicht ob du den namen vincent kennst ja bestimmt das hat ja wieder aufgemacht der namen ist mir direkt ins auge gefallen ja genau jorge wer ist das seo er ist das seo ich weiß nicht ob es der gleiche wincent deshalb glaube schon weil die nachnamen kannte ich nicht nur den vornamen ja also ich habe mir gedacht moment mal die ist doch eigentlich also meine info war dass er ja quasi so ein bisschen sein tod vorgetäuscht hat dass man meinen ja nicht gekriegt habe um genau für dich vom radar zu verschwinden und wahrscheinlich ist also nicht mehr vom radar weg also wenn es wirklich der gleiche wincent ist ja warum nicht also alles wenn wir da ich könnte noch mal mein fragen katalog auspacken ich würde ihn tatsächlich wirklich sehr gerne befragen aber ich glaube tatsächlich das ist ein bisschen schwierig weil wenn man schon sein tod eben wie vor ja aber trotzdem ich meine also es kann das ist schon schon interessant dass er jetzt plötzlich wieder da ist und auch sogar offizieller ceo das war vorhin was ich kurz mein handy guckt hat so gegen 16 uhr auf aber es ist immer noch auf andere ja ich muss ich würde privat vielleicht auch sogar erstmal hingehen und einfach mal gucken wie er aussieht kann man das ja so ein bisschen abgleichen ja falls da ich weiß dass momo leblanc die kurs hier ist momo genau leblanc ist es ja das ist eine der geyseln vom von psb vorfall das ist aber nicht die dame die dieses stockung sind rum hatte oder doch ich glaube das hat die mit dem der namen vergessen der name habe ich auch vergessen mit der will ich mich generell mal unterhalten soll ich schon mal da es gibt doch gleich diese lamesa besprechen weiß nicht ob okay das ist ja normal der der erschossen worden ist vor der lamesa tankstelle ich habe tatsächlich da jetzt aber auch den namen vergessen ja die hat ja quasi so ein bisschen das gleiche durchgemacht wie ich ja genau und ja genau das heißt es war der karas ja sie war genau sie hat ihn hat dazu überredet sich zu stellen und auf dem weg hierher er war irgendwie zu fuß auf dem weg er weiß ich auch nicht wurde ja leider und ein paar mit drei auf bei schossen und da war sie auch noch dabei und ja ach sie war dabei ja genau sie hat ihn gesehen und das war ein bisschen traumatisieren für sie ja wir haben sie da ist man weggebracht er sie hatte mir immer wieder infos gegeben ich kenne seinen nachnamen nicht ich weiß nicht ob es der gleiche ich kann ihn gleich raussuchen ich finde den gleichen nennen da war das winzett carwell ich weiß es nicht ja das kann sogar sein das wäre es uns ganz merkwürdig nah wenn du halt dein tod vertreten plötzlich bis zu CEO ja okay ich glaube das ist tatsächlich nicht aber ich gucke trotzdem gleich noch mal ich gucke den immer wenn ich weiß wie soll ich mich anziehen heute ja okay also ich muss sagen nächste woche ist dieser pullover auf jeden fall legit das wird eine ziemlichkeit ja ich traue mich immer nicht den pulle der sieht immer schicker aus und er ist wirklich sehr schön warm aber ich traue mich nicht den anzuziehen weil ich denke wir müssen alle so in uniform also mit mit hemd und so ja also jetzt mal ganz lieb die pullover auf okay und ich werde ihn gleich auch ausziehen ich habe jetzt nur für die besprechen kann weil er weiß mir mal sehr deutlich gesagt hat er sich noch mal zusammen wir sind ja zahlreich hier wie sehr wir dürfen gern näher kommen das ist mir ein bisschen so doof dass wir alle dahin sind ja sie dürfen schon auch etwas näher kommen will sie mal ein kreis ja quasi ein kreis du hast ein herz ist auch okay zeigt uns wie sehr sie uns lieb haben nun grundsätzlich haben wir uns entschieden eine besprechung halt einzuberufen um noch mal hier ein paar sachen klar zu stellen erstmal miss logan glückwunsch ist jetzt officer 2 und genau also im prinzip wollen wir mit ihnen sprechen wie sie sich gerade fühlen in lamesa ob sie was gibt was sich ändern sollte ob es sprechen müssen mit ihnen ich habe ja alles sie können es aber auch in der großen gruppe hier besprechen hätte halt gerne gehabt dass noch einige andere officer 3 und officer 2 halt da sind aber nun ne was für ein altraum hier noch mal zur erinnerung sie haben aufgaben gebiete hier wo sie sich bitte auch aktiv darum kümmern sollten uns ist aufgefallen dass ein vergangener kollege der nicht mehr teil vom lamesa policedepartment ist äh nicht so ganz diese aufgaben mehr durchgeführt hat und zwar zur erinnerung sie sind hier stationär und ihre aufgabe ist es officer 1 auf kurs zu bringen die hier hin versetzt werden wenn sie sich natürlich soweit sicher fühlen wenn man hier noch officer 1 ist dann erwarten wir das natürlich nicht von ihnen dass sie das so umsetzen weil sie natürlich selber sich vielleicht noch nicht das ganz trauen aber bei officer 2 ist es ihre verpflichtung bedeutet die officer 2 die hier anwesend sind also dem fall ist logan ähm sie fahren mit laut raus erzählen ihnen ein bisschen was gucken wo vielleicht defizite sind wenn die defizite auffallen können sie versuchen diese anzug gehen bevorzugter weise machen sie das aber mit einem officer 3 aufwärts also mit zum beispiel miss martinez dass sie dann mit der person nochmal rausfahren mit der person darüber sprechen und dass die defizite ausgebessert werden und sie geben dann bericht an mr barnes oder mr wenn sie sagen die person ist halt versetzungsbereit oder sagen wir hatten grün stempel oder sollte man eine quen durchführen um da vielleicht noch anzuknüpfen natürlich wäre es auch von vorteil wenn sie sich auf officer 2 selbstständig darum kümmern beispielsweise bei fortbildungen die sie später halten könnten reinzuschauen informationen aufzusorgen dass sie später diese fortbildung selbstständig anbieten können und natürlich auch wenn ihnen bei sich defizite auffallen ja es keine schande fragen sie nach bitten sie beispielsweise um eine nachschulung um ein übungsszenario oder sonst irgendwas letztlich gilt dass im credo hier nur sprechenden menschen kann geholfen werden und wenn sie jetzt natürlich nicht ihre defizite äußern die ihnen vielleicht selber aufgefallen sind und im nachhinein fällt vielleicht jemand anderem auf ist natürlich immer positiver wenn sie das von sich aus angehen und an sich arbeiten genau also grundsätzlich wenn sie sich dafür interessieren aber auch es hat vor eine fortbildung zu geben wenn sie sich bei mr miller mr barnes oder mr gott ich glaube es sollte auch noch okay sein dass man sich bei mir meldet dann halten sie diese fortbildung wir prüfen sie ob das uns so passt ob sie das so machen wir uns das vorstellen das go halt bekommen dass diese fortbildung aktiv angeboten wird ich selber gucke mir mal persönlich gerne halt für eine befragung sowie die eskalationstraining halt an weil das fortbildungen sind die man deutlich praktischer gestalten kann und kürzer gestalten kann da einige leute in der vergangenheit gerne aus so einer fortbildung die eine halbe stunde geht zwei stunden gemacht haben warum auch immer genau dazu irgendwelche fragen eine anmerkung ja ja wenn sie bei office dann irgendwie merken mit denen sie unterwegs sind dass es defizite gibt wie es das schiff schon sagt gehen sie es selber an aber geben sie uns also sache barnes und mir trotzdem bescheid dass wir dann überblick haben wenn wir mit den leuten draußen sind also es gibt auch officer kann ich noch offen sagen wir zum beispiel lewante der herr schreibt herrn barnes und mir regelmäßig sms wenn er mit office dann draußen war die aus der mesa stammen die halt versetzt werden sollen und schreibt uns halt was bei den gut und schlecht läuft bei uns das wirklich hilft überblick zu haben wir können leider nicht immer mit jedem rausfahren deswegen kommunizieren sie da einfach mit uns schreiben sie einfach nur kurz sms hey ich war mit dem und dem draußen das kann er gut das kann schlecht und dann müssen wir bescheid also im prinzip bringen wir ihnen das vertrauen entgegen dass sie uns auch etwas entlasten weil wir müssen ja neben der erweiterten academy hier natürlich uns auch um die operations sowie verschiedene andere abteilungen kümmern weshalb wir ihnen hohes vertrauen hier entgegen bringen in dem fall da sind wir auch schon perfekt bei dem thema ähm unabhängig von welchen rang sie gerade haben hat jemand von ihr interesse den weg des sergeants hier anzugehen ja ich positiv tatsächlich denke ich auch drüber nach auf dauern all right miss martinez äh sie kommen gleich einmal bitte mit ins chief büro äh miss logan ab dem zeitpunkt wo sie officer 3 sind und etwas länger officer 3 sind melden sie sich bei mr miller oder bei mr miller oder mr gotier und dann werden wir auch mit ihnen einmal dieses gespräch führen was das thema angeht ähm wenn sie halt sich dann bereit fühlen das gleiche geht natürlich auch an miss bahns sollten sie halt interesse daran haben diesen weg einzuschlagen gut ähm grundsätzlich möchten sie über etwas sprechen das ist jetzt ihre chance auch in der großen runde nennen wir es mal große runde ähm wir haben offenes rohr wir sind immer sehr offen für verbesserungsvorschläge des departements meine güte sieht das gut aus wo es hier weiter so geht wie aktuell ist oder vielleicht auch effizienter gestartet werden kann weil von uns hängt aktuell schon sehr viel ab dass die anderen departements halt auch wachsen können und wir dementsprechend gute leute ja ich denke auch immer die rollen sind hier irgendwie komplett vertauscht zwischen den beiden aber ich glaube miller ist eher so sehr zurückhaltend ich hätte einen punkt ja äh es geht auch um thema fortbildungen ähm ich bin mir aktuell immer unsicher wer jetzt welche fortbildung generell anbietet ähm es gibt auch keine übersicht das heißt man muss immer sehr viele officer fragen ähm es wird natürlich auch werden natürlich viele termine angeboten aber es gibt module die halt ähm nicht immer regelmäßig angeboten werden man weiß halt nicht okay ich glaube ariana hat sich noch nie so viel am platt gefühlt so ich will einfach nur also grundsätzlich ist es halt eigentlich so geregelt dass es die sergeants das commander ähm mindestens einmal eine fortbildung die woche halt durchführen sollte im besten fall ja ja dazu auch angemerkt es wird innerhalb der woche jetzt noch ein Treffen zwischen allen superweisern der statutes geben wo es unter anderem genau um dieses thema geht dass wir uns da darum kümmern dass es wieder besser läuft was fortbildung angeht sagt ihr alles weil wir das auch stopp schimmer auf lange Sicht ist es das ziel dass äh wir es vielleicht hinbekommen dass ähm in zwei wochentakt alle fortbildungen abgedeckt sind damit ähm zumindest die officer die fortbildung halt haben können wichtig ist uns nur hier dass sie bitte auch dieses an die officer weitergeben nur weil man alle fortbildungen hat heißt es nicht dass man in den departments äh befördert wird es gibt wohl so ein paar kandidaten aktuell die sehr rumminien die ganze zeit dass sie nicht befördert werden ähm das muss einmal den leuten nochmal nachgelegt werden dass eine beförderung die will nicht befördert werden wie schön da bleiben wo sie ist jetzt fortbildung abgesessen geil ich darf jetzt officer was auch immer werden so läuft das nicht das wurde dieses jahr im februar durch die damalige operations sowie der chief ebene besprochen und das system bleibt auch so bestehen und letztlich ist ja auch immer eine ermessenssache innerhalb der einzelnen departments wenn sich jemand beispielsweise durch besondere leistungen hervortut kann es auch sein dass eine beförderung erfolgt ohne ja dass die fortbildungen alle vorhanden sind dadurch vielleicht eine auflage dass diese später nachgeholt werden aber letztlich ist es so wie in allen berufen da ist auch eine gewisse leistungsbereitschaft eine gewisse leistung ihrerseits gekoppelt und das sollte halt den office dann auch vermittelt werden dass hier keiner befördert wird nur weil er seine vier wochen die zeit absitzt auf einer halben arschbacke und äh mit 50 im kreis wird gerade sie kennen das ja eigentlich das logan weil sie sich erinnern ja es sind da ja waren ja etwas länger aufzahlen aber ich sage wie es ist und sage ich auch sehr offen hier in der runde im vergleich zu damals und heute sind sie eine komplett andere person meiner meinung nach und ich sehe es ihnen auch immer noch sehr hoch an dass sie sich dazu entschieden haben hier zu bleiben um sich weiter zu bilden ich glaube dass auf lange sicht sie wenn sie den weg des sergeants einschlagen wollen würden dass sie ein guter sergeant werden können weil sie ein gespür teilweise verhältnismäßigkeit haben aber auch wissen wie es ist wenn man ein bisschen ja wie das geht da fliegt das war so auszudrücken danke schön leute brauchen wir auch den vorgesetzten vielleicht noch mit einer anekdote was diese beförderungsthematik angeht abzuschließen also bei mir ist ein halbes jahr gedauert bis ich von officer 2 auf officer 3 befördert wurde also wenn es mal irgendwie ein zwei drei monate dauert und die kollegen sind hier ins hemd machen deswegen kann das einfach mal sein wobei es glaube ich auch nicht mittlerweile der der regelfall ist bei den meisten kollegen geht es ja dann doch deutlich schneller als genau zwei drei monate all right noch etwas ich habe generell noch eine sache für alle hier in lamesa es ist ja schon des öfteren rollcalls angesprochen worden nicht nur für lamesa generell auch für departments und das sich irgendwie nicht immer gebessert hat also ich habe jetzt erst von meinem urlaub wieder an ein auto abgeschlossen ich gehe regelmäßig einmal hier durch den fuhrpark hätten und gucke ob die autos abgeschlossen sind und immer mal wieder fällt mir auf dass ein auto nicht abgeschlossen ist und sind halt immer o1 fahrzeuge dass generell hier an alle stationären lamesa officer gerade für die leute die hier frisch herkommen vielleicht mal nochmal klar machen dass man die autos abschließt weil irgendwie immer ansagen ja es hilft irgendwie auch nicht anscheinend und dann vielleicht man sich irgendwann überlegen muss aber das ist ja eher eine sache für die lamesa führung schrägschicht vorgesetzten vielleicht irgendwann auch mal dementsprechende sanktionen einzuleiten weil auf dauerweise nicht immer ansagen ja schließt bitte autos ab aber es passiert irgendwie nicht finde ich halt auch irgendwie schwierig dass wir alle darauf achten immer mal wieder den leuten das einträcht hat denken sie daran das auto abzuschießen einfach mal sagen hilft ja vielleicht schon zur not organisieren ein paar fahrräder und wenn wir dann jemanden mehr oder weniger frischer tat ertappen dabei gibt es halt mal eine woche fahrradstreife für den jenigen mittags muss ja nicht immer eine gewisse also eine per se negative sanktion nachzuziehen aber wenn derjenige dann oder diejenige letztlich dann ein paar mal hier durch easterless strampeln muss kommt man vielleicht auf den trichter sonstige anmerkungen oh gott das wird knapp jetzt gleich hier noch eine kleine frage also wegen fuhrparkordnung ist es jetzt standard dass ein u3 auto immer auf dem gästeparkplatz steht oder ist das irgendwie einfach nur die letzten tage ein bisschen zufall ich glaube jemand vergisst das hier mal zurückzustellen oder mal captain kann vorkommen also es ist nicht standard es sollte normalerweise auf seinem parkplatz stehen ich habe jetzt auch gestern erst die autos wieder so hingestellt wie sie stehen sollten also so nachmittags wenn zum beispiel einer von uns im dienst ist kannst du sein dass das fahrzeug besteht ich will halt noch kurz mit ariane privat zum thrift shop und dann mal gucken ob diese mode ich finde das super interessant für arianes es kam nur schon ein paar mal vor jetzt seit dass ich so die letzte war und stand immer noch mit dem fahrzeug da hinten und ich wusste nicht soll das jetzt da stehen oder soll das wieder nee also es soll eigentlich letztlich bei dienstschluss hier kein streifenwagen mehr auf dem besucherparkplatz stehen das heißt ja nicht dass ariana so völlig verarbeitet hat jetzt und sowas wie es passiert auch uns mal dass wir sowas vergessen wenn gerade abend lang war keine Ahnung wieviel 10 oder 90 hat stattgefunden haben und sowas der abend lang und der kopf matschig am ende ja was jetzt sollte aber nicht der fall sein definitiv nicht nein also wir müssen dann in zweifels halt auch mal fahrrad sparen was nee aber kann man sich ja vielleicht mal überlegen mit den ich frage mal beim commissioner nach ob wir eventuell ein zwei fahrräder hier organisieren mit unserem ähm mit dem zahl vom budget sollten ja nicht die welt kosten dann äh ja vielleicht doch mal eine fahrradstreife grundsätzlich ähm müssen sie auch nicht unbedingt eine fahrradstreife bilden denken sie dran sie haben auch zwei gesunde beine und können auch fußstreife machen das ist vollkommen legitim und auch gewünscht also letztlich fußstreife fahrradstreife alles möglich bis äh 19 uhr auch da gerne mal die kollegen die frisch hinversetzt werden wenn sie mittags beispielsweise die zeit haben und die muss gerne dazu auch ermutigen mitnehmen ja auch mal die ähm einzelnen gegebenheiten hier zeigen die man vielleicht aus dem streifenwagen auch nicht so gut wahrnimmt wir wissen ja selbst ja mehr sehr viel industriegelände die man so vielleicht auch gar nicht auf dem schirm hat weil man immer nur vorbeifährt wenn man da zu fuß unterwegs ist sieht man natürlich noch mal einiges mehr viele haben auch der perro beach fußstreife gemacht die haben sich ihr dienstwagen dahin gestellt und sind den ganzen ganzen beach abgelaufen zu just right gegangen und generell den ganzen beach hat abgelaufen ja auch legitim letztlich sich ihren dienst damit das gestalten wie sie möchten wenn sie natürlich jetzt irgendwelche aktiven situationen haben wo streifen vor ort gebraucht werden das ist natürlich schwierig wenn sie dann irgendwo auf der fußstreife weitern sind da sollten sie natürlich auf die leitstelle hören aber das versteht sich denke ich von selbst all right dann wenn sie nichts mehr haben würde ich das ganze jetzt hier auflösen und wünsche ihnen einen angenehmen dienst passen sie auf sich auf miss martinez sie warten vor unserem büro mr barnes sie warten vor unserem büro gott jede kosten mit ins büro ähm genau all right mr taylor gute besserung 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 machen wir ja ist der mission f kommen sie bitte vor das büro und warten sie dort bis wir sie reinholen auf bist du auch hier stationiert also fest stationiert ja ich möchte aber eigentlich nach davis wechseln ach so warst du nicht mehr kurz ja wenn ich drüber ich hatte mit herrn kowalski geredet und mir gefällt die art wie er das department dafür möchte ja kowalski ist mega ja ich muss nur gucken wo ich jetzt ich glaube ich muss den commissioner wieder fragen oder das reicht halt nicht wenn ich jetzt den herrn miller frage deswegen oder ich werde trotzdem den schief nicht übergehen und ihm darüber sprechen nee nee ich weiß nur nicht wenn du den schief tatsächlich den commissioner deswegen ne moment also eigentlich redet man mit dem schief erstmal hier und er wird das dann weitergeben an den commissioner okay ja dann dann mal das würde ich eine große runde machen weil irgendwie habe ich mich da gerade sehr fehl am platz gefühlt okay ich habe noch einen termin und muss mich gerade beeilen ja alles gut dann pass auf dich auf ja passt du auch auf dich auf ich melde mich bei dir ja ja gerne bis dann tschau so ne to die is not to die wir haben nicht mal funkgeräte an hab ich dachte das ist irgendwas anderes so ähm kette packen wir jetzt erstmal um wir okay warte ich muss mir noch was aufschreiben okay das wird ja jetzt richtig lustig heute ich wollte nämlich eigentlich auch mit ariane ein bisschen taxi fahren aber heute wird ein bisschen schwierig weil äh das hatte sie nämlich max versprochen dass die beiden halt einfach mal wieder ein bisschen eine runde taxi fahren ähm die waffen mache ich jetzt gleich Moment und jetzt los ist alles da auszurüsten dafür und stempeln ähm ähm max alles okay bei dir? ja okay ja du rufst mich wieder direkt an du machst mich nervös ariane tu mir leid Entschuldigung ähm kannst du mich bitte kurz vom äh lameser pd abholen ähm sofort baby und ich sind gleich mit taxi unterwegs wir holen dich dann gleich ab oh ich habe meine ohrringe vergessen Moment äh oh ja super oh cool ja dann äh warte ich äh wo seid ihr denn gerade ungefähr? äh md dann müssen wir noch kurz zu Lidl etli fahren dann kommen wir zu dir oh Gott dann muss ich jetzt die ganze Zeit draußen warten ist unangenehm okay könnt ihr euch beeilen wir machen halt die Fahrten ja wir sind gleich da aber was ist wenn ich nach Palito fahren oder so dann muss ich eben soll ich lieber Taxi achso ihr seid ja im Taxi gut okay bis bis gleich bei euch ja bis gleich gute Besserung danke Frau Barnes was ist denn passiert? ach ich habe Bekanntschaft mit einem Messer gemacht mit einem Messer? ach schade ja dann gute Besserung passt das auf sich auch ja ja fertig dann ähm das habe ich gemacht 19.30 Uhr und dann jetzt noch hochfahren nach Palito auf und dann noch hochfahren ich mache mich nur noch mit dem auf ein und dann noch wird das wie das ist das ist mit dem Okay, ich bin überlegen, ob wir sie nämlich beim Dingens dann, beim Pegasus-Apartment direkt, damit sie sich das angucken kann, was Ariane so für Ideen hat. 1930 und dann 19... Ach, scheiße, ey. Ist Ariane mit eigenem Auto oder mit Taxi? Ich glaube, ich lasse mich mit dem Taxi hochfahren nach Palito, gebe das dann ganz kurz da ab, fahre dann wieder runter zum Pegasus-Apartment mit den beiden und da haben wir ja unsere Ausländer. Hi. Das ist die falsche. Ich habe vom Züchschab die Nummer nicht. Oh, nee, ey. Okay, Dienstag, Donnerstag und Samstag. Cool. Leute, es passiert nichts. Also Ariane wird nichts passieren. Das würde mich sehr wundern. Da ist jetzt so viel Zeit vergangen. Hallo. Bodinger, John Murphy hier, hallo. Hallo. Ähm, ich habe eine Frage. Haben Sie für Herren eine Nadelstreifenweste? Eine schwarze? Nadelstreifenweste, oh. Die gibt es auf jeden Fall. Ob ich die da habe, müsste ich mal im Chorn. Ah, okay. Und hier ist ein Mal. Und jetzt so viel Zeit. Und hier ist es. Und hier ist es. Und hier ist es. Moment, ob das die richtige ist, blaue Nadelstreifen, ja habe ich hier. Ne, ne, schwarze tatsächlich. Achso, ne schwarze, ah. Tut mir das. Ah, ne. Ah, ich glaube, ne, schwarze habe ich leider nicht da, sorry. Achso, gibt es die denn bei Ihnen, also kann man die bestellen oder gibt es sowas gar nicht im Sortiment? Hm, Moment, schau kurz nach. Hm. Hm, ne, schwarze Nadelstreifenweste gibt es so nicht. Oh, verdammt. Okay. Ähm, gut. Oh, schade. Ähm. Ja. Ne, dann war es das tatsächlich schonmal, aber ja, äh, dann sollen Sie das eben, weil Sie mal hier die Sortiment aufnehmen. Äh. Ja, ne rote Nadelstreifenweste kann ich anbieten, aber die muss wahrscheinlich nicht sein. Eine rote? Okay, da müsste ich tatsächlich sehen, wie, gucken, wie das aussieht, aber Sie haben heute nicht geöffnet, oder? Ne, heute nicht. Aha, okay. Dann versuche ich es einfach die Tage mal, dann komme ich die Tage mal vorbei. Alles klar, bis dann. Danke, tschüss. Bis. Moment, mind. Moment, mind. 6, 8, 5, 5, 9, 9, 10… Auch ne, jetzt wirklich. Ne, warte mal, kann ich ja auch außerhalb der Geschäft zeigen. Mist. Mist, Mist, Mist. Wann kommen die beiden denn? 6, 8, 5, 0, 0, 7. Der Watt singt glaube ich so, oder? 6, 8, 5, 0, 0, 7. Ohne Juwelen. Schriftstab, hier kann ich helfen. Ja hallo, Banz mein Name. Ich wollte nur fragen, wie lange haben sie heute geöffnet? Die Kollegen sind immer noch bis 21 Uhr da. Bis 21 Uhr, okay gut, alles klar, dann versuche ich nochmal vorbeizukommen. Alles klar, machen Sie das ruhig. Okay, danke schön, bis dann. Gerne, gerne, ciao. Hallo Ari. Ja, meine Güte, seid ihr gerade in einem Tunnel gewesen? Ja, ja, ich war kurz im Tunnel, was denn? Ja, du bist gerade mit Max unterwegs, wie sieht es aus? So ist es. Was denn? Also wo seid ihr gerade ungefähr, welche Fahrt habt ihr jetzt, wie lange muss ich noch warten? Ach so, sollen wir dich abholen? Jaa, ganz dringend. Bei Lamesa PD. Ich habe um 19.30 Uhr nämlich einen Termin. Und ich muss vorher noch entweder zum Thriftshop oder hoch, nein, ich muss vorher nochmal zum Baby-U-Lodge unbedingt irgendwas abgeben. Ach so, ja, kein Problem. Ja, Max, gerade kurz auf Klo, danach haben wir nur noch eine Fahrt, danach kommen wir zu dir. Oh, mit wem habt ihr die Fahrt denn? Könnt ihr die Fahrt nicht kurz sehen? Weiß ich nicht. Oh, der wartet schon sehr lange, weil wir davor noch zwei Fahrten hatten. Vielleicht können wir ihn mitnehmen, wir fragen mal. Okay, das wäre super. Ich muss ja, ich sitze da. Genau. Okay, dann bis gleich. Tschüss. Tschüsschen. Gut. Ich habe auch Barbara vermisst, ey. Was schon wieder kriegen können? Durchdruck, ne? Sora, einfach wieder mit dir, dass ich mir gedacht habe, es stimmt, wie ich sofort nicht so auszumachen. Was ist denn heute los? Warum sind denn so wenig Taxi-Unternehmen? Das ist ja alles krass. Das ist ja alles krass. Marianne, ich habe doch nur zwei Lächer-Boy auf, ey. Oh. Mir fällt noch was ein. Und dann Kai ja noch. Hier, die liebe Nummer. Ruhig vielleicht immer die falsche Nummer an. Ola, dein ist die Äthi, kann ich helfen. Ja, hallo. Ja, hallo. Banz, mein Name. Es ist folgendes. Ich bin jetzt in eine andere Wohnung gezogen, aber noch nicht so hochoffiziell, weil, also ich habe schon einen Zweitschlüssel, aber ich müsste meine alte Wohnung erst kündigen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon in eine neue Wohnung irgendwie eingetragen bin. Entschuldigung, das ist ja alles das erste Mal, deswegen ist das ein bisschen wehr gerade. Ich habe tatsächlich bei deinem Sinn noch keine Wohnung gekündigt. Deswegen wollte ich Sie mal fragen, wie ich das am besten mache. Ich denke schriftlich, oder? Genau, wenn Sie Wohnung kündigen möchten, dann müssen Sie einmal Mail schreiben an unser Hauptaccount. Am besten, wenn Sie noch haben, antworten Sie auf Ihren alten Mitvertrag. Wenn Sie nicht mehr haben, dann schreiben Sie einfach rein, welche Adresse, vielleicht wissen Sie auch noch die Vertragsnummer, aber wahrscheinlich eher nicht, dann zumindest Name, Adresse und dass Sie dann zum nächsten möglichen Zeitpunkt kündigen möchten. Und aber erst, wenn Sie Ihre Schlüssel vorbeibringen, dann ist die Kündigung vollendet. Achso, also ich schreibe zunächst wirklich einen Zeitpunkt, bringe dann die Schlüssel vorbei und dann wäre es halt direkt erledigt. Genau, dann ist erledigt. Okay, das klingt gut. Gut, dann mache ich das. Wie lange haben Sie heute noch geöffnet? Geöffnet haben wir gar nicht. Es ist immer so ein bisschen Glückssache, ob noch Kollegen da sind. Wenn Sie Schlüssel vorbeibringen möchten, dann rufen Sie einfach nochmal vorher an. Okay, mache ich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Perfekto. Schönen Abend. Adios. Gino, tschüss. Gut, warte mal eben. Mal ganz kurz. Ein vorgeschriebenes Ding. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade in den Discord in eine Gruppe gezogen. Ich glaube, ein bisschen lachen. Oh, da muss ich auch noch... Ach du Scheiße, wo war das denn? Ich habe eine Gruppe mit mir selbst. Warte mal ein bisschen gucken. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Die Mietzvater haben wir nämlich auf jeden Fall noch. Da muss ich jetzt gar kein Hack mit draus machen. Ähm... Ähm... Boah, das ist so übertrieben, ne? Also Hut ab, dass sie das so machen, weil ich bin so hart übertrieben. Hallo, jetzt ist Ariane wieder. So schreibt Ariane, ähm... So schreibt Ariane, ähm... Künde ich meine Wohnung. Ähm... Vertragsnummer kann ich ja auch nochmal irgendwie... Meine Wohnung... Zunächstmöglichen... Zunächstmöglichen Zeitung. Und ich glaube, nächstmöglichen wird sogar zusammengeschrieben. Ich gucke das mal eben. Ich hatte mal ein Problem mit dem Wort. Zunächstmöglichen... Warte. Nee. 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 Richtig zusammengeschrieben. Erstmöglichen Zeitung. Jetzt bin ich in meine Wohnung dafür. So, jetzt bin ich in meine Wohnung dafür. So, jetzt bin ich in die Zeitung. So, jetzt bin ich in die Wand. Und dann schieben wir jetzt einfach so ab. Fertig. Äh... Gut, das haben wir gemacht. Freier. Ahja. Ähm, ähm, ähm. Vielen Dank. Kaya, kann ich dir meine Torten vorbeibringen? Was auch immer du dafür haben willst, sag mir einfach Bescheid. Oh Gott, was hat sie gezeichnet? Jetzt muss ich mal ganz kurz in Discord gucken, warte. Ist das im Museum drin? Alter! Natura! Was ist das denn? Oh, so richtig schön traditionell. Da hat der Ariane ja nachgefragt. Ich finde es sehr witzig, wie die traditionellen, also die Männer sehen so toll aus, aber die Frauen sehen ein bisschen lustig aus, muss ich sagen. Oh, wie schön! Schau mal auf dem Discord einmal, ausrufezeichen DC für die Leute, die nicht da sind. Schau mal einfach da. Boah, Tori, Alter, ich kann nicht mehr, ne? Tori. Mir. Das Bild war von Mia, das hatte ich auf Twitter gesehen. Ach, das war von mir. Ne, what? Und das Bild von Silk over Glass und dann nochmal Natura. Ich muss darauf alles, ich muss überall noch darauf antworten, ne? Ich kündige meine Wohnung jetzt so schnell wie möglich. Ach, ja, da könnt ihr die erstmal irgendwo zwischenlagern. Ich überlege gerade. Die fragt jetzt gleich einfach die Dingens. Die Barbara und Max. Darf ich meine Torten bei euch zwischenlagern, bitte? Die werden wieder abgeholt. Wie peinlich das Arjan immer noch hier steht. Ich hoffe, die kommen jetzt gleich. Ja, der Kunde wollte leider nicht. Wir sind jetzt aber auf dem Weg zu einer Minute da. Oh, was war das für ein Kunde? Das war ein sehr netter Herr. Ach so, okay. Ja. Ich habe mal eine Frage, ja? Was denn? Kann ich bei euch etwas im Kühlschrank zwischenlagern, was aber in ein paar Tagen abgeholt wird? Im Kühlschrank? Was denn? Meine eingefrorenen... Wir haben nicht so viel... Meine eingefrorenen Torten. Ich glaube, wir haben leider nicht genug Platz im Kühlschrank für eingefrorene Torten. Ist das wirklich so voll? Meg sagt, du sollst deine ekelhaften Torten bei dir behalten, wenn sie nicht im Kühlschrank haben. Was seid ihr denn für Freunde? Mir sind die wichtig. Nein, abgesehen davon passen die wirklich nicht da rein. Du verstehst nicht. Unser Kühlschrank ist sehr voll. Wir haben uns auf die Wirtschaftskrise vorbereitet, Aralani. Oh mein Gott. Ihr habt... Okay, warte, warte, was anderes. Barbara. Ja? Habt ihr eine Kühltasche? Eine Kühltasche? So eine ganz kleine. Ist nur für ein Tortenstück, das ich noch kaufen muss. Äh, holen muss, besorgen muss. Und da seid ihr ja. Kühltasche? Ich glaube nicht, dass wir eine Kühltasche haben. Was hätte ich zu mir vorbeigefahren? Ach, das bist du. Ach so. Moment. Hol die. Yo, was geht? Hallo, Adi-Party. Schrecklich. Wo geht's hin? Ich muss tatsächlich ganz kurz nach... Also eigentlich muss ich nach... Ich habe einen 19.30-Termin. Ich muss ganz schnell nach Palito und wieder runter. Und ich schaff's nicht zum Threatschrank. Das schaffen wir nicht in 20 Minuten, aber wir können's probieren. Wo musst du hin? Äh, Palito. Palito. Babylodge hast du gesagt, oder? Babylodge, genau. Okay, machen wir. Haben wir noch genug Tank? Ja, ja. Also ich brauche eine Kühltasche. Am besten jetzt... Also ich habe keine. Vielleicht haben die ja welche da in Palito. Ja, das wäre gut. Ja. Boah, ist so wichtig. Ich muss da mal ganz... Sollst du den Kuchen endlich wegschmeißen? Nein, das geht nicht. Es geht nur um ein anderes Tortenstück. Moment, ich muss noch fragen, ob die Worte noch eins da haben. Es geht um mich. Ich habe nämlich ganz viel Kuchen dabei. Wieso hast du Kuchen dabei? Ihr Arsch. Ja. Oh, achso. Solltest du übrigens auch geschlossen halten. Nix. Was denn? Ich habe ihr vorhin schon gesagt, sie soll mal statt die Beine breit machen, die Bibel breit aufschlagen. Nee. Ach nee. So schön ist das ich. Nee. Findest du das etwa toll? Merkst du ja. Klar, ne? Nee. Hast du denn bei Ivan schon deine Bibel aufgemacht, wenn du schon so fragst? Nein, deshalb meine ich. 1199. 10, 11, 19. Moment, eine Nummer mehr. Warte, ich muss mal nicht sagen. Sag, ich bin nur 1199. Was ist denn 1199? Moment. Hallo. Hallo. Baby, Leute, wenn ihr war, wunderschön gelaufen. Alles klar, sehr löschen. Ja, hallo. Hier, Barnes hier. Ich komme jetzt gleich vorbei. Genau, ich habe schon mit Ihren Kollegen geredet. Ich komme jetzt gleich vorbei. Schlüsselkarten bringen. Okay, ich habe davor noch eine Fahrt. Eine Frage, von der Hochzeit am Freitag, sind da vielleicht noch Tortenstücke übrig? Fantastisch. Nein, tut mir leid, das sind mir übrig. Der Kühlschrank wurde direkt geliebt. Ich glaube, das Brautpaar hat die Reste mitgenommen von der Torte. Da müssen Sie mal bei der Brautpaar nachfragen. Oh, das wäre eine Idee. Vielleicht mal, ja, das mache ich gleich, glaube ich mal. Okay, dann bin ich jetzt gleich in so, ja, so fünf Minütchen da. Keinen Stress, wie gesagt, wir sind da. Ja, bis gleich. Tschüss. Bis gleich, tschüss. Was willst du denn mit einem Tortenstück von einer fremden Hochzeit? Das war die erste Hochzeit, mit der ich auf meinem, also erstmal die erste Hochzeit, mit der ich auf einem, mit meinem, mit einem Partner überhaupt zusammen war und mit meinem Freund hat jetzt. Und deswegen möchte ich die Torte haben. Okay. Okay. Du fährst jetzt wegen einer Stücke. Nein, ich muss Schlüsselkarten tatsächlich abgeben, weil wir da übernachtet haben. Aber ich dachte, da kann man ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich würde es ja verstehen, wenn ihr da zusammengekommen wärt, aber ich hoffe, ihr werdet noch einige in Hochzeiten mehr miteinander besuchen. Ja, aber das ist was anderes, weil Larry hat es niemals zu Hochzeiten geschafft und ich war immer alleine da. Und jetzt ist das für mich eine schöne Erinnerung. Wir machen sich einen sehr schönen Abend. Okay. Wie viele Hochzeiten warst du jetzt schon? Drei oder vier tatsächlich. Gebst du auch das Kondom von eurem ersten Mal auf? Barbara, ist das dein Ernst? Ich finde, das ist was sehr Besonderes. Also wenn man schon den Kuchen aufhebt, dann kann man ja auch diesen Schritt gehen. Du kannst es ja auswaschen. Ist halt so ekelhaft, wisst ihr, ne? Aber das ist doch was viel Intimeres. Ich glaube, du lebst die Kuchen von drei Jahren auf. Ich habe die Nummer von dem Mann nicht, der da geheiratet hat. Scheiße. Eine Frau auch nicht. Soll ich denen jetzt angerufen und gefragt, ob die noch Tortenstücke haben? Nee, nicht mehr eins genommen. In der Kühltasche. Du denkst einfach, du bist verfressen. Nein, ich mache einen Ziff. Das stimmt wohl. Jetzt, wo sie es sagt, ne? Sie senkt einfach, du fährst nach oben. Und holst dir gleich mal so ein Stück Sahnetorte ab. Okay, hör zu. Ich habe gleich auch, ich habe gleich 19.30 Uhr einen wichtigen Termin. Und seid ihr noch ein bisschen da? Dann würde ich nämlich mit Taxi fahren heute. Klar, was denn für ein Termin? Für eine Überraschungsfeier. Aber du kannst mir bitte von der Straße fahren. Entschuldigung. Was für ein Termin? Für eine Überraschungsfeier. Oh. Ja. Was denn für eine Überraschungsfeier? Für wen? Für meinen Freund. Was denn für eine Überraschungsfeier? Geburtstag. Achso, okay. Wieso, was sagtest du denn? Achst du mir leid, ich habe heute einen Clown gegessen. Ja, ihr habt das Gefühl, das ist... Ich merke schon. Was ist denn los? Ich dachte so, als Dank, dass er mit dir zu einer Hochzeit gegangen ist. Boah, du bist so scheiße. Warum weißt du das? Es sind doch nur Torten, die ich sammle. Das ist doch schön. Das ist verliebt. Warum tut immer jeder so, als wäre das irgendwas Schlimmes? Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Das ist aber auch irgendwas komisches. Wieso hält man sich Tortenstücke für immer auf? Weil es einfach so entstanden ist. Ja, aber hast du schon mal eine Chorge reingeschnitten? Nachdem man reingeschnitten hat, sehen die nicht mehr schön aus. Die sind ja deswegen eingefroren und Kaya ist jetzt mal eine Tortensitterin. Ja, ich habe auch überlegt, bei Digital Dean, bei Digital Dean, extra Kühlschrank zu kaufen? Nee, einen Kühlschrank, fragt man einen kleinen extra Kühlschrank kaufen kann. Das habe ich doch gerade gesagt. Ach, hä, du hast gesagt PC oder Monitor oder so. Ich habe gesagt einen extra Kühlschrank. Ich rufe da jetzt an, er reicht mir jetzt wirklich. Mach ich das mal. Dass es keiner verstehen kann. Ich finde das eine schöne Erinnerung. Ach ja, also ich hieb Blumen auf. Ja, Blumen oder keine Ahnung, die Einladungskarte. Die kann man trocknen, aber die Torten kannst du dir nie wieder angucken. Sobald die einmal in Frost sitzen, sind die schon wieder scheiße. Die sind schon, obwohl die tiefgefroren sind, irgendwann kacke. Ich rufe da jetzt an, Moment. Das ist Milch. Da ist Milch, da ist Sand drin, da ist alles drin. Ist man ja auch. Ah, hier, links. Alles Taxi Hallöchen. Ja, hallo, Barnes, mein Name. Ich habe noch eine kurze Frage. Haben Sie auch kleine Minikühlschränke? Ich habe aber davor noch zwei. Leider nicht im Sortiment. Aber ich kann mich gerne mal erkundigen und Sie dann einmal anrufen, sobald Sie etwas näheres weiß. Oh, das wäre super. Das wäre wirklich super. Vielen, vielen Dank. Alles klar, sind gleich da. Unter der Nummer, die Sie da anrufen. Genau, Tschüssi. Ja, genau, unter der Nummer. Ariane Barnes. Ariane Barnes, alles klar. Und dann melde ich mich wieder, ja? Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Vielleicht die, die davor, die schon gegangen sind. So, ich beeile mich, ja? Bleib hier. Hallöchen. Hallöchen, guten Abend. Ich muss mich leider, ich muss mich leider beeilen, es tut mir so leid, weil ich noch einen Nachfolge-Termin habe. Alles gut. Genau, die Karten, da hätte ich einmal, genau, einmal die hier und einmal die hier. Herzlichen Dank. Hatten Sie einen schönen Aufenthalt? Einen sehr schönen Aufenthalt, ja. Vielen, vielen Dank nochmal. Und das war auch eine wunderschöne Hochzeit, die hier stattgefunden hat. Also es war alles wirklich ganz toll. Wir wurden gut versorgt. Sehr gut, das freut mich so, Herr. Und dann haben wir alles richtig gemacht. Ja, oh, Sekunde, Sekunde. Alles gut. Ja, hallo. Hallo, Scarlett, die Stelle, störe ich gerade? Ne, ich bin nur noch in Palito und werde gleich runter in die Stadt eilen. Ich wollte nur fragen, ist es okay, wenn wir uns direkt an den Pegasus-Apartment treffen, da, wo ich das auch machen würde, gerne? Ach, natürlich, klar. Okay, dann bin ich um 19.30 Uhr an den Pegasus-Apartment. Alles klar, bis gleich. Ja, bis gleich. So, okay, Entschuldigung. Viel zu tun, alles gut, kann ich verstehen. Heute ist so ein Erledigungstag einfach, genau. Und die Kaution wird dann automatisch zurück überwiesen an den Herr Kuriam. Okay, perfekt. Das ist richtig, das machen wir automatisch. Er hat die auch direkt die Zimmer mitbezahlt, also dementsprechend können wir das gleich direkt erledigen. Oh, fantastisch, gut. Das ist kein Problem. Eigentlich würde ich mich jetzt auch länger mit Ihnen unterhalten, weil das wirklich schön war und ich auch noch ein paar Fragen habe, aber ich komme die Tage noch mal auf Sie zu. Ich bin die ganze Woche im Dienst, kommen Sie gerne vorbei. Ab 18.30 Uhr sind wir meistens vor Ort. 18.30 Uhr? Oh, super, perfekt. Okay, danke schön und einen schönen Tag in China. Sehr gerne. Ihnen auch, passen Sie gut auf sich auch. Sie auch auf sich, tschüss. Danke schön, einen schönen Abend. Ebenso, ciao. Ähm, miss, hallo? Ähm. Ähm. Ich glaube, die Taxi steht drüben. Ich bin mir einfach... Entschuldigung. Ich war sehr probiert jetzt. Das war aber feinlich. Ich war richtig hart probiert. Ach, du bist mir... Ich will dir eine Fahrt geben. Ah, Pegasus-Erfahrt, bitte. Wir waren, meine Güte. Schatt, fuck. Gut. Meine Güte, tschüss. Ich weiß nicht, ich konnte mit der Situation in China... Warum sehen die beiden so anders aus? Das war schon lustig, wie selbst so, wirst du da eingestiegen bist. Ja, wunderbar. Äh, Pegasus-Apartment-mäßig. Mhm. Oh, das noch eine erste Mist-Gut-Schreibe. Do you believe? Liebe, 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 liebe. Aber, Barbie, das reicht schon, Lisa. I can feel something inside this thing. I really don't think you're strong in... No. Gut. Barbie, ich will jetzt eine blonde Perücke aufsetzen und mir ein Interview machen. Und irgendwann mittendrin fängst du einfach an, das zu singen. Ja, warum nicht? Ich muss es schaffen, dass heute Aphrodonis oder Brodinger aufmacht. Macht Brodinger nicht heute vielleicht sogar auf? Ihr habt so eine Wittermode bei Aphrodonis! Da habe ich gerade eine Nachricht gekriegt. Was? Oh, ja, vielleicht haben die ja gerade auf. Guck doch mal nach, bitte. Oh nein, das ist doch für den Tag. Ich habe einen Termin. Gleich ist alles weg. Ja, dann wissen wir, was wir jetzt gleich machen. Mix, ne? Wir stempeln uns kurz aus. Warte, Moment. Reif will gerade in unserem Laden finden Sie Herbst. Stöbern Sie. Wir haben heute von 20 Uhr bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Okay, ich mache meinen Termin. Und dann bin ich sofort da. Weißt du, was wir machen, wenn wir dann da reingehen? Was denn? Und dann unsere Sachen einkaufen. Wir werden sagen, das ist doch elegant. Wieso nicht? Das bin ich. Ein bisschen verrückt, aber doch bodenständig. Wieso nicht? Das bin ich. Oh mein Gott. Max, du musst da nicht mehr Sachen für mich anprobieren. Und ich muss jetzt ganz schnell meine Termin machen. Und dann treffen wir uns beim Aphrodonis um 20 Uhr. Warte mal kurz, ich wiederhole das bitte. Moment, Moment. Hallo? Ich bin dann hoffentlich auch eingeladen, ne? Barbara, du sowieso. Max ist ja immer so beschäftigt. Ähm, wollt ihr eine Part? Ich bin seit drei Wochen nicht da, aber ja. Du hast sehr viel verpasst, aber. Ach, weiß ich tatsächlich nicht. Mich ruft niemand an, niemand fragt, wie es mir geht. Ich stand nicht verpasst. Ich habe dich total oft angerufen. Guck mal, bitte noch mal auf dein Telefon. Du, warte, Freis hat mich angerufen. Was will der von mir? Ja, wegen dem Date. Wegen dem Date? Oh nee, was will der denn fragen? Weiß ich, aber ich habe ihm geschrieben, ich möchte, dass das wie Herzblatt aufgebaut ist, dass du Fragen stellen kannst und die müssen nicht beantworten. Oh Gott, das ist wie eine sehr furchtbar. Warte mal, wiederhole ich jetzt, was soll ich nochmal machen? Das ist eine fantastische Idee, ich schreibe mir ein paar Fragen auf, die ich unbedingt wissen möchte. Das Wichtigste an einem Mann. Was soll ich jetzt nochmal machen? Ähm, gleich beim Aphrodonis nur ein paar Männer Sachen anprobieren. Ich will nur Kleinigkeiten einfach nur mitnehmen. Also eben für einen Teil. Anne, das ist nicht Larry. Ich weiß, das weißt du doch gar nicht. Willst du für Larry was kaufen? Hä? Hä, doch nicht. Nein, nicht für Larry. Ich will nur eine Freude einfach machen, weil der hat jetzt auch die Zimmer bezahlt und ich fühle mich ein bisschen schlecht dabei. Na ja, du musst Klein anfangen. Wenn du dem jetzt schon solche Geschenke machst, was machst du denn dann an Weihnachten? Dann kannst du dem keine Socken mehr schenken, dann musst du dir Mühe geben. Nein, ich kann mich immer steigern. Ich habe mich in den drei Jahren mit Larry immer wieder gesteigert. und ich bin immer noch nicht, äh, mein Kontingent ist noch nicht erschöpft, äh, Dingsda. Okay. Also ich habe gar keine Lust, mich überhaupt zu steigern, ne? Das tut man alles für die Liebe. Ach, die Liebe. Das habe ich 40 Jahre gemacht. Guck, wo ich gelandet bin. Bei Herr Kowalski weit. Aber Herr Kowalski, bitte? Wieso Kowalski? Weil ich möchte, dass Barbara mit Herr Kowalski zusammenkommt. Nee, das will ich nicht. Max, der hat Ballets ist echt lieb zu dir, bitte. Das ist jetzt so lange schon her. Ja, das ist auch okay. Und Mörn und so weiter. Aber er hat sich noch nie wirklich richtig bei mir entschuldigt, meine Güte. Aha. Hast du ihn mal nochmal darauf angesprochen, dass er das geht? Ich will Gott sagen, das ist seine Aufgabe. Er ist der Schild. Ja, aber er ist alt, er hat das vergessen. Sicherlich. Aber wer ist der denn? Schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht so, irgendwas mit 50 wahrscheinlich. Ach ja, das ist ihr gutes Alter. Wer ist jetzt 40 gewesen? Das weiß ich nicht, nee. Aber du bist aber auch 40. Ich weiß, ich weiß. Siehst du das etwa auf ältere Babi? Ich bin 40 Jahre alt, wusstet ihr das? Jetzt wirklich? Ja, ich bin 40. Ich bin 40, doch Ariane, willst du meinen Ausweis sehen? Scheiße! Geld würde sie auch machen, beim Faden keine Gucci. Entschuldigung. Ich habe wirklich ein klautiges Frühstück. Da, guck. Comedy King. Hast du gesehen? Boah, 1980, ich habe noch nie deinen Ausweis gesehen. Also ich tatsächlich finde ich gar nicht, dass das so alt ist. Ich bin 40. Ja, also mit der 4 fängt erstmal alles an, ne? Das ist der sexy time. So ist es, so ist es. Da hat man so seine hohen Jahre erst erreicht. Also seine hohen Jahre der Erotiken. Jetzt weiß ich mittlerweile genau, wie man den Knüppel, den Schaltknüppel anfassen muss. Ja, eine Erfahrung. Mit 20 wusste ich das. Doch, wusste ich. Eigentlich wusste ich das schon immer. Na, tut, hat er den einmal zu tun. Ihr wisst es ja, ne? Aber trotzdem. Ich, äh, da sollte noch der Herr Tramley mit, aber ich hoffe, der vergisst das. Bei dem würde ich nicht mit ihr sehen. Der ist sehr frech. Der ist so tremblech. Oh nee, jeder Mann ist frech. Der ist Sheriff im Norden, da mit den grauen Haaren, der. Bin ich nicht. Ich habe da schon was gesagt, oder? Der riecht an Kuhkacke. Was? Was? Ehh. Also der geht immer raus. Der ist eine perversen will ich nicht. Wenn die schon an Kuhscheiß riechen wollen, dass ich den auf die Brust kacke. Da bin ich mir zu schön für. Wo geht's nochmal hin? Pegasus Apaka. Ja, Pegasus Apaka. Oh mein Gott, die waren da gerade. Scheiße, ich wusste, ich bin da nicht am Temmys. Da wohnt jetzt die neue Bonze Ariane Barnes. Ja, da wohnt es da. Ja. Die wohnt da, warum? Äh, wie kannst du dir das leisten? Ja, ich bin bei meinem Freund eingezogen. So schnell? Ja. Ariane, ihr wisst doch noch gar nicht, was eure Lieblingsfarbe ist. Doch, seine ist rot. Oh und, weiß er, was deine ist? Natürlich. Was ist denn deine? Das wächst immer. Jetzt meine auch rot. Ach, ja, das würde ich jetzt auch sagen, ne. Damit ich immer was richtiges sagen kann. Die ist meine Lieblingsfarbe aktuell roter. Was ist deine Augenfarbe? Seine Augenfarbe oder meine? Seine. Blau. Der nicht Japaner? Ja. Ein sehr hübscher Mann. Also ich frag gar nicht nach. Egal. Barbara, auch Japaner haben blaue Augen. Was ist denn mit dir? Was hast du gegen Japaner? Bitte, Barbara. Ich lebe einfach in dieser Stadt. Jeder Mensch ist hier so besonders individuell. Ich finde das toll. Den Pullover, den du bekommen hast, den hat er übrigens gekauft. Ich hatte kein Geld bei. Ich dachte, der ist von dir im Ex. Ach so, okay. Er ist auch extra nochmal dahin. Dann hat er gesagt, wenn deine Freundin einen Pullover möchte, dann holen wir den jetzt auch. Mein Gott. Barbara, wenn da jetzt die Frau war, mit der ich den Termin habe, ne? Ja, meine Güte. Ich hab dich nur gefragt. Hier links. Links. Ja, so ist es. Super. Danke. Bis gleich. Ich meld mich, ja? Tschüss. Tschüss. Wo geht's? Wo geht's hin, Max? Okay. Hallöchen. Guten Abend. Guten Abend. Cooles Auto. Ja, ein Speedo halt, ne? Ja. Wir müssen einmal ganz kurz durch das Treppenhaus, um hier auf den Hinterhof zu kommen. Okay. Ich folge Ihnen einfach. Ja. So, das wäre dann einmal bei Kurayame. Mhm. Moment. Ist offen. So. Dann einmal auf den Hinterhof. Mhm. So, tut mir leid, das war jetzt alles gerade so stressig, aber ich bin froh, ich es noch letztendlich geschafft habe. Okay, ansonsten hätten wir das auch gerne verschieben können. Nee, ach, alles gut. Aber jetzt sind wir ja da. Genau. Ja, oh, ich weiß gar nicht, wie man das macht, aber ich kann Ihnen vielleicht mal zeigen, was für Ideen ich so hätte. Mhm. Ich weiß nicht, kennen Sie diese orangenen oder eher so rötigen asiatischen Laternen? Die auch an der Tankstelle sind, ne? Genau, genau. Mhm. Und da habe ich überlegt, dass man vielleicht hier so ein paar aufhängen kann und allgemein so ein bisschen mit diesem Laternen halt spielen kann. Mhm. Soll es der komplette Bereich hier werden oder auch hier da gegenüber? Ja, ist halt die Frage. Ich hätte den Kirschblütenbaum nämlich tatsächlich sehr prominent platziert und hatte auch überlegt, ob man eventuell doch diesen ruhigeren Bereich da vorne nimmt und da vielleicht noch so ein bisschen was drumrum macht. Aber das muss ich Ihrer Kreativität überlassen, weil ich nicht weiß, was so wirklich möglich ist. Mhm. Die Sache ist ja, hier haben wir den Pool. Es wird Winter sein. Ich weiß nicht, ob der abgelassen oder beheizt sein wird, nicht, dass da jemand rein stolpert. Ja, ja. Also Pool, äh, glaube ich, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob der beheizt wird oder so. Ich wohne nicht noch nicht so lange hier. Ja, also Sie haben jedenfalls die freie Verfügung, ob wir eine Seite, die andere oder beides nutzen. Okay, das hört sich gut herum. Moment, Moment. Ich rufe dich gleich zurück. Okay. Ähm, ja, dann würde ich, dann gehen wir mal zu der anderen Seite. Ich glaube, das ist halt sehr passend, das bietet sich irgendwie an und da hätte ich gern so, ja, so ein bisschen romantisch und da auch viele Pärchen da. Mhm. Und da ist ja auch dieser schöne Springbrunnen und sowas. Genau. Wenn man vielleicht sogar den Kirschblütenbaum hier in die Mitte einfach packen würde, in die Mitte von, ja, diesem kleinen Steinpark. Mhm, ja, ich kann mir das da gut vorstellen. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das möglich ist, wenn man irgendwo noch so rosa Fake-Blüten herbekommt und die so ein bisschen auf dem Boden platzieren könnte, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger. Hm, schwierig, aber ich hätte eine Idee, die es vielleicht nicht unmöglich macht. Okay, interessant. Da möchte ich Ihnen nicht zu viel versprechen, aber ich werde mal schauen, was ich hinkriege. Okay, okay, gut. Genau, wenn man dann hier noch, ähm, bei dem Kirschblütenbaum, äh, eine Bank hinsetzt, so eine süße Holzbank einfach. Eine einzelne. Eine einzelne, genau. Direkt darunter? Hm, ja, das wäre super. Mhm. Wenn Sie insbesondere Wert auf, ähm, die Sitzecke, die wir bei dem, bei dem Pool mit dabei haben, legen, das können wir Ihnen auch gerne hier mit, äh, drüber aufbauen. Oh, das wäre, das wäre natürlich sogar noch besser. Mhm. Wir haben ja hier mehr als genug Platz. Ja, das stimmt. Ne, das, das wäre cool. Das finde ich gut. Mhm. So können die Leute auch tanzen und so, das vielleicht auch noch, äh, also, hier jetzt nicht unbedingt eine Tanzfläche hinbauen, aber das, hier ist ja ein bisschen, hier ist ja kein Pool mehr. Ja, hier ist ja kein Pool. Sollen wir das dann einfach hier rundherum so ein bisschen verteilen, diese Sitzecken? Genau, wollte ich, ich wollte auch gerade vorschlagen, dass wir einfach nur diesen Ort nehmen, dass wir, äh, auf der anderen Seite gar nichts machen, sondern dass sie sich hier so vollkommen austoben können. Ja, das klingt auch gut. Ja. Dann die Lampignons hier wahrscheinlich auch noch gut verteilen. Ja. Einfach alles möglichst, ähm, japanisch aussehen lassen. Ich glaube tatsächlich, äh, so ein bisschen Heimatgefühl würde Ihnen ganz gut tun. Mhm. Ähm. Was war das, was wir planen? Ich glaube, Sie hatten einen Geburtstag? Äh, genau, eine Geburtstagsfeier, eine Überraschungsfeier und, ähm, die, äh, er hat am 24. Geburtstag und da würden wir das dann halt am 27. nachbringen. Okay. Gut. Hatten Sie sonst noch irgendwelche Vorstellungen oder Ideen? Das Problem ist immer, dass ich nicht weiß, was wirklich möglich ist. Ich, ähm, hab natürlich, äh, Ideen, die, äh, nicht so wirklich, sowas wie Kimonos oder so, aber das ist natürlich, da muss man eine Schneiderei beauftragen und ich weiß, dass sowas sehr, sehr lange dauern kann und eigentlich auch, äh, oft nicht möglich ist. Schon probiert. Ähm. Ähm, ich hätte gerne das, äh, Genki hier und da habe ich tatsächlich den Besitzer auch gefragt. Da wollte er sich nämlich jetzt erkundigen, ob, ähm, man das Leibgericht, äh, von der Person eventuell einmalig, dauerhaft ist es egal, äh, kreieren könnte. Und das wäre Karage. Er weiß da auch Bescheid. Ich weiß nicht, ob Sie sich da nochmal mit dem Kurt stießen könnten. Mhm. Ähm, da sind wir quasi schon einen Schritt weiter bei den Caterern. Ähm, ich bin aktuell beim, vom Kopf her noch primär beim Aufbau, aber wir können da gerne den Bogen rumschlagen, nämlich zum Barbereich. Ah, hm. Wo hätten Sie den denn gerne aufgebaut? Mal schauen. Oh, ich glaube tatsächlich, äh, da vorne, das würde sich eignen. Die ganze Ecke da vorne einfach. Mhm. Weil dann kann man nämlich hier auch, wenn, dann ist das hier nicht so voll, dann können sich Leute hier so ein bisschen ausruhen und wenn da vielleicht sogar Musik gespielt wird, kann man sich da auch noch ein bisschen ausruhen. Mhm. Ja. Okay. Und das Genki soll dann komplett, äh, Essen und, äh, Getränke übernehmen? Ja. Definitiv. Gut. Damit es thematisch auch direkt dabei bleibt. Mhm. Ähm, sollen wir das Genki dann nebenher noch organisieren und, äh, koordinieren oder haben Sie da schon mehr gemacht? Also ich habe bis jetzt nur angefragt, ob man dieses, äh, Karage, und so frittierte Hähnchenstückchen, ob man die irgendwie besorgen könnte. Und er wusste auch, was es ist und er meint, er müsste es wenn, dann, äh, auch vor Ort frisch machen. Mhm. Und, äh, wird sich da jetzt erkundigen. Mhm. Okay, gut. Ja. Dann, äh, Sie hatten ja schon Musik, äh, angedeutet. Soll es eine kleine, eine etwas größere Bühne hier geben? Wünschen Sie einen DJ oder sogar Live-Künstler? Kiki würde sich ja zum Beispiel anbieten. Äh, da ist die Frage, ähm, singt sie eventuell auch auf Japanisch? Ja, hat sie mit dabei in ihren Songs? Dann würde ich tatsächlich, ähm, also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte eigentlich sogar überlegt, einfach nur atmosphärische japanische Musik zu spielen. Einfach, dass Leute sich trotzdem unterhalten können, deswegen da schwank ich gerade noch ein bisschen. Ähm. Hm. Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Ja. Ihre Feier wird ja sicherlich länger als eine halbe Stunde gehen. Ja. Die Live-Künstler treten auch in der Regel nur so im Schnitt eine halbe Stunde auf. Und danach oder dazwischen könnte man eben den DJ mit reinbringen. Okay, dann würde ich auf jeden Fall, genau, wenn das gehen würde, diese Kiki, wenn sie japanische Lieder singen könnte. Vielleicht hat sie auch ein, da müsste man mal fangen, ob sie ein etwas, ähm, langsameres Lied, ein langsameres japanisches Lied hat. Und, ach, muss ich jetzt, ich feiere für meine Freunde ein bisschen romantisch halt. Mhm. Haben Sie ein bestimmtes im Sinn? Ich habe zu viele im Sinn, ähm. Okay, müssen Sie ja nicht heute direkt machen, aber gehen Sie gerne mal in sich und schicken mir den Titel dann per SMS, weil ich würde das sicherlich falsch schreiben. Hm. Ähm. Wieder Frage? Genau. Dann ist natürlich auch wichtig zu wissen, wann soll das Ganze starten und wie lange soll es ungefähr gehen? Das schreibe ich mir dann direkt nämlich mit auf, damit ich, weil ich vergesse immer so viel in letzter Zeit. Sie bekommen im Anschluss von uns sowieso eine komplett detaillierte Auftragsbestätigung. Das ist ja perfekt. Äh, das Ganze wäre cool, wenn es um 19 Uhr schon starten würde. Mhm. Und bis wann maximal? Wenn es darüber hinaus ist, ist es nicht dramatisch, aber wenn wir zum Beispiel das Gatering oder zum Beispiel die Security-Van gewünscht ordern, dann wollen die natürlich wissen, was sollen sie einplanen? Äh, da würde ich tatsächlich sagen bis 0 Uhr. Mhm. Ja. Ähm, ist Security zwingend notwendig, weil es werden lauter, ähm, Pediler nur hier sein. Das ist Ihre Entscheidung, aber zwangsläufig nicht. Sie sind ja hier in einem sehr abgesicherten Bereich. Ja, deswegen frage ich. Also man kommt nicht so leicht hierhin tatsächlich. Mhm. Ja. Also ich denke ich, können Sie darauf verzichten. Ja, das würde ich machen. Also zur Not, ich werde mich da nochmal mit einer Freundin kurz schließen, kann ich ja dann immer noch, äh, Sie anrufen, ne? Mhm. Ja. Ja. Tatsächlich wird das, glaube ich, eine kleinere Runde. Das werden definitiv nicht mehr als 20 Leute sein. Mhm. Okay. Ähm, wenn das Genki hier ist, ähm, geht das alles auf eine Rechnung oder soll jeder für sich selbst zahlen? Das würde auf meine Rechnung gehen, da muss ich aber definitiv eine maximal, äh, ich hab sowieso ein bisschen Angst wegen dem Preis, aber ich hab schon so ein bisschen für mich ein Limit gesetzt. Mhm. Ähm, genau, dann frage ich direkt mal ganz konkret, wo liegt denn Ihr Budget-Limit? Also, eigentlich maximal bis 10.000, aber wenn es da drüber ist, ein bisschen könnte ich es auch verkosten. Mhm. Ähm, ich denke, das können wir einhalten, gerade weil die Security, die ist meist der höchste Kostenpunkt wegfällt, ähm, am teuersten würde wahrscheinlich Kiki, äh, werden. Mhm. Die, ähm, ja klar, so ein kleines K-Pop-Idol, ne, lässt sich entsprechend bezahlen. Ja. Natürlich, ja, verdient, verdient. Aber ich denke, äh, die 10.000 sollten wir locker einhalten können. Okay, das ist super. Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen überlegen wegen der atmosphärischen Musik, ähm, ein DJ, ähm, ich mag Klaviermusik auch total gerne, aber es gibt ja so, ich muss mich da erstmal reinfuchsen, weil das ist auch für mich alles neu. Mhm. Es gibt ja ganz viele japanische Filme und auch so Zeichnickfilme und Spiele und sowas alles, wo ich gerne eigentlich Klavierstücke hätte, die, ähm, aus diesem Genre sind, die aber dann selbst gespielt sind, damit die Leute auch mit dem Handy hier ganz in Ruhe filmen können. Ist sowas möglich? Mhm. Heißt, wir sollen ein Klavier aufstellen. Ja, und dann bräuchte man jemanden, der spielt. Genau. Da würde ich mich mal umhören. Mhm. Da würde mir ad hoc niemand einfallen, aber das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist. Okay. Okay. Ist das dann statt dem DJ oder zusätzlich? Ich bin so unentschlossen immer noch im DJ, weil es da noch ein paar andere Probleme gibt, die ich, äh, noch klären müsste, äh, mit meinem Freund. Der mag tatsächlich nicht so meine Lieblingspensys, äh, Epidemic-Sounds und da ist ja nicht so für. Ähm, aber das werde ich noch alles klären, irgendwie. Mhm. Ja, okay, der DJ könnte natürlich auch diese Klavierstücke, äh, man, das ist echt schwierig gerade. Na, ich würde sagen, ich versuche mal jemanden, der Klavier spielt, vor allem über so einen langen Zeitraum hinweg zu finden. Ja. Würde ihnen dann Bescheid geben. Und ansonsten, ähm, wenn sie der Thematik treu bleiben möchten, gäbe es DJ Nisan, das wäre Satoshi Sakagami. Oh, ein bisschen was vergessen mit dem Klavier. Der Name gefällt mir schon. Okay. Ist richtig. Genau. Es ist nur wichtig, dass tatsächlich, ähm, bei der Musik, dass, ähm, er von dieser Band, Epidemic-Sounds ist. Alles andere wäre schwierig, auch für mich. Ich verstehe. Für mich, genau. Und, äh, dass dann alles ein bisschen, äh, asiatisch angehaucht ist. Also japanisch natürlich, aber koreanisch würde auch gehen. Mhm. Gut, ich denke, äh, das sollten wir hinkriegen. Ich verstehe auf jeden Fall, was Sie meinen. Ja, ja. Gut. Und ansonsten, wenn Sie hier und da noch eine kleine Lampe, wenn Sie irgendwas in der Art finden, was passen würde, dann lasse ich Ihnen komplett freie Hand hier. Ja. Ich denke, ähm, ich würde hier generell dann mehrere gemütliche Sitzecken auch verteilen lassen. Oh, schön. Und, ähm, achso, wir sind jetzt so ein bisschen von der Bühne abgekommen. Soll es überhaupt eine kleine Bühne werden, oder? Ich, die Bühne würde ich, ich, also wenn es für Kiki okay ist, äh, einfach nur ein Mikro hinstellen. Ich meine, sie kann ja alles als Bühne benutzen. Mhm. Ja. Okay. Und, ja, der DJ kann ja sein Pult dann auch mobil mitnehmen. Genau, genau. Okay. Gut. Mhm, 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 mhm. Ja, also ich habe alle Infos, die ich bräuchte. Okay, super. Freue ich mich. Genau, ähm, mhm, 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 mhm. Ne, das ist ja relativ entspannt. Entspannt? Ja. Okay. Ich dachte jetzt, ja, das ist so, das wird super stressig für sie, weil das so speziell ist. Ne, so speziell ist das gar nicht. Okay. Okay, dann eine Sache, oh Gott, eine Sache habe ich noch. Kann man, weil das wird ja die Abendstunden sein, kann man vom Licht her vielleicht, ähm, mhm, ein bisschen ein wärmeres Licht, ich weiß nicht, ob man vielleicht kleine Kerzen irgendwie aufstellt und, äh, jetzt kommt's, das, wenn's nicht geht, ist okay. Kann man diesen Kirschblütenbaum in der Nacht, also eben am Abend, vielleicht mit einem, ja, so pinken Licht anstrahlen, sodass das alles noch ein bisschen pinker ist oder ist das, oder was meinen Sie, oder ist das zu viel? Hm, das hängt ein bisschen von der Lichtintensität ab. Da müsste ich mal schauen, was ich da zur Verfügung habe, weil das ist immer ganz unterschiedlich. Okay. Hm. Aber ich notiere mir das mal. Okay, gut. Ansonsten von den Farben, äh, ist tatsächlich auch sehr viel, äh, sehr viel Rot wär ganz schön. Das ist eine Lieblingsfarbe. Mhm. Gut, das passt ja dann auch zu den roten Lampignons. Mhm. Wenn wir das dann noch ein bisschen mit aufgreifen, sollte das auf jeden Fall gehen. Perfekt, perfekt. Dankeschön. Achso, eine wichtige Sache ist mir grad noch eingefallen. Mhm. Ähm. Haben Sie Dynasty schon wegen der Nutzung des Platzes angefragt? Oh nein, hab ich gar nicht. Muss ich das noch? Äh, das wäre die Frage, ob wir das auch mit übernehmen sollen. Ja, bitte übernehmen Sie das nicht, äh. Okay. Ja, gut. Weil Dynasty irgendwie zu erreichen ist bei mir immer so schwierig. Mhm. Ja. Nee, dann machen wir das und wir würden auch den, den Nachbarn dann ein paar Zettel einwerfen, dass es hier an dem Abend dann vielleicht etwas lauter werden könnte. Oh, das, oh, das ist ja Rundum-Service. Fantastisch. Natürlich. Ja. Toll. Gut. Hm. Würde Ihnen sonst noch was einfallen? Hm. Aktuell nicht. Ich überlege grad, was man noch so als Deko-Element nehmen kann, aber wie gesagt, da wären sie wahrscheinlich mehr, mehr, ähm. Okay. Okay. Eine Sache noch. Mhm. Es gibt, gibt es eine Möglichkeit. Ähm, ein, ähm, ich, ich würde, glaube ich, gerne eine Zeichnung von Ihnen anfertigen lassen. Und gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie hier zu platzieren oder sowas wie Happy Birthday, äh, Jostgen, wäre sowas möglich mit so einer kleinen Zeichnung von Ihnen oder vielleicht mit so einem Parkiersprünken? Hm, das wird wahrscheinlich schwierig. Okay, okay. Ähm, das könnte sich bis Dezember geändert haben. Mhm. Das weiß ich noch nicht, aber, ähm, nach aktuellem Stand ist das leider schwierig. Verstehe. Gut. Gut. Das war's denn jetzt aber auch wirklich. Mhm. Aber ich notiere mir das trotzdem mal mit. Ähm, und sollte sich da irgendwas daran ändern, haben Sie sicherlich ein Bild parat? Äh, ja, ich würde, ich würde mich dann schnell drum kümmern. Mhm. Okay. Ja, den Tod hatte ich noch überlegt, aber ich glaube, dass jetzt langsam auch Tomatschweiler ist nicht so viel Süßes. Ich glaube, da ist das Genki schon viel, viel besser. Mhm. Mhm. Ach, apropos Genki, was halten Sie dann davon, wenn wir mit denen abklären, dass Sie ein, zum Beispiel einen Sageempfang machen? Das wäre, das wäre, also ja. Sehr, sehr viel ja. Äh, sehr, sehr viel ja. Das ist eine gute Idee. Okay, ist ebenfalls notiert. Oh, fantastisch. Ich freue mich jetzt schon auf den 27. Ja. Gut. Dann habe ich das dahingehend alles notiert. Mhm. Ähm. Wie versprochen, Sie würden, ich denke mal, spätestens morgen von mir eine detaillierte Auftragsbestätigung bekommen. Mhm. Und die bräuchte ich allerdings unterzeichnet zurück. Okay, alles klar. Und sollte Ihnen dann dazwischen noch irgendwas einfallen, ich kann bis, ich sag mal, 10. 12. an dem Aufbau oder an dem Bauplan noch Änderungen vornehmen. Also gerne anfragen, anrufen, anschreiben, wie auch immer und dann schaue ich, was sich umsetzen lässt. Super. Oh, ich freue mich wirklich. Ich bin gut bei Ihnen aufgehoben. Und das freut mich zu hören. Danke. Fantastisch. Okay. Ja. Gut, dann, ich gebe Ihnen jetzt nämlich auch noch einen Tipp. Aphrodonis hat Winter- und Herbstmode und jetzt gehe ich dahin. Ah, okay. Die haben heute offen ab 20 Uhr bis 22 Uhr. Okay. So, ich werde nämlich vorher noch auf die Toilette gehen. Ja. Also falls Sie gleich Feierabend machen können und eventuell nichts zu tun haben. Ach ja, ich bevorzuge nur leider Brodinger. Ah, okay, okay. Ja, ich würde mich wundern, wenn die das nicht auch hätten tatsächlich. Ja, ich werde mal die Augen offen halten. Okay. Okay. Dann, Sekunde. Ist offen. So. Ich schließe ihn hier nochmal auf. Und nochmal da abschließen. So. Okay. Dann vielen, vielen Dank und passen Sie auf sich auf. Und ich melde mich bei Ihnen und schicke Ihnen das Unterschrieben zurück. Super. Danke auch für die Zeit und den Auftrag und bis bald. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott. Das wird ja... Ich werde wahrscheinlich noch ganz viele Ideen mit Ariane haben. Das wird ja richtig toll. Oh, mit den Scheinwerfern hätte ich halt gerne, ne? Okay, weil Ariane muss jetzt rennen. Das ist Ariane Aphodonis, ne? So. Ich muss ganz kurz pinkeln. Bis gleich. Moment. Und da. Töne. Auf den hohen. Oh, mit Satz. So, also, genau, wollte ich gerade übrigens fragen, ich hoffe, ja, auf dem Discord, dass natürlich sich alle, also erstmal sollten die beiden heiraten, hoffe ich natürlich, dass ihr euch alle schick anzieht, ne, ich werde das kontrollieren auf dem Discord, ob es da Fotos gab, das wollte ich euch generell mal kurz sagen, ne, und zum Geburtstag natürlich gucke ich auch, was ihr euch da so für Geburtstagssachen klar gemacht habt, ne, ist sehr wichtig, ne, weil letztens haben Leute sowas schon gepostet irgendwie und ich fand das sehr witzig, die Idee, dass sich alle dazu anziehen, save, check, 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 super, sehr toll, ihr seid so süß, ne, es ist ganz schrecklich seid ihr, ich freue mich halt immer, wenn Leute sich freuen und ich freue mich, dass bei dem RP sich gerade so viele Leute freuen, das verteidige ich auch des Todes, wenn da irgendjemand was sagen sollte, hat keiner was gesagt, ne, aber ihr alle im Wellenshirt, ah, so gut, aber ich will ja noch mehr Charaktere, also wenn ich was mache mit Ariane, will ich immer viele Charaktere einbinden und ich bin doch überlegen, ob sie nochmal separat zum Bäcker geht und da fragt, ob man irgendetwas machen kann, eine Wellentorte, jo, aber das geht ja, das kann ich hier nicht machen. Oh, Hallöchen! Hallöchen! So. Äh, ich, ich war gerade mit der Frau von Alice Moments hier und hab die Geburtstagsfeier geplant. Äh, du weißt doch Bescheid, oder? 27. Ne, ne, was, so, wie, was? Also erst mal am 27. hat ja Ray Geburtstag. Das, weißt du doch, oder? 27.12. Also wir sind eigentlich über Weihnachten nicht hier. Ist die auch nicht über Weihnachten nicht? Also am... Ja, also eigentlich hab ich gesagt... Ach so! ...das, wie, gedacht, dass wir nicht... Also ich kann sie nochmal unauffällig fragen, aber 20. bis 27. hat er eigentlich geplant. Ach so, ja, okay, wenn's nicht klappt, dann ist das natürlich auch okay. Ähm... Gott, ich glaub, es fehlt ein sehr einsamer Wein. Ich krieg ein bisschen PTSD, weil wir sowas schon mal für mehr weiter weiß geplant haben. Oh, okay. Ist nicht so gut ausgegangen. Ja. Ja, das ist dann ungünstig. Ne, aber ich, ich frage, ich kann sie nochmal unauffällig fragen, weil dann am quasi 27. dann abends wieder hier sind und was genau der Plan ist, ne? Also, wenn du möchtest, natürlich. Ja, sehr gerne. Also ich würd mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. So, ne, also, äh, so mal hinbekommen. Gut, ich hab nämlich jetzt ein bisschen, äh, das Ganze sehr groß aufgefahren. Ich mein, wenn's Just und ich nur sind, das ist eigentlich auch ganz schön. Dann haben wir halt Live-Musik, Kirschblütenbäume und so weiter und so fort auf dem Hintergrund. Ah. Ja. Ne, das ist ja wirklich groß aufgefahren. Ne, aber ich guck mal, ob wir das einrichten können. Okay. Also es ist eine Überraschungsfeier. Ich dachte nur, desto mehr Leute, desto besser. Kann man sie verstecken. Auf jeden Fall. Man macht das typische, Hey, herzlichen Glückwunsch und so. Ne, sag mir der, sag mir der gerne Bescheid, auch wenn du irgendwie, äh, noch Hilfe bei irgendwelcher Planung, Umsetzung oder sonst irgendwas brauchst. Ja, das ist sehr lieb, danke. Aber ich, äh, mach das tatsächlich immer sehr, sehr gerne. Ich geh da mal so ein bisschen drin auf. Schon mal überlegt, das vielleicht als Nebentätigkeit zu machen, sowas? Ne, ne. Ich fühl mich ganz wohl da, wo ich überall bin. Ja, aber für den Fall, dass ich mal jemanden, sag ich mal, mit solchen kreativen Ideen bräuchte, um sowas zu planen, hättest du dann Bock da zu helfen? Ja, schon hätte ich. Hey, das ist gut zu wissen. Dann, äh, werde ich da auf jeden Fall in absehbarer Zeit mal auf dich zukommen. Okay, okay, gut, weiß ich Bescheid. Ich verrat mal noch nicht so viel. Ja, ich... Lass dich überraschen. Okay, ich lass mich überraschen. Alles klar, dann, äh, Arianne, schönen Abend, ne? Auch so. Ciao. Tschüss. Ob das mal das ist? Ich weiß. Es ist einfach nur gebutzt dafür. Also, ob es das ist? Boah, Ariane, du willst richtig hart aufgehen. Meine Güte. Die wird ja richtig... Oh mein Gott, das ist bestimmt eine Schlange bei Aphrodonis. Hallöchen. Barbara, ich bin nur gestresst heute. Seid ihr schon mal Aphrodonis? Da ist bestimmt eine Schlange. Ist schon da, ja. Was? Riesige Schlange. Ja, ist da, also... Nein! Okay, kann ich mich... Meinst du, ich kann mich zu euch morgeln? Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Obwohl ich gerade immer zu seinen Freunden stelle, die Security war richtig, richtig böse, ey. Aber wir können ja am Schaufenster dir dann die Sachen zeigen oder so. Ne, ich will die Sachen haben. Ich fahre jetzt sofort los, ja? Ja, wir kaufen sie dann. Ja, fahr los. Aber beeil dich wirklich. Hier kommen wirklich jede Minute nochmal zwei Leute dazu. Oh, kacke. Ja, okay. Dann bis gleich, ja? Bis gleich, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Oh, scheiße. Ich wollte doch nach Dynasty... Als ob ich dir nichts zurückgebe. Das soll sie nicht mit mir machen. Ich bin die Geberin. Ich bin nicht die Nehmerin. Ich bin die Geberin. Und wie ich gehen werde. Oh, ich fahre zu schön. Ich bin die Geberin. Oh, scheiße. Ich bin die Geberin. Nee. Bin ich jetzt durch? Hä? Ziti, sag mal. Die haben mich verarscht. Ihr habt mich verarscht. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Ihr habt mich verarscht. Ich habe das Glück, dass du es noch reingeschafft. Da hast du wirklich Glück gehabt. Blöde Kuh. Okay. Wie sehr? Und was gibt es hier? Was gibt es hier? Äh, Zeug. Was denn alles? Was denn? Weiß ich nicht. Guck nach. Ich habe gerade auch erst reingeguckt. Okay. Kenne ich? Kenne ich? Kenne ich? Kenne ich? Kann ich irgendwie behilflich sein? Noch nicht, aber dann. Was gibt es Neues? Ich will alles Neues sehen. Kenne ich alles? Ich vermute gerade mal wahrscheinlich nichts Neues, was du nicht schon kennst. Oh. Oh. Auch keine schönen Mäntel? Äh, doch. Also die Volcolanis und die Cashmere-Mäntel und so. Oh, ja. Trenchcoat, die findest du hier relativ weit unten. Hier? Okay. Aha. Okay, da könnte ich mal, da würde ich nämlich einen roten Gerne mal holen. Äh, ja. Wir haben tatsächlich einen dunkelroten Wollmantel. Okay, nee. Da mag ich den Volcolani tatsächlich eigentlich. Aber das... Oh, die gibt's wahrscheinlich gar nicht. Also das Einzige, was für ein Rot haben, was auch ein schönes Rot ist, wäre der Wollmantel. Ach, das ist das. Ja. Okay, das ist aber irgendwie... Der ist es irgendwie nicht. Glaube ich. Weiß nicht. Hatte den schon mal? Oh mein Gott. Ich bin ganz so schnell... Äh, so, äh, an Straßenverkehrs- und umgefahren. Ganz schlimm, wirklich. Oh je. Ganz schlimm. Den hier im Blau kann ich irgendwo machen. Das ist auch ganz schön. Ja, das steht ja. Oh, danke. Jetzt? Oh, guck mal, Barbara, hier ist eine Jacke für dich. Hi. So eine Steppmantel. Also ich bitte dich, siehst du aus wie eine Oma? Nein. Gut. Hm. Alles gut bei dir, Maria? Äh, ja, soweit alles gut bei dir? Ja, ja, muss, muss, muss. Aber eigentlich sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Eigentlich sehr gut, das klingt doch super. Ja. Oh, Cardigan-Bug... Oh. Da kann ich ja vielleicht auch nochmal gucken, was ich übergucke. Dunkelroter Cardigan. Da haben wir hier noch eins. Oh, schade. Heukragen-Pullover. Ich hab gesehen, also habt ihr auch, äh, Schalz? Ähm, leider nicht, nee. Ah, okay. Also nur die Tücher, die wir auch schon hatten. Okay, dann hab ich noch eine Frage. Ähm, die, äh, eine... Ähm, ich hab bei Brodinger dich angerufen, weil du siehst, die haben das nur da, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr das nicht auch habt. Eine rote Nadelstreifen-Weste für Herren? Ähm, ich hab mir sowieso gleich nochmal ganz viele Schuhe hier mitnehmen. So, was ist denn mit Barbara? Hä? Äh, ja, wir haben eine rote Nadelstreifen-Anzugs-Weste. Oh, habt ihr die auch hier, oder? Äh, ich denke leider nicht mehr, aber könnte ich bestellen. Ja, deshalb, das Ding, ich müsste nur sehen, wie die, wie die aussieht. Gibt's die auf Fenchern, Kleid? Ich glaube tatsächlich nicht. Oh. Ähm, also was wir halt machen könnten, ich könnte die bestellen, du kannst dir die angucken. Wenn du sagst, die gefällt dir nicht, dann musst du sie auch nicht nehmen. Okay, ja, dann, dann machen wir das. Gibt es die auch nochmal in schwarz oder nur noch in blau? Äh. Ich glaube tatsächlich, also ich sehe bei uns jetzt gerade tatsächlich einen Katalog in rot oder in Senffarben. Oh, okay. Und das andere wäre, achso, doch, das ist so eine Weste mit Taschenuhr. Meinst du vielleicht die? Aber hat die so einen Nadelstreifen? Äh. Weil dann würde ich die schwarze dann nämlich nochmal gerne sehen dann. Bei... Äh, ah. Ich muss mal gucken. Ähm. Nee, das... Das blau war so ein Schott-Aromuster, sag ich mal. Ah, okay, okay. Genau, in schwarz wäre das dann nur ein Sako. Also keine, keine Weste. Nee, nee, danke. Ich habe auch irgendwie PTSD, wenn ich daran denke, dann muss ich an Harry denken. Da habe ich gar keinen Bock. Oh, okay. Nee, dann machen wir das. Nee, okay. Aber dann, da finde ich... Also bei der roten, da bin ich echt gespannt, tatsächlich. Bin ich wirklich gespannt. Und dann würde ich ansonsten noch ein bisschen stöbern hier einfach. Ja, klar, mach das. Okay, dann, äh, Dankeschön. Und, äh, irgendwann möchte ich auch nochmal das 2.500 Dollar Brautkleid holen mit dem großen Ausschnitt, aber um es nicht als Brautkleid zu tragen. Äh, gerne. Ja. Ähm. Möchtest... Also weißt du, dass du das auf jeden Fall bestellen möchtest? Oder möchtest du dir das nochmal angucken? Ja, das muss ich mir nochmal angucken, wegen den Farben. Okay. Ähm, dann kannst du gerne direkt mich anrufen, da ich für die Hochzeitskleider zuständig bin. Oh, super. Wenn du dann einen Termin haben möchtest. Ja, dann, dann mache ich das. Dann merke ich mir das. Dann rufe ich dich dann an. Klasse. Ja. Okay, cool. Danke. So, ich gucke mal kurz, bevor wir jemand die Schuhe... Ihr habt nämlich richtig geile Schuhe hier, so flache Dippel. Da kaufe ich jetzt alle Farben von. Okay, mach das. Max, was hast du... Sorry, was hast du für eine geile Hose an? Meine Güte. Ich sehe heute wieder fantastisch aus, ich weiß. Ist immer fantastisch aus. So, wo sind denn die... Ich hatte hier so Schuhe. Ich gucke mal die hier an. Okay, die sind schwar. Okay, die nehme ich schon mal mit. Weiß. No-Brainer. Die nehme ich auch direkt mit. Ich bin sofort wieder da. Scheiße, die haben Socken. Die nehme ich auch mit. Oh oh, die haben Socken. Scheiße. Dann nehmen wir die weißen davon auch mit. Oh kacke, jetzt haben wir alle mit Socken, ohne Socken. Das ist ja furchtbar. Die nehmen wir auch mit. Komm. Im Weiß. Im Weiß nehmen wir die noch mit. Ach, was sind diese? Die haben wir ja. Ja. Money. Minge. Minge. Halöchen. Hallöchen. Gut, ich würde schon mal die Schuhe nach vorne geben, ich habe jetzt vier Paar, einmal die hier, die hier, und dann das Ganze nochmal in dieser süßen Person hier, bitteschön. Also falls du noch andere fragen möchtest, wir haben hier noch ganz viele andere Farben, falls euch da noch was interessiert. In was für Farben denn? Äh, ich schau mal momentan. Ja. Also hellblau wäre jetzt noch was, was irgendwie passen würde. Hm, also wir haben die noch in Walnuss, Grau, dunkle Nussfarbe, Schokolade, Ocker, Beige, Blau, Grün und Burgunder. Meine Güte, okay, ich würde die einmal noch in Blau bestellen, aber die, wo man dann keine Söckchen so anzieht. Hallöchen. Und das war's erstmal, die anderen gucke ich mir erstmal an, ich muss jetzt wirklich mal noch was haben. Okay, alles klar, mach das. Ähm, kommt da noch was gleich dazu, oder soll ich das schon mal abrechnen? Hm, vielleicht kommt noch was dazu, ich gucke nochmal. Okay, dann lege ich das erstmal in die Kasse. Okay, dankeschön. Shit. Ja, gell? àn General. Ja, nixie. Nixie. Ist das drin? Wir sind Она? Am którą zeitlich. Hm? Kyrim Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, also er war in Uniform. Ich hätte es mir denken können, aber er war tatsächlich auch alleine da und hat sich die Zeit genommen. Wir haben, glaube ich, bestimmt drei Viertelstunde, aber bestimmt geredet miteinander. Und was? Okay, bist du schon weiter als ich? Okay, ja, gut. Nein, aber ich freue mich. Also tat ihr das Gespräch gut? Konntest du dich? Konntest du auch viele Sachen einfach mal loswerden? Bei ihm ist es ja noch mal anders. Tatsächlich, genau, genau das ist es eben. Ich konnte, er hat halt noch mal eine andere Sicht auf alles gehabt, hat mir ein paar Ratschläge gegeben und konnte einige Dinge nachvollziehen. Okay. Und ja, er war wirklich sehr lieb und hat gesagt, ja, wenn was ist, soll ich mich bei ihm melden und so. Also, ich habe keine Ahnung, wer der Mann war. Er sah aber aus wie der Komischner. Oh mein Gott. Das ist ja lieb, von ihm. Also mir kam es wirklich vor, der war irgendwie in einem komplett anderen Modus. So habe ich ihn selten erlebt. Ja, das verwundert mich gerade auch. Als wir reingegangen sind und Ray plötzlich da stand, weil der bei mir gepennt hat und kurz wach war, hat er dann plötzlich wieder komplett in einen anderen Modus geschaltet, also in seinen normalen. Aber es war schon, ja, es war wirklich schön. Also, hat der Weißer jetzt was bei dir los? Also hast du ihn, also, weißt du ja was? Ich habe ihm alles erzählt, ja. Ah, okay. Auch das mit dem Manager? Ja. Ah, gut. Ja. Rechts oder links? Äh, rechts. Weil, äh, das ist natürlich gut, dass er jetzt nochmal ganz kurz wegen so beruht und so ist. Es ist halt gut, wenn er das auch weiß, falls nämlich was hier passiert. Dass, äh, er direkt schalten kann und weiß, was da... Oh Gott. Alles gut. Entschuldigung, heute ist echt ein Tag, ne? Ein Stress. Alles gut. Und, äh, darf ich... Ich weiß nicht, ob ich sowas fragen darf. Ich bin ja so... Frag einfach. Ist das Verlangen jetzt niedriger bei dir, jetzt wo du abgelenkt bist und wo du im MD warst? Ähm, es ist immer noch ziemlich schwer hin und wieder. Also, es ist eigentlich die ganze Zeit sehr schwer, aber ich lenke mich sehr, sehr gut ab. Ähm, und werde sehr, sehr gut abgelenkt. Und es war schön, dass ich jetzt, wo ich in die neue Wohnung gezogen bin, Ray nochmal in Nacht bei mir war. Ja, und hab heute schlafe ich dann wieder alleine in der Wohnung. Ganz allein? Ja. Bist du bereit dafür? Naja, muss ich. Irgendwann muss es ja soweit sein. Ja. Naja, bleib stark. Und wie gesagt, ich hab ne Menge zum Nachdenken. Also, wenn irgendwas sein sollte, dann lass dich zur Not noch zwangseinweisen. Wenn du merkst, dass das Verlangen irgendwie doch kommt und du losfahren wirst und dir irgendwas holen willst, dann lass dich lieber nochmal ins MD einweisen, weil du hast den schwersten Teil jetzt hinter dir. Also, ich versuche erstmal die Tipps zu befolgen, die mir gegeben wurden. Und dann mal schauen. Also, bevor ich mich einweisen lasse, probiere ich erstmal das aus, was zum Beispiel ein Herr Weiß mir geraten hat und so weiter. Das, ähm, wird das mal ausprobieren. Okay. Möchtest du sagen, was er dir geraten hat, oder? Ähm, im Grunde genommen hat er Ähnliches gesagt, was sie im MD gesagt haben. Ähm, er meinte, wenn ich Verlangen habe oder, ähm, mir scheiße geht, soll ich es aufschreiben und, ähm, Spaziergang machen durch die Stadt und, ähm, diesen Zettel dann in einen der, ja, in eine brennende Tonne oder so zu speisen. Oh. Okay. Und Songs zu schreiben. Das ist ein guter Tipp eigentlich. Ja. Das ist, ähm, ein wirklich guter Tipp. Hast du, ähm, allgemein mal wieder das Verlangen danach oder willst du das erstmal ganz weit, also das Verlangen danach, Musik zu schreiben oder möchtest du das erstmal weiter nach hinten schieben? Ich hab tatsächlich sogar schon was geschrieben. Außer den Rap, den du geschrieben hast, also jetzt speziell, wo es um dich geht, in deiner Situation. Dann hab ich noch nichts geschrieben. Der Rap, den du in den Spiegel hast. Aber ich, schau mal, ich hatte das Problem nie. Ähm, und deswegen kann ich dir keine Tipps geben, aber bestimmt gibt es irgendwas, was du dir immer verknallst, irgendwas richtig Fettiges, Süßes, irgendwas, was zu essen, irgendwas, was ganz schlecht für deinen Körper ist. Vielleicht ist das so ein absolutes Notding, dass du lieber irgendwie das dann zu dir nimmst. Aber wie gesagt, ich hab das Problem nicht. Ich kenn mich tatsächlich auch gar nicht damit aus, die ganzen Sachen jetzt nur durch dich, was man da durchlebt. Ja. Ja. Aber du gibst dein Bestes und ich danke dir sehr, dass du da bist für mich. Ich wünschte, ich wäre heute nicht so unter Zeitdruck. Ach, alles gut, ich bin heute auch nicht so lange unterwegs. Ich bin eigentlich nur unterwegs, weil ich das Ganze mit Matthew noch gerne wollte. Und dann, ja. Also, hat er denn jetzt gleich Zeit für dich? Ja, der hat jetzt gleich Zeit, deswegen werde ich jetzt abhauen. Dann mach das, aber update mich, wenn du magst. Ja, mach ich. Wenn irgendwas ist, Rufan, ich hol dich ab. Also, wenn irgendwas ist, sag einfach Bescheid. Ja. Okay. Dankeschön, Karja. Ich danke dir. Die Toten werden nicht ewig bei dir bleiben, versprochen. Ach so, ja. Ja, ich bewahr sie erstmal auf. Ist ja kein Problem. Danke. Dann bis, bis dann und dir noch einen schönen Abend, ja. Dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, jetzt ab zu Deines, die und dann 150 Dollar, die Miete. Und dann fahren wir Taxi. Also, heute haben wir eigentlich relativ viel geschafft mit Ariane, oder? Also, Kaya spielt es wunderbar aus, halt, ne? Tatsächlich kenne ich mich OOC auch überhaupt gar nicht damit aus, wie das so ist, wenn man einen Alkoholentzug macht. Deswegen fand ich das generell eigentlich interessant, weil sie hat sich ja erkundigt, sie hat sich da Gedanken gemacht. Und, ja. Das ist auch alles nur gespielt, Leute, ne? Aber ich finde halt wirklich, also, das macht sie wirklich verdammt gut. Einfach mal wieder Taxi fahren, ey. Ich finde ja Deines, die nie, ne? Das hat sich übrigens immer noch nicht geändert. Das ist immer noch so. Das war wohl Richtung Downtown. Downtown. Aber mit Suchkanken, sie spielt es sehr gut. Ach, krass. Oh, krass. Und ich habe eigentlich, äh, ich wollte noch, okay, wir machen das und dann gehen wir erst mal zurück. Wieder zu den Pegasus Apartments, weil ich wollte mich noch umziehen. Oh, Mann, ey. Ich muss mir so Sachen, wirklich so Kleinigkeiten, muss ich mir wirklich aufschreiben. Deines, die war doch irgendwo hier. Hier war da. Ja, da vorne ist es. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Aber haltet euch, äh, übrigens, haltet euch, äh, die Spielerin von Racer bei mir im RP-Chat, haltet euch erst mal mit dem Thema zurück, ne? Dass sie nicht, äh, gespoilert, wieder gemäht hat oder vielleicht sogar enttäuscht ist, wenn es nicht passiert. Äh, deswegen da so ein bisschen bitte nicht drüber schreiben. Das wäre super. Dankeschön. Hallöchen. Hallo, ich bin, na bin. Ähm. Haben Sie einen Termin? Äh, ja, ich muss, äh, tatsächlich, also, Termin nicht, ich muss Schlüssel abgeben. Ich hab gerade, äh, angerufen. Okay, ich musste Sie dafür einmal durchsuchen. Dafür einmal bitte an die Wand. Ja. Ähm, armel die Arme nach oben. Haben Sie irgendwas Scharfes oder Spitzes bei sich, an die ich mich schneiden oder anderweitig verletzen könnte? Nein, hab ich nicht. Okay, dann guck ich nicht erschrecken, ich komme ein Stück mehr. Dann fange ich einfach mal hier oben an, dann einmal hier rüber zur anderen Schulter, dann an den Seiten, das sieht soweit gut aus, dann einmal die Nosen nicht erschrecken, ich glaube am Gesäß ein bisschen. So, das sieht soweit gut aus, dann dürfen sie rein. Okay, vielen Dank, Dankeschön! Schönen Abend! Achso! Hallöchen! Guten Abend! Bonsoir! Guten Abend! Ich habe schriftlich meine Wohnung gekündigt und würde meine Schlüssel jetzt abgeben. Das müssten die Kollegen der Dynasty übernehmen, die zu unserer linken, also auf ihrer rechten Seite sind. Okay, wer ist denn hier nicht im Gespräch? Weil ich weiß nicht, wer jetzt hier im Gespräch ist und wer nicht. Ah, das scheint firmenintern zu sein. Einfach dazwischen mischen und höflich fragen. Okay, Marie, Dankeschön! Gerne! Entschuldigung? Ja, Frau Barnes, ne? Ja, genau! Äh, ja, nehmen Sie ganz kurz Platz auf dem Sofa, die Kollegen kommen direkt, ja? Dankeschön! Was ist denn heute los bei deinem DS? Hallöchen! Hallöchen! Sie sind Frau Barnes. Genau! Genau! Die mit der Wohnung, die sie gekündigt hat. Genau! Dann bräuchte ich einmal den Ausweis ganz kurz. Ja! Einfach mal zeigen, das reicht schon. Wunderbar! Das ist gut. Und den Schlüssel. Genau! Ähm, da, 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 da! Lass mich mal ganz kurz in meinem Portmami-Kram, dass ich den falschen gebe. Genau! Ist einmal dieser hier. Ja! Perfekt! Super! Frau Barnes, dann war das schon. Dann sind wir schon durch. Wunderschönen Namen! Äh, muss ich denn noch irgendwas vor Ort machen bei der Wohnung? Da ist ja immer so ein Pin-Pad, wo ich mal meine Karte drüber gezogen habe. Muss ich da noch irgendwas machen? Oder hat sich das jetzt komplett erledigt? Nö, das hat sich jetzt erledigt. Okay, dann noch eine Frage. Ich bin zu meinem, äh, Freund, äh, zu meinem Partner gezogen. Ähm, muss der jetzt noch irgendwas anmelden? Weil einen Zweitschlüssel habe ich schon? Nee, wenn er einen Zweitschlüssel hat und das entweder auf sich oder auf sie gemeldet hat, ist das so was. Ja, dann ist das... Dann müssen Sie nichts mehr machen. Genau. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Dann, Dankeschön und, äh... Ja, gerne. Ja, schönen Abend noch. Ebenso, Dankeschön. Tschüss! Tschüss! Schönen Abend! Tschüss! Tschüss! Ich möchte deine Kontonummer oder den Dauerauftrag... So, jetzt werde ich aber nur ganz kurz noch... Obwohl, eigentlich mag ich das so wie die aus, die fährt nicht nach Hause. Aber ich... Doch, eigentlich schon, weil ich fahre mit einem anderen Auto hin. Und... Leute? Und... Ich möchte... 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 So... Ich möchte... Ich möchte... jetzt, weil ich sie sehr cool finde. Die mit den Söckchen sind so nice. Gott, die können wir jetzt aber so gar nicht anziehen. Oh, meine Idee. Warte mal. Das ist so, wenn man den hier nimmt, wenn man den jetzt nimmt, ist es so eine hellen Hose. Im Moment hätte ich sie ja eher so ein bisschen niedlicher, ne? Warte, das ist die Hose hier. Aber da gibt es nochmal die ganze, ne? Dann kann man natürlich nicht die weißen, die sind mit den Söckchen, sondern die anderen. Es hat irgendwie was und das ist sehr cool. Es ist ein bisschen wie so eine Eisprinzessin, sieht sie damit aus. Aber wir können natürlich auch andere Oberteile nehmen. Guck mal kurz, aber ich glaube, das wird es tatsächlich. Stimmt, den haben wir ja auch noch. Aber der macht es irgendwie nicht so. Und ich würde sie ja ein bisschen sexy ansetzen. Ja, ich wollte noch sagen, ich beeile mich. Achso, okay, wir waren... Tut mir leid. Marianne beeilt sich sehr gerade. Nein, ich muss mich wirklich beeilen. Oh, der Schlechtesgewissen, Hilfe. Ich habe mein Schlechtesgewissen OOC gemacht. So. Schwarzer Bauch frei, Strickpullover. Der Gelbe, den machen wir mal nicht. Langen Arm-Shirt, roter Pfeil. Das können wir halt auch... Das sieht... Oh mein Gott, die Dinger sehen ja richtig gut aus bei ihr. Warte mal eben. Mit den Haaren jetzt? Oh mein Gott, ich bin jetzt ein bisschen verliebt. Das ist jetzt aber schwierig. Leute, the return of roter Pullover. Ja gut, ne? Jetzt haben wir aber keine roten Schuhe. Das ist aber doof. Hm. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Warum haben wir das Ding nicht in rosa? Okay, das sieht irgendwie sehr, sehr gut aus. Ich sterbe ein bisschen. Warte mal, wir können ja theoretisch trotzdem mal gucken, wie das mit den rosa Schuhen aussieht. Das sieht doof aus. Mann, ich wollte die neuen Schuhe anziehen. Jetzt müssen wir uns doch beeilen. Gut, ich nehme die roten Knieker. Ah, das sieht doof aus. Ne, das sieht voll doof aus. Dann nehme ich die weißen hiervon. Geht das? Das ist so doof. Ich glaube, ich nehme da nicht das... Ah, shit. Es tut mir leid, Barbara. Es tut mir wirklich leid. Sorry, aber ich mag das rote gerade voll. Das sieht so nice aus. Ah, wenn du das andere warte. Wieso? So. Ich nehme mir auch so eine Kirschbüte, ne? Jetzt haben wir endlich mal was Neues an, was wir sonst nicht so anhaben. Oh, Gott. Ah, Moment. Ja, wir nehmen die. Oh mein Gott, ich glaube, das sind sogar Kirschblüten, oder? Das könnte sogar sein. Ich glaube, das sind Kirschblüten. Ach, du Scheiße. Würde sie sich eigentlich so einen schönen süßen Rock dazu anziehen. Hallo, Herr Daniels. Ja, hallo. Ich wollte Sie nur daran erinnern, weil Sie sind ja manchmal so, dass Sie nicht Sachen auf Venture sehen. Ja. Wir haben was zur Technology gepostet, zu unserer Rave-Fahrenstaltung. Ich rufe Sie einfach mal an und informiere Sie, dass ich mich was gepostet habe. Dann können Sie sich das ja mal angucken, so nach dem Motto, bevor Sie es nicht gesehen haben und dann traurig sind. Okay, Herr Daniels, da gucke ich gleich direkt mal nach. Dankeschön fürs Bescheid sagen. Gerne. Dieser Service kostet Sie einmalig 10 Dollar pro Monat. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja, cool. Tschüss. Ich wollte noch gute Wässerungen sagen. Der hört sich nämlich sehr krank an. Ja, ja, nee, ja. Ich schwöre, ich bin auf dem Weg. Es tut mir so unfassbar leid. Ja, ich gehe aber gleich ins Bett. Bis gleich. Ne, was? Oh, nee. Scheiße. Ah. Ah, gut, komm. Ich glaube, einen Kasten haben wir auch dabei. Und wir können jetzt den hier machen. So. Ich muss mir noch nebenbei Venture aufschreiben, dass wir jetzt gleich mal gucken. Was ist denn jetzt los? Ich finde das alles so komisch. Ich finde das alles so komisch. Ich habe das alles so komisch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertiteltung des ZDF, 2020 Du musst auf jeden Fall deine schlechten Angewohnheiten ablegen. Oh, jetzt weiß ich, warum er es nicht gesagt hat. Magia. Ich habe keine schlechten Angewohnheiten. Was sind das für Karten? Magia. Okay. Umgedreht. Und damit du deinen Loverboy erreichen kannst, musst du auf jeden Fall weniger manipulativ sein. Das bin ich auch nicht. Besser, doch bist du. Nein, das stimmt nicht. Besser planen und weniger gierig sein. Ich war auch noch nie in meinem Leben gierig. Ja, genau. Ich bin nicht, wann war ich denn mal gierig? Bei jeder Taxifahrt, die wir haben. Das stimmt nicht. Ach so, dann gib mir doch mal die Hälfte von dem Trinkgeld. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war, Bex. Ja, du weißt ja, wie viel du einzahlen musst, oder nicht? Ich habe misstlich aufgeschrieben, nein. Was überweist du dann jetzt? Ich bin nicht gierig. Ja, und weiter? Ja, das war's. Das solltest du auf jeden Fall weniger machen. Besser planen, weniger manipulativ sein, weniger gierig. Und, äh... Ach, dann werde ich wohl weiter in Single bleiben, denn diese Karten treffen anscheinend nicht auf mich zu. Hast du da nur was Kutschen? Die Karte beschreibt auch eine Person, die nicht, äh, die so ein bisschen, äh, Sachen nicht wahrhaben möchte. Ne? Was? Was? Die Karte beschreibt auch eine Person, die vielleicht so ein paar Fakten nicht wahrhaben möchte. Welche Fakten denn? Sie regnet noch an Jo, hundertprozentig. Das stimmt nicht. Ihr habt keinen richtigen Abschluss gehabt. Du hast mit ihm verlobt und er ist einfach abgehauen. Jetzt sag mir mal bitte, wer sowas verarbeitet. Ich verarbeite sowas. Ich bin eine erwachsene Frau und mit Kinderkacke schlage ich mich garantiert nicht drei Monate lang rum. Nicht Kinderkacke, aber eine Faust ins Gesicht, das bist du eigentlich. So, das hättest du ihm gegönnt noch. Ja, das ist wahr, das hätt ich gegönnt, aber das heißt nicht, dass ich nicht damit abgeschlossen habe. Ja, das waren die Karten. Kannst du mir die Karten noch zu jemandem bestimmten legen, wenn ich jemanden im Kopf habe? Ich hab aber niemanden im Kopf, aber ich möchte einfach wissen, was dabei rauskommt. Du musst den Namen aussprechen. Ich tue einfach so, als wenn ich etwas denke. Ne, du musst den Namen nicht aussprechen. Du bist so ein Schwein, Mann. Ich muss das nicht aussprechen. Nein, du musst nicht so neugierig sein. Wieso seid ihr alle so neugierig? Also, ob du nicht neugierig bist. Ich sage Bruno Maas. Ich bin nicht gierig. Das haben wir uns Sorgen um dich gemacht. Wir haben gedacht, Bruno Maas nutzt dich aus, Ariane. Das ist nicht das Gleiche. Ja, in gewisser Art und Weise hat er das ja auch. Wir wollten dich beschützen. Wir wollten einen Artikel schreiben und Bruno Maas bloßstellen. Gott sei Dank haben wir es nicht getan, weil du hättest uns komplett auflassen. Jetzt bin ich eine andere. Ihr hättet die ganze Zeit recht. So ist es. So ist es. Oh, ist das nicht schön. Ariane, ich bin so stolz auf dich. Okay, leg mir noch mal die Karten mixen. Hast du denn jemanden jetzt im Kopf oder nicht? Ja, 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 ja. Hast du an dich mitbekommen, was Larrys Freunde, ich weiß leider nicht, wer es war, im Horrordorf, in diesem Wegen, wo er weggebracht wurde, gesagt haben, über mich? Hast du erzählt? Ja, ja, dass er dich halt andere Geräusche machen hören. Hm, okay. Mir ist wichtig, dass du das weißt. Ja, das hat mich auch froh zu wissen, weil es ein widerliches, perverses Schwein ist, das nicht abschließen kann, weil jemand ihm beim fünften Mal nur scheiße war und nicht verziehen hat, obwohl man es beim ersten Mal hätte tun sollen. Ich weiß einfach, es ist so rafflich voll aus, gar nicht. Ich konzentriere mich, ja. Das musste man ihr jetzt auch mal gönnen, weil sie das immer so gespielt hat, dass Barbara einmal kurz das rauslässt. Arbeitet er übrigens noch hier? Wer? Eskina? Ja. Naja, wenn er letztens erst angefangen hat, dann ganz bestimmen. Nicht abblicken lassen. Du hast recht, okay, ich denk weiter dran. Achso, ich kann ja selber nachschauen. Satz verrückte dir das ein. Na, viral ist er nämlich sofort, dass du dich? Ui. Ja, das ist gut. uctiste Das war einer Reibe. Oh. Ach du Scheiße, komm. Oh mein Gott. Ich hätte mich jetzt eigentlich gerne eingesteppelt. Ich hätte mich jetzt gerne eingesteppelt. Okay, Karten liegen. Ich würde dich vermissbar machen. Ja, bin mal gespannt. Ja, ja, ja. Okay. Das ist die Zauberstäbe, sollte ich beschreiben, Barbie, was eure Beziehung angeht. Oh, und? Warte. Hier. Die Karte beschreibt so ein bisschen, ein bisschen fehlende Inspiration. Okay. Dass man ein bisschen vorbelastet ist und es wohl so ein bisschen hinauszögert. Okay. So ein bisschen burnt out ist. Ach ich? Okay, weiter. Burnt out, ne? Mhm. Sieben Schwerte. Beschreibt die andere Person, ne? Mhm. Wieso machst du dir Hoffnungen? Oh, es liegt. Wieso machst du dir Hoffnungen? Das beschreibt die Karte. Oh mein Gott, ist das hier? Sag mir, wie viele Hoffnungen du dir machst. Ähm, nicht viele. Wer ist denn? Jetzt muss ich doch wissen, an wen denkst du. Nein, nein, nein. Was liegt da denn? Doch, Barbie, sag mir, wen an wen du denkst. Ja, dann siehst du ja, was da liegt. Was liegt denn da? Die sieben Schwerte. Das erzähl ich dir gleich. Aber sag mir erst, was da steht. Du wirst es uns erzählen, oder? Ja, werd ich wirklich. Aber jetzt sag, was da steht. Die Karte steht für Lügen, Manipulation, Betrug und äh. Du solltest auf jeden Fall äh. Äh, will ein Endlessen, Barbara? Ey, warte mal, ich werd grad angerufen. Hallöchen, wer ist da? Wir sehen. Achso, oh, wir können grad nicht. Wir sind grad ganz kurz in der Pause. Max ist nämlich grad auf Toilette. Okay. Und da haben wir schon mal die Lügen? Scheiße. Da haben wir schon mal die Lügen. So, was, 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 was war der Rest des, was? Steht der noch? Wie man so schön sagt, behalte deine Karten nah bei dir. Gib nicht alles von dir fleiß. Okay, okay. Wenn du die Person näher kennenlernst. Und weiter. Ja, eure Verbindung. Das sind die neuen Pentagramme gedreht. Die Karte steht für, dass du dir, also eure Verbindung besteht daraus, dass man sich Sorgen um die Sicherheit macht. Oh Gott, was, wie habe ich denn gedacht? Unter anderem steht aber auch die Karte für finanzielle Paranoia oder Sorgen. Und, ähm, dass man so ein bisschen Schwierigkeiten hat an die Erfolge, die man, äh, geschafft hat. Also, die kann man schlecht genießen, die Erfolge, die man bisher erlebt hat. Okay. Das war's? Nein. Oh, okay. Das ist positiv an eurer Beziehung, ne? Also, eure Beziehung ist wohl trotzdem mit Liebe verbunden. Oh. Und es war wohl ziemlich viel Arbeit, aber ihr habt es geschafft. Okay. Ähm, Geduld hat sich ausgezahlt. Ähm, die Karte steht auch dafür, dass jetzt, wo du den Preis gewonnen hast, musst du den natürlich auch verteidigen und so weiter und, äh, nur weil du das Ziel erreicht hast, heißt es nicht, dass es nicht weitergeht. Mit wem bist du zusammen, Barbara? Ich bin mit niemandem zusammen. Das war's? Nein. Okay, weiter. Das Negative an eurer Beziehung ist der Hierophant, ähm, sagt, ihr habt ein paar Schwierigkeiten, was, äh, was Traditionelles angeht oder beziehungsweise wie man sich so sozial verhält, äh, Community, Freundschaft und so weiter. Ja? Wie sagst du das so? Weiter. Hast du an Harald gedacht? An Harald, Barbara? Oh, was ist denn der Fall? Siehe ich aus wie eine Perverse? Äh, also es kichst du halt schon manchmal, ich will schnäucheln, bitte dich. Manipulativ? Er hat mir gesagt, dass er nicht verliebt ist. Ach, ich denke aber nicht an Harald. Nur weil Harald und mich verschossen ist, heißt das nicht, dass ich in ihn verschossen bin. Und weiter, Max? Okay. Meine Güte, das war deutlich. Der Arme. Ja, der Arme. Ähm. Die letzte Karte ist ein Dachschlag, oder? Ariane, hör doch auf zu reden, warum redet ihr immer so viel? Das Junge, was so in der Zukunft aussieht, ne? Der Kaiser. Der Kaiser. Hatten wir schon vorher, ne? Äh, Moment. Also ich würde sagen, ihr werdet eure Erfahrungen aneinander machen. Oh Gott, wieso denke ich jetzt an die Tattoos von mir und, mein Gott, oh Gott, ich hasse mich. Ich muss zuhören, das ist wichtig, das sind meine Freunde. Wir hatten, das spricht über eine Kartefigur, Stabilität, Beschützer und so weiter. Aber ich sehe da jetzt nicht wirklich irgendwas, was da jetzt irgendwie in Verwinnung stehen könnte. Also ja, die Karte spricht für Autorität, Erfahrungen sammeln, Kartefigur. Oh mein Gott. Moment mal. Jemand, der... Ich hätte mal nie gedacht. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen. Ja. In einer Beziehung Provider. Ich bin eine Hexe. Oh Gott. Warum bist du eine Hexe? Warum eine Hexe? Ich kann gar nicht Gedankenkontrolle, ich sag's dir. Moment, ich muss kurz was lesen. Was steht da? Du Ferkel. Das ist kein Ferkel. Ich habe gerade an meinen Freund gedacht und an den nackten Oberkörper und dann hat er mir dann hat er ihn richtig geschickt. Nein. So eine bin ich nicht. Wirklich nicht. Es handelt sich nicht immer alles umsetzt. Du hast gerade noch an seinen nackten Körper gedacht. Oh scheiße. Ja, stimmt. Du bist so eine Ariane. Nein, du bist einfach nur... Ich finde mein... Mein tatsächlich äußerst attraktiv. Richtig attraktiv. Das sind wir. Das allein ist meine Schuld. Ich bin jetzt. Ich bin hier. Ich bin hier. Jetzt bist du da, ja. Jetzt bin ich da. Cool. Ja, schön. Das war ja jetzt... Was denn? An wen hast du gedacht? An wen hast du gedacht? Du wolltest... Doch, du hast gesagt, du sagst es. Ich leg nie wieder Karten für dich, Abi. Du hast gesagt, du sagst es. Vertrauen ist weg. Vertrauen ist weg. So. Oh Gott, ist das eine coole Hose. Ich schreib kurz zurück. Ich leg hier nie wieder die Karten. Äh. Das ist versprochen worden. An Leonardo DiCaprio, bitte. An wen? Leonardo DiCaprio. Das ist die größte Lüge. Ich hab wirklich an Leonardo DiCaprio gedacht. Natürlich hast du das. Nein, hab ich wirklich. Hast du da niemanden gedacht, der Jünger groomt? Das ist alles nur Gerüchte, Max. Das weißt du doch gar nicht. Ja. Das ist ein richtiger Mann. Hast du dir den mal angeguckt? Ein richtiger Mann, der gerne groomt. Das ist halt groomen. Meine Güte. Ich hab den mal kennengelernt. Der ist ganz nett. Wie mach ich ein Herz in einer SOS. Was muss ich dafür auf dem Handy drücken? Windows-Taste und Punkt. Gleichzeitig. Gut, leider geht das hier nicht. Scheiße. Warum nicht? Ja, das ist ja Handy-Blödsinn. Also ich kenn's nur im Computer, ne? Alt und bei dem Ziffernblock eine 3. Kenn ich nur. Ja, oder so eine richtig tolle Simulti mit Windows-Taste und Punkt. Aber das geht ja leider nicht. Dann lass ich das nicht. Mit dem Handy geht's dann leider schlecht, ne? Genau. Ich kenn's nur im Computer. Musst halt aus dem Internet kopieren oder so. Was haltet ihr von meiner tollen neuen Model-Pose eigentlich? Was denn? Meine tolle neue Model-Pose? Tut mir leid, ich hasse es, wenn jemand die Hände vorne oder hinten so zusammenhält, siehst wie jeder andere aus. Deine Hände vorne ist voll schick. Nee. Nee, nicht wirklich. Doch. Guck dich mal bei der Staatsanwaltschaft um. Jede Dame wird vor dir so stehen. Und was ist jetzt? Jetzt bin ich ja hier raus. Hm, ist schon besser. Jetzt siehst du aus, wie meine Mutter mir damals beibringen wollte, wie man tanzt. Oh. Kannst du tanzen? Ja, ja, aber die hat gesagt, du machst immer so, du bewegst die Hüfte so ein bisschen und dann machst du immer einen Schritt nach vorne und einen Schritt zurück. Wie geht denn nochmal? Anderes Fuß nach vorne, andere Fuß zurück. Du bist doch Tanzprofi. Wie geht denn nochmal der Tanz, den wir auf der Hochzeit alle getanzt haben? Weißt du noch, als wir alle in einer Reihe standen? Ja, ich mach dir vor. Wisch, wisch. Zurück. Ein anderer in the basket. Nach vorne. Ah, ja, okay, dann weiß ich ja jetzt. Wisch, wisch. Ja. Wisch, wisch. Another one in the basket. Another one in the basket. Wisch, wisch, wisch. Another one in the basket. Ich kann das nicht mit euch, ne? Another one, another one. Ja, also es war auf jeden Fall ein schöner Abend heute, fand ich. Guck mal, Barbie. Wir arbeiten beim DOJ. Das ist aber ganz schön gemein, Meg. Ist es nicht. Ich sagte nur die Wahrheit, was ich von der Pose halte. Ja, aber soll man einfach nur die Hände fallen lassen oder was? Oder wie Barbara ist ja schon schön. Ich zeig's dir. Guck genau hin. So. Ihr versteht denn so? So steht keiner, Barbara. No. Ja, genau. Oder so. Na gut, Barbie. Oder so. 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 Barbie, du siehst aus, als wärst du in einem Anime. Das finde ich gut. Oh mein Gott, hast du Bauchmuskeln? Äh, Beinmuskeln. Oh, ihr Schiff. Am Tag war auch jede Nacht einen riesigen Baumstamm. Echt? Ein bisschen, als würdest du einfach hier hinkacken? Ach du Ferkel. So. Würde die ganze Stadt mich sehen. Los Santos würde mich kacken sehen. Wisst ihr was? Ich hatte einst einen Freund. Ja? Da bin ich morgens aufgewacht von einem Klavierspiel. Ein Klavierspiel? Ja, und mit meinen Enden, Seiten, Negligé, umschlungen. Bin ich dann die Treppen runter und hab geguckt, wer denn da Klavier spielt. Am Flügel saß, statt tatsächlich, dann mein Freund, den ich damals hatte. War das so? Nein. Ah, okay. Und dann hat er mir gewunken. Und ich hab gedacht, oh, er spielt einhändig, aber es klingt wie zweihändig. Wow. Dann hat er die andere Hand gehoben und ich hab gesehen, dass er freihändig spielt. Ich hab gedacht, das geht doch gar nicht. Wie macht er das? Das bin ich dann umrum gelaufen. Dann schaut er mich so verliebt an und dann sehe ich, dass er mit seinem Hoden und mit seinem Penis gespielt hat. Moment mal, hat man da Muskeln drin im Hoden? Er hatte es. Er hatte es. Aber was sind das für Geschichten? Und da hab ich mich besonders verliebt. Dann hab ich auch begriffen, wie er es immer geschafft hat, meinen G-Punkt zu erreichen. Jedes verdammte Mal. Bei jedem Stoß. Und ich weiß noch, dass es sich wirklich auch so angefühlt hat, als wenn er innen drin eine Biegung nach oben macht, die vorher nicht da war. Und dann hab ich irgendwann gesehen, mein Gott, der Mann hat einfach einen verlängerten Finger da unten. Gut, ich kann ihr ja nicht vorstellen. Nur deutlich breiter und schon ein Penis. Es war schon ein Penis, aber es war wie, als wenn er gelenkig war. Hä? Ja. Also hat er zwei Penissen? Nein, er hatte einen Penis, aber er konnte ihn so richtig krümmen auf Kommando. Und den Hoden auch. Oh mein Gott. Ja. Baba. Ich hatte noch nie so guten Sex, nee. Ja, da ist er dann verstorben, ist verschrecklich. War es schrecklich, weil du nicht mehr flachgelegt werden konntest? Ja, ich war schon schade da drum, nee. Als ich auf der Beerdigung war, hat es mir sehr schwer gefallen, nicht seinen Penis am meisten zu betrauern. Wie gerne wird wissen, es ist als Frau schwer, jemanden zu finden, der auch wirklich Leistung erbringt in der Kiste. Mir ist das gar nicht, mir ist das gar nicht. Das ist bei mir nicht im Vordergrund, auch von meiner Vergangenheit tatsächlich. Ach meine Güte, das würde ich jetzt auch sagen. Es ist so, es ist wirklich so. Ja, na gut, aber geht es uns nicht allen besser, wenn wir einen Ioten-Booms gehabt haben? Ja, ich denke schon. Nein, das Leben kann dann auch trotzdem noch schlecht sein. Ja, man kann das Leben auch trotzdem genießen, aber man fühlt sich danach besser. Na, ich weiß nicht. Doch tut man wegen der Biologie allein die Endorphine, die freigeschüttet werden. Ein Orgasmus, hattest du noch nie einen Orgasmus? Ja, na. Oh, das ist doch der, der Orgasmus. Oh mein Gott, Frau, ich hab doch gar nichts gesagt. Ich mag ja die Zweisamkeit dabei, Liebe. Ja, das ist ja das Schönste am Geschlechtsverkehr. Die Liebe, die Umarmung, die Küsse, überall und das Bumsen. Das ist schon eine Vereinigung, ne? Das ist jetzt nicht immer nur was Schlechtes, ne? Genau, eine Vereinigung, finde ich, hört sich sogar ganz schön an, romantisch. So ist es, so ist es. Wo habe ich dieses riesige Loch in mir drin, wenn eigentlich was reingestoppt werden soll? Oh mein Gott, wie groß ist das Loch bei dir? Na ja, da kann ein Kind rauskommen. Genauso groß wie bei euch hoffentlich auch. Max, bei dir wahrscheinlich nicht ganz so ähnlich. Aber es ist nicht dauerhaft so groß. Hast du eine Schlabbermaschine oder was? Natürlich nicht, aber trotz, nein, habe ich nicht. Aber die Vagina ist ein dehnbarer Bereich. Nein, es kommt erst in der Schwangerschaft an, als ich das langsam dehne. Nein, es stimmt nicht. Auch unschwanger trauen kann da durchaus eine Faust reinpupsen. Ach ja, ne? Was? Ich, nein, ja okay, aber nur mit Training. Ich weiß überhaupt gar nicht, ich bin so unschuldig. Das hat jetzt tut sich, jetzt tut sie so, ne? Bin ich auch. Es gibt Leute, die schieben sich dann eine Aubergine rein. Dafür müsst ihr nicht vorher ein Kind gekriegen, nicht, dass ich das, das tue ich wirklich. Nein, eine Aubergine hat eine ganz normale Penis-Dicke. Das ist doch genau das Gleiche. Oh Gott. Jeder hatte eine Aubergine und... Wer? Mein Gott, ich habe den Mann falsch eingeschätzt. Wer? Weißt du, Larry? Nein, der hatte das tatsächlich nicht. Aber... Das soll ja dann... Du bist jetzt stolz auf mich, dass ich nicht mehr mit ihm zusammen bin. Ja, tatsächlich, Ariane. Und ich freue mich auf die Wochen und zukünftigen Jahre, in denen du erkennst, dass das der beste Schritt ist, den du in den letzten drei Jahren hättest gehen können. Das habe ich schon erkannt. Ich erkenne es mir jeden Tag mehr. Ja, ja, ja. Und irgendwann guckst du zurück und redest mit deinen Enkelkindern oder was auch immer und sagst, damals habe ich einen richtigen Penner gedatet, Kinder. Und ich sage euch alles. Du bist... Oh, weil deswegen rede ich so. Ich sage euch alles. So weit er war mit Kaule, Huzi. Richtig asozial in der Andertale, so ist es. Genau, er ist auch ein bisschen aus wie in der Andertale. Jetzt kann ich es endlich sagen. Nein, unglaublich, was du daran gefunden hast. Schrecklich. Naja. Und dann kannst du sagen, du das nicht, Kinder. Und deine Kinds sagen dann, pfff, Oma, als ob wir sowas Dummes machen würden. Und dann denkst du, ja, da hast du recht. Die Sache ist, das ist mir immer mehr und mehr klar. Und dann frage ich mich, warum ich das mit mir habe machen lassen, aber... Naja, du warst emotional von ihm abhängig, ne? Nein, ich war nicht emotional von ihm abhängig. Es ist eher so dieses... Ich bin halt... Es ist für mich immer alles wie so ein Märchen. Ich denke mir, wenn man mit jemandem zusammenkommt, bleibt man doch sein Leben lang mit dem zusammen. Und das habe ich halt einfach so einbehalten. Ach, du warst emotional von ihm abhängig, Ariane. Bin ich emotional von ihm abhängig? Du warst. Jetzt nicht mehr. Du warst von ihm emotional abhängig. Also, ich kann mich nicht für Müll behandeln lassen und dann immer irgendwie denken, aber ich liebe ihn. Das ist emotionale Abhängigkeit. Naja, er war mein erster richtiger Freund. Siehst du, und das ist ja auch nichts Schlimmes, um Gottes Willen. Du warst ja verliebt. Man sagt ja immer, die erste Liebe ist die Schlimmste. So ist es. Das wird man halt nicht so schnell los. Und das ist auch nichts Schlimmes. Ach, du warst emotional von ihm abhängig. Meint ihr, er wusste das und hat das ausgenutzt vielleicht? Ähm... Bestimmt. Bestimmt. Ich weiß es nicht. Das würde zu ihm passen. Ich muss das erstmal alles für mich einordnen, weil das halt alles ist. Ich denke schon. Ich merke auf jeden Fall jetzt einen großen Unterschied zu meiner Beziehung, die ich jetzt habe. Es ist ein sehr großer Unterschied. Ja? Inwiefern? Was ist denn anders? Oh mein Gott, er hört wirklich zu. Und wenn er mir Komplimente macht, dann... Also, ich finde, es hört sich an, als würde er es wirklich meinen. Du musst ihn aber einmal auf die Probe stellen, Ariane. Nein, nein, mach ich nicht. Doch, musst du. Du musst ihn einmal auf die Probe stellen. Doch, du musst ihn fragen, ob er dich noch lieben würde, wenn du ein Wurm wärst. Also, es... Das ist wichtig. Das ist eine wichtige Frage. Wie, was für ein Wurm jetzt? Ja, ob man sie noch lieben würde, wenn sie ein Wurm wäre, Max. Also, wenn er dann Nein sagen würde. Liebe dauert ja eh erstmal noch, bis man das Wort... Ich mag das Wort tatsächlich nicht so. Bis man das verwendet, dann dauert es ja eh noch erstmal. Ja, aber Moment mal, Barbie, würdest du... Ja. Das wäre eine Red Flag, wenn er sagen würde, boah, nee, wenn du ein Wurm wärst, dann nee. Wenn das alles ist, was ihm dazu einfällt, dann ja. Denn weißt du, wer ein Mann auf diese Frage antworten muss. Und ich glaube, mit den beiden kann ich nicht so wirklich über so etwas reden. Wenn du ein Wurm wärst, würde ich totbetrübt sein, denn ich weiß, dass ich mit einem Wurm nicht mehr kommunizieren kann. Und ich würde den Verlust der Gespräche, die wir miteinander haben, extrem, extrem betrauern. Ich würde diesen Wurm in Ehren halten, solange ich ihn habe, weil ich weiß, dass dieser Wurm einst du warst. Meine Liebe, mein Leben. Ich würde versuchen, dich noch zu lieben und im Herzen würde ich dich immer noch lieben. Ich weiß aber, dass du jetzt ein Wurm bist. Und ich werde für den Rest meines Lebens unglücklich sein, dass du ein Wurm geworden bist, während ich dich trotzdem weiterhin lieben werde. Das muss ein Mann antworten. Ich habe doch nie... Nö, wirklich nicht, denn du bist ja ein Wurm. Ich habe doch nie jemanden auf diese Frage so toll antworten gehört, Barbara. Das wäre jetzt wirklich voll süß. Ich bin wunderbar. Ich weiß, ich weiß. So. Aber wenn er jetzt genau das antwortet, würde ich auch Angst haben, dass er mich stummt. Jetzt... Oh Gott, Barbara, ich habe dich gerade im Kompi-Band gemacht. Nein, ich weiß nicht, das ist ja echt. Okay. Nein, gut. Ich halte es trotzdem... Was ich jetzt mache, ich mache es nicht so, weil Larry hat das alles im Hintergrund. Du musst... Schau mal auf dein Handy kurz. Mal kurz auf dein Handy. Oh. Wenn du da eine App siehst, blauer Hintergrund Radio als Symbol drauf. Das ist zum Beispiel eine Stalking-App. Dann sofort den installieren und ganz schnell Schluss machen. Blauer Hintergrund Radio? Oh mein Gott. Blauer Hintergrund, viereckig Radio? Ja, ja, ja. Das ist so, dann kann er die Location trinken. Ach du Scheiße. Dann kannst du mir da Bescheid sagen. Sehr wichtig, sehr wichtig. Kann ich ihn? Hm? Check mal nach, check mal lieber. Ich habe keine, ich habe keine. Aber eventuell dann andere Männer, mit denen ich mal zusammen war. Das Radio auf ihrem Handy, ne? Sonst taugt mich nicht. Nicht du, Mix. Mit dir war ich nicht zusammen. Nein, ich sage Ivan, es taugt mich nicht. Ach so, ach so. Ja, schön. Aber ich dachte, es geht darum, dass wenn eine andere Person ein Wurm wird, es geht ja nicht darum, dass er sich verwandelt, oder? Sondern er hat gemeint, dass dein Wurm ist. Oh ey, hübsche Frau, ich nehme gerade eine Prüfung am Haken, gerade einen großen Einsatz und so. Alles okay bei dir? Eben, das hat weiß ich jetzt nicht so. Nein, 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 es geht genau um das, wenn man plötzlich ein Wurm wird. Ach so. Was wäre das denn sonst für eine komische Frage? Eben, das war allgemein komisch. Es gibt Leute, die stecken sich einen Wurm in den Penis rein. Ich gehe auf der Lächel. Mach das. Ich gehe auf der Lächel. Alles keine gute Idee. Alles gar keine gute Idee. Meckst du es irgendwie auch jetzt anders? Ich gehe auf der Lächel. Und ich auch. Bis gleich. Und ich habe mal kurz was zu snacken, weil ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich habe tatsächlich keine Nahrung zu mir genommen und werde mir mal kurz ein Schokoriegel reinhauen. Bis gleich. Der Typ kann nicht von 1 bis 3 denken. Das stimmt nicht. Was war denn jetzt das, was du mir verheimlich hast, Meckst? Das würde ich gerne mal wissen. Meckst, sage ich dir danach, versprochen. Nein, ich habe nur gesagt, ich sage es dir. Ich habe nicht versprochen gesagt. Darauf habe ich sogar geachtet. Also sag es. Ich verspreche es. Hier ist mein kleiner Finger. Meckst, jetzt sag es mir. Okay. Sagst du es mir, wenn ich es dir sage? Ja. Versprochen. Versprochen. Sicher? Sag jetzt. Versprichst du es mir wirklich? Barbie, wieso hast du davor so Angst, wenn du selber dann so zu mir bist? Na gut, okay. Ich habe an Walter Weiß gedacht. Deswegen musste ich so lachen, weil es mit der Autoritätsperson sehr gut passt. Aber das darfst du Ariane. Ich rede auf Rot. Wie du redest auf Rot? Das hast du nicht. Ich habe ein Lachen. Ich habe ein Lachen. Was? 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 So entspannt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ariane? Ja? Also, wir sind hier bei diesem Tunnel tatsächlich. Du, ich bin schon, ich bin schon da. Äh, also noch ein Stückchen weiter als bei dem Tunnel? Ariane, stresst doch bitte nicht. Ach, scheiße, Entschuldigung. Ja, wie stresst du dich? Oh mein... Okay. Wo sind wir? Ich sitze mal wirklich auf der anderen Seite. Ich stresse nicht, ich hab euch nicht gesehen und ich bin ein bisschen angespannt gerade. Wo darf ich denn gehen? M-M-D. Wir können doch nicht wechseln im M-D lassen. Okay ins M-D. Barbara, du Schwein. Meine Güte, ich will doch nur diese Ohrringe haben. Barbara, ist das denn jetzt? Aber da war auch schon ein Highlife, ne? Oder, oder, Moment, oder am besten zur Zentrale. Ihr macht mich fertig, ne? Weil dann kann ich da mein Auto holen, dann stempel ich mich direkt mal aus. Machen wir auch, ne, mit Ariane. Du, verleifend, wie war der neuer Tag so? Ach, bisher recht entspannt, ne? Wart sie mich ruhig. Ach, du machst mich. Meine Güte, was ist los heute? Warten finde ich am besten. Die eine geht ganz nach. Eichhörnchen streichen, die andere geht jetzt pinkeln. Eichhörnchen streichen? Mh. 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 fahr mal ein Stück zurück. Ja. Wie? Das riecht schon. Die raucht, glaube ich. Die raucht? Dennis, sag sie bei uns. Herr Spaß, Maxi. Hallöchen. Barbara Baben, aus mit der Kippe. Warum rauchst du? Mach, was ich will. Ich bin eine erwachsene Frau, wo ich gestresst bin. Meine Güte, das... Aber du hast doch immer gesagt, dass du Rauchen ekelhaft findest und sowas alles. Manchmal muss man eine rauchen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, sich zu beruhigen. Okay, aber es ist jetzt nicht wegen mir. Ich hab mich entschuldigt und es tut mir leid. Nein, es ist nicht wegen dir. Es ist wegen Tyson. Ja, echt ein komischer Typ, ne? Sag ich doch, sag ich doch, unmöglich. Wie kommt man darauf, dass ich noch diesem Typen hinterher... Da müsste Jonas mir jemals irgendwas gegeben haben. Er hat mich mal ein Gespräch gegeben. Nicht mal ein Gespräch, Ariane. Oh, oh. Oh, oh. Es tut mir sehr leid. Oh, oh. Mhm. Ich wusste es. Mhm. Warte mal, was? Wie kann man dir denn Gutes tun? Wie? Wein? Ja, sie ist ja noch im Dienst. Kann doch kein Wein kriegen. Nee, aber nachher. Oh, Entschuldigung. Mit Wein und N und hier Sex in der City hier. Ach, den brauch ich wirklich. Nein, du brauchst keinen Alkohol. Was, Wein oder Sex in der City? Nein, ich brauch Sex, Ariane. Ja, okay, den kann ich dir besorgen. Ich kann dir den besorgen. Ey, ich will kein... Also Männer gibt es sowieso anderen mehr auch, ne? Bitte fahrt ohne mich und holt mich... Wobei, fahr mal weiter. Nee, schon gut. Alles gut. Harry ist jetzt Single. Ich muss hier noch ein Stempel gehen. Also wenn ich einschlafen will beim Sex, dann kann ich es mir ja mal überlegen. Ich gebe die kurz aus Stempel. Also wirklich? Meine Güte. Gefahr abgewandt. Ich weiß nicht, ob Barbara sich wirklich so benommen hätte oder ob sie es einfach nur erzählt. Oh Gott, es wäre so peinlich, wenn sie sich dann wirklich so benommen hätte. Und ich bin dann richtig fies und halte nur Schlechtes von ihr. Aber sie hat sich ja dem Polizisten gegenüber auch gerade doof verhalten. Sie ist ja doch wieder aggressiv geworden. Aber dann war sie eigentlich ganz nett, weil die auch nett waren. Scheiße. Gott, ich darf niemals erfahren, was so verrückte Freunde ich habe. Das habe ich eventuell mitbekommen. Können wir los? Wer ruft denn da an? Wir fahren mit meinem Auto. Max, liebst du, wir kommen jetzt zu dir. Oh, wir fahren mit Arianes Auto jetzt zu dir. Tschüss, Tyson. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, Jan. Max, wie geht es dir? Deine Hüfte tut weh. Um Gottes willen. Wir kommen dich jetzt aber nochmal besuchen, ne? Wir haben sogar den Timmerin bei Kronvoyelen abgesagt. Ach, wir kommen dich abholen. Das ist ja toll. Dann kommst du ja gleich dazu. Gut, ich habe mir so Sorgen gemacht. Ich habe gesagt, Ariane, wir müssen sofort zu Max. Wir sind gleich bei dir. Wir mussten uns ausstempeln tatsächlich. Und dann mussten wir den Wagen abschleppen lassen. Und dann mussten ich noch eine Aussage machen beim PD der Matarianne. Ich soll einen Filter verwenden beim Sprechen. Aber das haben wir auch schon geklärt. Jetzt gleich bin ich bei dir. Ja, weil ich keinen Filter beim Sprechen habe, hat sie gesagt. Wenn Max da jetzt irgendwie Feuer reinhält. Ja, Max versteht sich nämlich ziemlich gut mit ihm. Bitte, was hast du gesagt, Max? Weiß ich nicht. Vielleicht kommen die noch auf dich zu. Bis gleich. Ich muss noch tanken. Na ja, Max, Hauptsache, du kannst deine Hüfte noch benutzen. Das ist das Wichtigste. Oh, wow. Ja, ein alter Opa. Aber egal, es wird bestimmt besser. Die sind ja so richtig da reingerast, Max. Ich gehe auf Toilette. Hol Max schon mal ab. Okay. Boah, Hilfe. Hilfe. Weißt du, wo es eben steht? Was geht los? Benehmt euch bitte, Leute. Barbara ist tatsächlich einer, der krass gespielt ist in Rollen ever, weil Sora einfach ein sehr harmoniebedürftiger Mensch tatsächlich im Leben ist. Wie live ist. Wehe, einer beleidigt mir die Barbara. Ich bin immer so gut wie Barbara. Die hat übrigens auch einen Knast-Charakter. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Und hatte aber auch nochmal... Oh, scheiße. Wir müssen unbedingt... Ja, die kann das auf jeden Fall ziemlich gut auf verschiedene Rollen. Wie ich auch die Rose spiele. Komm rein, ich darf hier nicht halten. Darfst du hier nicht halten? Hier darf man nicht. Also, ja okay, halten schon, nur nicht parken. Wie geht's dir? Barbara, darfst du hier nicht parken? Wie geht's dir? Manövlich geht weh. Was für Kacke. Was für die Diagnose hast du denn? Ein bisschen gerissene Knochen. Ach du Scheiße. Hast du deine Versicherten-Karte auch gezeigt? Ja, zwei Tage nach Kontrolle. So, warte aber auch mal gleich ab. Ich muss noch kurz tanken gehen. Bitte ja, erzähl. Zwei Tage unter Nachkontrolle. Ah, okay. Ah, tut mir leid, soll ich... Was ist dein Lieblingsessen? Möhren. Möhren? Ich schaff's schon wieder nicht, zu der die Saute hat. Okay, dann kriegst du gleich eine Möhre. Tut mir leid, Max, wirklich. War das der Wagen gerade? Ach Scheiße, kann ich nicht ausmachen, wie viele von so einem Wagen... Ähm... Ich... Hey, du kennst Joske jetzt mittlerweile. Verstehst du, wieso? Ich wollte Barbara ganz vernünftig darauf ansprechen, dass sie ihren Filter ein bisschen aufsetzt, einfach. Und die ist schon durchgedreht. Und die war bei den Polizisten vorher. War nämlich gerade da. Bei den Polizisten war sie nämlich gerade auch schon so, dass sie sehr laut wurde. Sehr laut wurde und was? Und dann habe ich Joske gesehen, er hat mir auch geschrieben gehabt und ich dachte, jetzt geht sie da hin und fährt ihn auch nochmal an deswegen, weil da eine Befragung stattfand. Er hat aber nicht befragt, Gott sei Dank. Verstehst du, wieso ich gerade so reagiert hatte? Ich habe ihnen gar nichts Böses gesagt, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, worum es jetzt ganz genau geht. Du hast ja gerade mit Barbara telefoniert. Ich hätte doch gesagt, sie wäre peinlich. Ich habe sie gar nicht ganz gecheckt. Also, warte ich jetzt jetzt hier einen Moment. Also. Ich habe ihnen nicht Bescheid gesagt, dass ich diesen Unfall hatte, weil ich denke mir, der hat ja eh viel zu tun und mir ist ja auch nichts passiert. Der hat es dann aber irgendwie erfahren, weil der musste auch zu dem Unfall kommen. Ein bisschen blöd gerade. Vorher war Barbara zu den beiden Polizisten, die war aber danach nett zu denen, aber die uns ja angefahren haben. So ein bisschen lauter. Hast du ja gemerkt, ne? Ja. Ja. Nicht wirklich. Achso, dann sagst du, ja, okay, stimmt, wir waren ja an der Seite. War ein bisschen lauter und hat ein bisschen durch die Blume, ein bisschen Sarkasmus und sowas alles und da hatte ich natürlich Angst, dass wenn Joske jetzt um die Ecke kommt und sie weiß ja nicht, wer er ist. Ich habe ihr nur gesagt, der Mann ist mir sehr, sehr wichtig und dass sie doch, ich wollte ihr sagen, dass er eher zurückhaltender ist oder bestimmte Sachen nicht versteht in der Sprachbarriere und soweit hat es sich nicht kommen lassen, sondern ist direkt halt durchgedreht und hat jedem Polizisten erzählt, dass sie mir peinlich ist. Und das war gerade ein kleines Problem und ja, das haben wir aber geklärt. Einfach nur für das am Telefon, nicht, dass du das da falsch verstehst. Mir ist Barbara natürlich nicht peinlich, aber ich weiß, sie hat keinen Filter. Das ist aber eigentlich, ja. Aber was ist sie dir dann? Bitte? Was ist sie dir dann? Was hast du gesagt? Ich verstehe dich die ganze Zeit gar nicht. Was sie dir dann ist, wenn ich peinlich... Hey, hast du nicht verstanden, was ich dir gerade gesagt habe? Noch Filter, aber wenn du dann sagst, sie soll sich für andere verstellen... Ach so, ja, okay, dann kann sie... Also wenn das Verstellen ist, andere nicht zu sagen, was seid ihr für scheiß Polizisten und sowas alles? Oder zu sagen, hey, ich hab... Das ist halt nicht, dass sie es richtig macht. Ja, ich verstehe tatsächlich gerade nicht, wieso du auf ihrer Seite bist, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kennst ihn doch. Niemand ist weiter. Du weißt doch... Du hast ihn doch kennengelernt. Auf niemanden ist weiter. Verstehe jetzt... Ich verstehe jetzt tatsächlich nicht, wieso das sein Problem sein sollte. Sie hat mich ja nicht mehr ausreden lassen. Mir ist einfach nur wichtig, dass er nicht direkt verschreckt wird von Barbara. Jedes Gegenteil behauptet. Ja, aber warum? Das klang jetzt sehr judgen, was du gesagt hast. Ähm, okay, das tut mir leid, dass es so klang, aber das meinte ich gar nicht so, ehrlich gesagt. So, okay. Ich hoffe, ich muss mir mal so einen Standpunkt schicken. Ich meine, wenn Barbara zu Ivan jetzt kommen würde und sagen würde, ich hab nur zwei Löcher und hab dir schon gefickt und sowas alles, wäre das okay für dich? Nichts, was ich verhindern könnte, aber ich würde, es ist auf jeden Fall, dass ich dann ihr nichts mal niemandem mehr vorstellen würde. Ja, und ich hab Barbara aber schon so erlebt. Deswegen bin ich da vorsichtig und der Mann ist mir sehr wichtig. gegen mich gegen sie und sie ist mir nicht peinlich. Ich würde sie überall vorstellen, aber ich weiß halt, wie er ist und ich weiß, dass es mich immens verschrecken würde. Und mir ist es wichtig, dass mein Freund mit einem Freund auskommt, weil das war bei Larry ja schon eine totale Katastrophe, was ich natürlich jetzt sehr nachvollziehen kann. Denkst du denn, die beiden würden sich verstehen? Was ist das? Ich hab gesagt, nicht kennen ihn, das wird so schlecht. Okay, war nur dein erster Eindruck. Boah, das ist immer so, Max und Barbara, also Max ist immer so bei Barbara und wenn es um Ariane geht, sind sie beide voll hart am lästern. Das ist halt wirklich so. Bei sowas ist sie total unberechenbar. Oder doch nicht. Ja, deswegen wollte ich vorsorgen und hab ihr einfach, hab angefangen zu sagen, der Mann ist mir wichtig, hör zu, ich wollte dich was, ich wollte dich um einen Gefallen bitten, bitte, bitte und dann, ja. Ging jetzt schon los. Bei den anderen Polizisten halt, ne, und das ist für mich so okay, sie ist gerade jetzt so drauf und schwierig jetzt für mich, wie mache ich das, wenn er jetzt, äh, gleich hier aufstehen. Wirklich schwierig, aber das ist halt so ein Ding. Es ist schwierig. Da bin ich. Ja. Was ist schwierig? Nichts. Ach. Ich hab Max das nur gerade erklärt. Lass mich doch ausreden, Mann! So. Ich hab Max gerade nur erklärt, äh, was jetzt gerade, aber du gesagt hast, du wärst, äh, ich wär dir, äh, du wärst mir peinlich und ich hab gerade die Situation erklärt gerade, die da war. Max hat nicht gesagt, dass du schwierig bist. Ihr redet über mich, wenn ich nicht dabei bin. Ihr redet auch über mich, wenn ich nicht dabei bin. Das stimmt nicht, das haben wir heute noch kein einziges Mal getan. Hundertprozentig habt ihr das getan. Haben wir nicht. Ich kenn dich. Haben wir wirklich nicht. Ich kenn dich. Wie, du kennst mich. Wenn du mich kennen würdest, dann würdest du mir vertrauen. Moment mal, es heißt nicht, dass du, ich hab jetzt mit keinem Wort erwähnt, dass du mich negativ, dass du negativ über mich redest. Aber ich redet bestimmt über mich. Das tut aber, ihr redet über mich, tut es aber, ach so, ja, positiv tatsächlich schon. Na gut. So. Jetzt lass mich kurz gucken, wo, äh, Dinge, ich weiß, dass der mich tatsächlich gar nicht mehr hat. Mir gefällt diese negative Stimmung in diesem Auto nicht. Ich bin da ein bisschen gestresst. Das ist so ein Zwiespalt. Einerseits sollte man von seinen Freunden erwarten können, dass die gut mit den anderen Freunden sind. Man müsste nicht sagen, boah, bitte halt ich aber ein bisschen zurück. Oder so. Andererseits ist es halt so ein Ding, dass es klar sein sollte, dass man das eigentlich macht, sich so ein bisschen zurückhält. Ich halte mich immer zurück. Nein, du hast bei den Polizisten gerade voll aufgefahren am Anfang. Und dann kamen ja, dann kamen ja die anderen drei Polizisten. Natürlich, denke ich, da geht es weiter. Doch hast du Barbara. Nein, es ist ein Unterschied, wenn jemand zu mir sagt, ja, sie sind mir reingefahren. Ja, da muss man jetzt aber auch, ne, das war der Unterton. Das war aber jetzt gar nicht so schlimm und das ging ja jetzt auch nicht anders. Direkt mit so einem sauren Unterton und ich höre so was. Und dann habe ich gesagt, meine Güte, warum muss man da direkt defensiv werden? Okay, ich sag dir jetzt was. Warte, nein, 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 ich sag dir jetzt was. Erstmal, lass mal ganz kurz gucken, wo müssen wir denn hier überhaupt hin, Mann, wo ist das denn? Ach, hier. Also, ich sag dir jetzt was. Wenn du mir sagst und du jemanden kennst und sagst, Ari, erzähl dir jetzt zum Beispiel nicht XY von mir und haltet euch ein bisschen zurück, also macht bitte nichts. Würde ich sagen, okay, alles da. Cool. Ja, das hast du aber nicht gesagt. Du hast gesagt, ich habe keinen Filter und dafür habe ich dich schon verziehen. Ich weiß nicht, warum das Thema jetzt wieder anfangen. Ich kann doch noch mal Max was erzählt haben, weil ich denke, keine Ahnung, dass immer alles, wenn ich was, weil Max dir immer alles an den Kopf werfen kann und ich nicht. So, ich muss jetzt anrufen. Ja, ich tue euch gerne den Gefallen, dass ihr hier rein könnt. Yay, bitteschön. Hi. Ja, wir sind jetzt bei Kronioweln. Okay, ich lasse mich kurz hinfahren. Ja, wir müssen ein paar Minuten warten, wir müssen leicht. Alles gut, bis dann. Okay, dann muss ich eine gute Rüte fliegen. Und jetzt? Äh, ja. Okay. Ähm, ah. Was? Nee, gar nicht. Okay. Alles gut, ich war kurz bei wegen was irritiert, aber es hat nichts mit dir zu tun. Hoffentlich. So, können wir uns jetzt alle vertragen? Scheinbar du dir das nicht. Ja, aber ich bin das gerade zu Herzen genommen, weil ich will nicht, dass Barbara denkt, dass sie mir peinlich ist. Das ist was anderes gewesen und ich kannte mich gut mit Worten, ich wusste nicht, wie ich das formulieren sollte. Und es war kurz davor. Nein, nein, nein. Hatten wir das nicht? Doch, dann sagen wir das jetzt einfach so. Nein, ich wollte ausreden. Hatten wir das nicht bereits geklärt? Nein, kannst du nicht. Okay, sie hat es wahrscheinlich nicht so gemeint, habe ich gesagt. Du bist ja auch aufgeregt, habe ich gesagt. Aber jetzt, wenn das noch dreimal aufgerollt wird, habe ich langsam das Gefühl, dass da doch mehr hintersteckt und ich mir Sorgen machen sollte, denn nur getrocknete Hunde bellen. Du verstehst das nicht. Mir macht das gerade nur Probleme, Barbara, dass du denkst, du könntest mir peinlich sein. Das macht mir gerade Probleme. Dann habe ich doch gesagt, ja, du meintest es wahrscheinlich nicht so, weil du verliebt bist und dir halt Sorgen machst wegen Dingen, weshalb man sich keine Sorgen machen muss. Genau so habe ich das gesagt. Dann, du hast den Teele von seinem Penis indirekt beleidigt. Habe ich nicht. Und das bist doch du und nicht er, als ob ich zu ihm hingehe und nach seinem Penis frage. Das ist doch kein Dächenkandidat. Du bist schon mit ihm zusammen. Trotzdem, das ist nicht in Ordnung. Ich mache mir Sorgen um dich und dein Sexualleben. Entschuldigung. Nein, musst du nicht. Ich mache mir aber immer Sorgen um alle Menschen auf dieser Erde, die mir wichtig sind. Tut mir leid. Zumindest was sagst du dazu? In Schweiz. Bist du die Schweiz? Ich sag dazu, Fabi, du sollst nicht direkt auf andere Leute drauf springen, okay? Die sind bestimmt nicht mit Absicht reingefahren. Ich bin doch nicht auf die drauf gesprungen. Gut. Du kannst doch was zu mir. Ich bin erst auf die drauf gesprungen. Bei mir musstest du das auch nicht sagen. Nachdem die frech geworden sind. Barbara weiß ja nicht, wer mein Freund ist. Das war eine ganz andere Situation. Weil wir sind ja, danach haben wir die Polizisten, die uns befragt haben. Da war er ja dabei. Deswegen war das eine andere Situation. Verstehst du? Welche von den beiden war es? Ja, ratet mal. Das waren drei. Ich habe nicht drauf geachtet, wie die aussah, ehrlich gesagt. Ach so, ja, gut. Ja. Der hat ja nicht geredet, der hat auf jeden Fall nicht geredet. Später sind wir für den Telefonat weggegangen. Also du bist mir nicht... Er redet nicht mal mit mir. Du bist mir... Wie... Wie soll er denn mit dir reden da? Ich kann nicht sagen, hey. Man könnte ja nicht sagen, hallo, ich bin der Freund von Ariane. Ich habe keine gute Freundin. Nein, nein. Ich bin in der Uniform an. Das fühle ich auch gar nicht. Okay. Das ist was anderes. Das ist so trennend beruflich und privat. Gott sei Dank. Sehr gut. Und da ist das Wort Trennung schon drin. Nein. Dafür werde ich sorgen, dass ich werde mich anketten an ihn. Wolltest du nicht, wenn er dich nicht will? Nein, wenn er mich nicht will, dann gehe ich natürlich. Warum hat er ihm was gesagt? Wusstest du sagen? Nein, hat er nicht. Aber du hast gesagt, du willst dich an ihm dranketten. Das war nur so dahergesagt, weil ich sehr glücklich bin und ihn nicht verlieren möchte. Du weißt doch, Max, Ari war am Anfang auch so toll. Ich habe halt Angst, dass das... Angst davor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jemals toll war. Am Anfang war er tatsächlich toll und dann das relativ schnell in eine ganz komische Richtung bringen. Bei Jo war es doch auch so, oder nicht? Oder? Können wir vielleicht diesen Namen heute nicht mehr erwähnen? Bei deinem Mann, bei deinem Ex-Mann? Nein, der war wunderbar. Okay, aber da war doch einer, einer war doch auch doof. Aber wer war, da war doch noch ein Ex-Mann, der ist doch doof gewesen, oder nicht? Der hat ja gestorben, ist ja, der ist gestorben, das war ziemlich doof. So, tut mir leid, also unserem Arm. Alles gut. Der Mann hatte kein Gleichgewicht, da bin ich auch nicht traurig. Das war natürlich damals sehr erschreckend für mich. Es ist schlimm, gerade verheiratet zu sein und dann plötzlich wieder alleine zu sein. Ja doch, das tut mir auch leid. Ich habe aber noch nie gehört, dass, also noch nie sowas redet ja eigentlich nicht so negativ, äh, nicht so positiv über ihre Beziehungen, das wusste ich nicht. Hä? Ja, du hast doch sonst immer gesagt, dass du die scheiße waren, ist deine Ex-Mann. Ja, jetzt sind die auch scheiße. Jetzt schon. Aber der, der gestorben ist, der war sonst immer gut. Nee, das war ein Flachmixer. Der war schon scheiße. Ach so, okay. Ja, dann tut mir leid, dass wir uns gerade gestritten haben. Ja, eine Frau des Friedens. Ich weiß, sie wollten alle immer Streit mit mir anfangen und ich lasse das nicht zu. Oh nein, du streitest ständig, Barbie. Das stimmt nicht. Ich warre nur auf meine Meinung. Okay, warte, stopp. Wieso, wieso darf man nicht so was sagen? Ich hätte jetzt schon die Faust ins Gesicht. Dass du dich verhalten sollst. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich warre nur auf meine Meinung, Max, du kannst mich mal. Ich lasse mich nur nicht von euch unterbuttern. Ich warre auch nur deine Meinung, Barbie. So ist es, so ist es, weil ich recht habe. Immer. Da können wir uns jetzt alle bitte vertragen. Oh, wir streiten uns doch nicht mehr diskutieren. Wie ist es? Oh mein Gott, ihr seid wirklich furchtbar manchmal. Also nicht furchtbar als Freunde, sondern mit diesen Diskutieren halt. Barbara? Du bist kurz, du bist kurz vor Kronjuwelen. Jetzt halt dich zurück. Einst du einst Eis. Was ist los? Nee, das ist gut. Dann guck, wer ein Schäge hingefahren hat. Möchte ich mal deinen Cola-Bonbon? Oh ja, gerne. Richtig sterben, danke. Oh, bitte Schäge. Oh, danke schön. Du hast keine roten Haare. Oh mein Gott. Alles durch. Alles gut. Hi, Barbara da. Hallo. Hallo Max, wie geht's dir? Ja, könnte besser sein. Was hast du dir getan? Wurde ins Taxi seitlich reingefahren. Ja, aber was ist kaputt gegangen? Die Hüfte, wo ist es? Man hat jetzt eine künstliche Hüfte drin. Wir haben aktuell alle Probleme. Ich hatte gestern einen Unfall. Oh. Nee, vorgestern. Die Künstler ist auch verletzt. Was ist das? Wir hatten dann irgendwie einen L.A. einen Unfall. Aber was ist dir denn passiert? Ich bin in ein Auto reingerutscht. Ich hab's zu spät gesehen. Oh. Und das ist inkompetent so. Oh, das ist schwarz. Nein, ist es nicht. Die haben mein Auto abgeschleppt. Auf dem Doradhof. Aber das heißt ja nicht immer, dass das das ganze PD ist. Das ist dann vielleicht ein Officer, der einen Fehler macht. Aber doch nicht das ganze PD. Nee, nee, umgekehrt. Das PD an sich ist schlecht. Einzelne Officer sind voll okay. Nein, das stimmt nicht. Ich bin auch beim PD und ich kann das nicht bestätigen. Also so ein einzelner Officer nicht voll okay? Doch, aber das PD an sich ist okay. Do you believe in life after love? Ach Nia, ich hab doch gesagt, bring ihn weg. Aber er muss auf die Netze. Gute Besserung. Hallo. Gute Besserung. Aber das ist so. Ich bin ein Welpe heute. Lass mich trauen. Was ist denn hier los? Hier sind ja alle Invalide. Hä? Invalide? Invalide ist nicht das richtige Wort, Aria. Nee, heißt das nicht, wenn man dann nicht nochmal reden kann. Das ist Barriere. So, weil das sagt man doch, oh, das ist nicht barrierefrei. Und das ist eine Barriere. Oh, okay. Ja, Gens, gute Besserung. Ja, muss ich dir helfen beim Pinkeln? Nee, Nia hilft dir. Nia, komm mit. Nein, ich möchte das nicht. Das ist voll okay. Musste ich gestern auch machen. Kann er nicht an einem Pinkeln? Der braucht aber keine Hilfe. Doch, der kann sich die Hose nicht alleine aufmachen, weil es wehtut am Bauch. Muss er einmal katheterisiert werden? Was ist denn jetzt los? Ist das Agens? Du musst ja nur die Hose aufmachen. Nein. Wo ist das? Agens hat einen Freund. Ja, deswegen war ich jetzt gerade extrem verwirrt. Es ist eine Freundin so. Ach so. Ich dachte, als sie es angedrückt, würdest du wollen, dass sie ihn unbedingt hilft? Nee, damit ich ihm nicht helfen muss. Oh. Du möchtest bestimmt deine Bestellung. Ja. Ich hole dir mal eben. Dankeschön. Dann nehme ich direkt mal meine Kette hier ab. Dann kannst du mal gucken, Barbara, es gibt neue Ketten, neue Armbänder und die kosten alle sehr viel, aber die wirst du jetzt da sehen. Ach so, oh ja, zeig sie mir mal. Es gibt so eine Kette mit so einem Schloss dran, die habe ich mir geholt. Und es gibt jetzt viele Sachen in Gold-Rosé, die sind richtig schön. Rosé ist leider nicht meine Farbe, da sehe ich immer so blass mit da. Dachte ich auch, aber dann habe ich sie gesehen. Ach so. Ja, damit. Geil. Dann ist es nur eine Freundin, deinen Schmuck dir zu geben. Kannst du mir noch den Preis von etwas verraten? Oh, wie schön. Was ich dir aufgeschrieben habe. Oh, genau, die ist die Kette, wie perfekt. Ach, die ist ja wirklich schön, meine Güte. Und guck mal, das Armband. Natürlich, ich verkaufe noch schöne Sachen. Die sind wirklich, wie teuer ist die? Äh, welche? Die Ariane jetzt anhat, die Kette. Ich habe mehrere Ketten, oder? Oh, wie mehrere? Nein, im Handgelenk ist auch noch eine. Die Halskette oder die Armkette? Ich meine die Halskette. Armband sage ich dazu, ne? Ja, das müssen 1.100 sein. Ich guck gleich sofort. Okay, und zwar, wie heißen die Ohrringe? Große goldene Kreolen. Das sind so mehrere Kreolen in einem gefühlt. Ah, ich weiß welche. Okay. Ähm, wir sind da bei... Moment, Telefon, da muss ich gleich ran. Ähm... Mal gucken wir genau auf die Brüste, wenn man jetzt die Kette anguckt. Das ist schon ganz gut. Oh. Ähm. Jetzt? Ja, klar. Ich... Komm, wo bist du? Ich muss weg. Äh, ich muss weg. Es tut mir leid, ich muss weg. Okay, aber kannst du doch schnell gucken, wie teuer die sind? Ja. Ähm. 1.315. Okay, danke. Dann schreibe ich mir auf. 1.305. Okay, ich danke dir. 50. 50. Oh, 50. Aber das macht ja auch keine Unterschiede mehr. Ja, nicht wirklich. Super. Äh, die Schleuskette ist bei 1.100. Ach doch, das ist das Schloss. Das sieht aus wie ein viereckiger Anhänger. Das sieht so in verschiedenen Fällen. Äh... Wir müssen ja noch auf Atkins warten. Ich wollte gerade sagen, kann noch jemand anders für dich zumachen? Oder, äh... Wann, dann gehen wir jetzt schnell. Ähm... Nee, ich muss warten. Okay, okay, okay. Okay, okay. Oh, shit. Tut mir echt leid. Ach, weil alles gut. Alles gut. Lang, sehr. Ganz gerade. Wie lange ist Atkins denn jetzt auf Tonette? Ist der Kacke? Er ist noch nicht so lange. Kommt ihr schon wieder vor, ich hab heute eine ganz schlechte Zeitrechnung. Möchtest du gebratene Nudeln? Ja, Ariane, komm mal kurz. Ja. Ja? Ja? Ähm, weil weißt du nur, dass er die Nummer von mir hat? Äh, ja. Von ihm. Ja gut, alles andere würde gar keinen Sinn machen. Ähm, ich hoffe, der hat nicht irgendwie... Das hat nicht... Das war jetzt nicht irgendwie problematisch für dich. Ich war mir nur nicht sicher, ob du wirklich auch damit gemeint warst. Deswegen wollte ich dich immer mal fragen. Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich wusste, dass ich mich nicht... Na gut, er wusste mal den kompletten Namen von mir hat. Er wusste deinen... Hä? Ja, er hat ihn den Cops genannt, damit die was machen, aber die haben nichts gemacht. Warte mal, woher wusste der deinen kompletten Namen? Weil er ihn den Cops genannt hat, weil ich seine Geisel war, weil er die Cops erpressen wurde bei mir. Achso, aber hast du ihn... Hat er den Ausweis geklaut oder was war das? Ne, aber ich hab's ihm halt gesagt so. Achso, weil ich hatte jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass er dich irgendwie ausgesucht hat sogar dafür, denn das wäre natürlich jetzt großsinnig gewesen. Ne, guck mal, ich war... Ich saß in meinem Auto, hab einen Zettel geschrieben, Motorradaußen und so, stand da am Straßenrand und plötzlich klopfte so eine Waffe an mein Fenster. Und dann meinte er so, es tut ihm sehr leid, er heißt gut, und er braucht mich jetzt, weil die Cops nicht auf ihn hören wollen. Okay, hat er dir irgendwas angetan? Hat er dir irgendwie... Nein, ganz ehrlich, Geiselnehmer waren netter als die Cops. Zumal für deine Kollegen, aber er hat sich wenigstens bemüht, eine andere Lösung zu finden, als mich abzuknallen. Die Cops haben gesagt so, nö. Er hat dir einen Shotgun in den Kopf gehalten. Ja, aber er hat nicht abgedrückt. Und er hat sonst auch gar nichts gemacht, außer dass er mir im Detail erklärt hat, wie er Luna hingerichtet hat. Aber sonst... Du kannst doch nicht sagen, dass das ein guter Mensch... Das ist ein richtig schlechter Mensch. Ich hab nicht gesagt, dass es ein guter Mensch war. Ich hab nur gesagt, er hat mich am Ende fast besser behandelt als Cops. Du musst ganz dringend zum MD. Und du weißt, wenn die Polizisten, wenn die wirklich falsch gehandelt haben, du kannst immer zum PD gehen und Beschwerde einlegen. Und da wird auch was gemacht. Ja, ich hab schon mal Geld von PD bekommen. Dann mach das bei der Sache auch. Naja, das wird nicht durchgehend. Ich hab mal an Anwalt denen schon geredet. Weil, äh... Also was die Cops halt... Also, keine Ahnung, es war halt deren Ding, ob sie jetzt in Forschung eingehen oder nicht. Aber es war denen halt egal, so, dass da Geiseln waren. Und als ich danach voll auf Drogen auf die Straße gerammt bin, so... Denkst du, es war doch nur einer, hätte hinterhergekommen. Und die hatten meinen Namen. Denkst du, auch nur einer hätte sich hier auch nur ansatzweise jemals erkundigt? Nach ihr? Weißt du denn noch die PD-Nummern von denen? Weißt du, wer das war? Hä? Da war ein Haufen Cops. Das war eine Geiselname. Da war herrlich, da war alles so. Ich möchte aber nicht, dass du jetzt irgendwie da zu den Cops gehst. Das ist ein bisschen monetär und das ist mir eigentlich auch egal. Aber... Irgendwann, der weiß, muss ich auf Venture schreiben, so, die Cops werden nicht respektiert, wenn die genau sowas machen. Und ich muss leider wirklich los. Ich mag einzelne Cops. Danke, dass du mir das sagst. Aber das Ganze an sich, so, hat mich noch nie überzeugt. Okay. Nur einzelne Cops hatte ich bisher gute Erfahrungen. Okay. Okay, es tut mir leid. Eins, gut, ich will das so. Ich danke mir mal den Erfahrungen. Okay, wir gehen über den. Wir müssen los. Wir haben euch noch. Ich muss sie dafür nicht überlegen. Es tut mir leid, wir können uns die Tage überlegen. Gute Besserung, Edgames. Oh, wir auch, hast du gemacht. Ich würde... Das Auto würde dann hier fahren. Oh, okay, die Besserung. Äh, danke, passt euch auf. Warte, könnt ihr mich woher fahren? Ja. Lass euch nicht abknallen. Oh, wir versuchen es. Äh, irgendwo was, was ich keine Ahnung. Bis später, Nia, passt auf, Wettkens auf. Okay. Hä? Äh, ich habe einen Standort. Hast du ein Navi? Ja. So, äh... Warte, warte. Lass mich ganz kurz nur eben das Navi resenken. Äh, dann. Dankeschön. Kein Problem. Da hattest du noch nichts. Kann mein Leben einfach mal ruhig sein? Ja, du hast ein sehr turbulentes Leben können, nass. Es tut mir leid, dass ich das getroffen hatte. Alles gut. Hä? Hm? Was tut dir leid? Es tut mir leid, dass dich das getroffen hatte. Wie geil hast du noch mal? Ja, ich war mir halt nicht wirklich sicher, aber er hätte mir da am Telefon was gesagt. Und so, ja. Scheiße. Aber du hast das Richtige gemacht. Du musst dich selbst schätzen. Es tut mir leid, dass ich aber seine Nummer weitergegeben habe, aber das ist... Nein, das muss dir alles in Ordnung. Das muss dir nicht. Das muss dir nicht leid tun. Du hast genau das Richtige gemacht und du solltest das, so doof es sich anhört, in jeder anderen Situation auch genauso machen. Du musst dich selbst schätzen. Hm, ja. Da ist wohl irgendein Parkplatz. Okay. Ja, hier vorne der. Oh, jetzt ruft... Ah. Hola? Können ich dich zurückrufen? Hier. Ja, okay. Ähm, warte kurz. Nicht hier noch ein Stück. Glaub ich. Oder warum? Okay, warte. Äh, ja. Ja. Das Auto braucht ein bisschen. Ich glaube hier. Ja. Äh, guck ich gleich. Nicht die Choco-Variante, oder? Danke, Choco. Ähm, es gibt so eine Choco, so eine kleine... Uff, gut. 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 Ähm, was ist mit der Tür dahinten? Nichts. Nichts? Ja, okay. Äh, nee, von... Also da ist irgendwie eine Kleinigkeit und das merke ich hier gerade vorne. Bisschen nervig. Ja. Aber ich glaube, es ist jetzt doch ein toller Moment, um ins Bett zu gehen. Herr Kowalski! Hallo Frau Barnes, einen wunderschönen guten Abend. Eine wunderschöne... ...angenehme Stimme zu hören. Wie geht's Ihnen? Äh, ganz gut. Wo sind Sie denn gerade? Ich bin gerade in Davis, aber ich, äh, müsste so langsam, äh, Räuchlein zu machen. Ach so, ja, okay. Ja. Dann machen Sie es. Ich muss noch, äh, mit beiden Worten... Aber ich habe Ihre SMS geschrieben. Ja, und wann soll, wann soll das sein? Äh, ja, das, äh, muss ich die Frau Barm natürlich noch fragen. Und, äh, ich würde mich dann nach euch beiden richten. Nach Ihnen beiden richten. Ja, gerne. Also, wären wir dann, äh, zu viert? Nein, wenn Sie, wenn Sie das zu zweit machen wollen, dann machen wir das zu zweit. Ja, klar. Und was ist mit Hill? Ist er raus aus dem Spiel? Ich kann das meinem Bruder nicht antun irgendwie. Ja, der kriegt dann sein eigenes Date. Meinen Sie? Ja. Bestimmt. Es sei denn, Sie kommen Ihnen zuvor natürlich, weil ich finde Sie viel, viel besser. Oh, danke. Bitte. Das freut mich. Ja. Gut. Ich bin schon gespannt auf die Frau Barm. Ja, ich habe Sie ja gerade bei mir im Auto sitzen. Oh, dann grüßen Sie bitte die von mir. Das ist peinlich. Barbara. Barbara, die begrüße von, äh, Herr Kowalski. Nö, Sie sind nicht so schön. Wie viel Karat mag Sie denn am liebsten? Und wie viel shiny sollen Sie sein? Moment, Moment. Sie sagt schöne Grüße zurück. Was meinen Sie, Herr Kowalski? Mit dem Unterdrück. Wie viel Karat und wie shiny sollen Sie denn sein? Äh, Barbara, wie viel Karat und wie shiny soll es denn sein? Was denn, was denn? Schmuck. Tausend. Die, wir waren gerade bei Kroni und sie meinte, sie kann sich das nicht leisten und sich deswegen nicht holen. Das stimmt nicht. Ich wollte es mir nicht holen. Ich wollte nur den Preis wissen. Ja. Sag sowas nicht. Gut. Okay. Ja. Das wäre natürlich jetzt keine Überraschung, wenn ich jetzt zu Kroni gewählen würde und... Ja, die, äh... Erfangen Sie mal, kriegt sie Provision denn auf die Sachen? Äh, ob Barbara Provision auf die Sachen bekommt? Ja. Äh, nee, nee, ey? Sie kann sich einfach nur die, die Sachen da, äh, äh... Ich kann nicht Sachen leisten. Also... Ich kann mir alles leisten. Alles in Ordnung. Ja. Ja. Ich will keinen Schmuck, sag dem, ich will keinen Schmuck von einem fremden Mann. Äh, sie sagt... Ich, ich höre einfach daraus, dass diese Frau das einfach wert ist. Ich kann mir ruhig was schenken, aber ich will ihm keinen Blasen, sag ihm das. Darum ja, darum ja. Also man muss dann schon, äh, sehr hoch einsteigen, wenn die Messlatte ja auch schon oben ist. Oh ja, ja, da haben Sie recht. Das ist ja nichts, wenn ich mit irgendeiner... Ja. Sie sind von der Gentleman. Oh, wie schön. Die Wertschätzung. Oh, das... Ja, gut, das ist... Das muss einfach schon stimmen. Das sind nicht schön, Herr Kowalski. Ja, denn Sie denken, Sie denken genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, so muss es auch sein. Also, eine, eine Königin soll man ja auch wie eine Königin behandeln, oder? Oh mein Gott. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, Herr Kowalski, ich lege jetzt auf, aber das muss ich alles bei Waren zu sehen. Okay. Okay, ich melde mich bei Ihnen deswegen. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott. Barbara, weißt du, was er gesagt hat? Was denn? Er hat gesagt, eine Königin muss man auch wie eine Königin behandeln. Ach, meine Güte, da hat er recht. Und er will nach Kornjubeln gehen für dich. Ich kenne den gar nicht. Der hat gesagt, doch, der kennt dich. Und dann hat er die ganzen Sachen gesagt und meint, das ist eine Frau, die ist es einfach wert. Irgendwie glaube ich das nicht. Nein, das hat er wirklich jetzt gerade so gesagt. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich weiß, dass ich den mal angemacht habe und der war nicht sehr erfreut darüber, ne? Wie hast du ihn denn angemacht? Positiv. Ich habe ihm gesagt, dass er toll aussieht. Oh. Du solltest ihn jetzt mal sehen. Der macht sich die Haare extra kauf für dich. Er hat doch gar keine Haare. Doch, hat er. Hat er jetzt. Nein, der hat keine Haare. Er sieht ganz gut. Er sieht besser aus als Harald auf jeden Fall. Entschuldigung. Dann Tupé also. Gott, das ist nicht schwer. Tupé. Oh Gott, ist wie. Der macht keine Haare. Er hat überall keine Haare. Ja, aber Moment mal. Du hast ihn doch gesagt, dass er gut aussieht. Da hat er ja keine Haare gehabt. Ja, ja, trotzdem. Da hatte er einen Hut auch. Einen Hut? Dann treffe ich mich nämlich jetzt gleich noch mit einem Freund. Sagen wir mal schöne Grüße. Barbara, ich müsste jetzt einen Termin ausmachen für dich und Herr Kowalski für ein schönes Date. Okay. Was ist dein Lieblingsort? Also wo bist du sehr gerne? Wo würdest du gerne essen gehen? Das ist mir sowas von egal. Das ist dir sowas von egal? Okay. Was hältst du von Piazza Rossa? Das ist mir sowas von egal. Okay, also der Ort ist dir egal. Was ist denn so mit deinen Zeiten? Also ich kann immer abends. Immer? Jede Woche? Jeder Wochentag? Nee. 21 Uhr wird toll. Nächste Woche kann ich leider nur Dienstag. Nur Dienstag? Und dann ist Sonntag wahrscheinlich weg. Ich weiß nicht, ob ich Sonntag wieder da bin. Vielleicht. Okay, warte. Das reicht schon. Das kann ich Ihnen. Okay. Dein Appetito. Okay. Kann mich jemand noch nicht fahren. Ich lasse mich mit dem Taxi durchfahren. Ähm. Okay. Okay. Ich brauche ein paar Minuten. Ich kann aber nicht lange. Ich treffe mich später. Darf ich mich mit jemandem? So. Äh. Moment. Sie könnte nächste Woche Dienstag, so um 21 Uhr oder später. Ich brauche es sogar ein bisschen. Wird dann für euch beide vielleicht was buchen? Oh Gott, das will ihn. Sollte er das nicht tun? Nein, ich leihre das an und ich mach das gerne. Wenn der was bucht, dann willst du wahrscheinlich in einem goldenen Schiff irgendwo schippern oder sowas. Oh, fantastisch. Super. Ja. Ich muss jetzt aber trotzdem ins Bett, ne? Okay, ja, gut. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so toll ist, ne? Einmal Nein sagt uns und sich dann anders überlegt. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Das muss ja einen triftigen Grund haben, ne? Max, kommst du nach Hause oder soll ich dich fahren? Also, Max muss mich fahren. Ich bin mit Max hier. Da ist der Max hier mit den Schlüssel. Ich fahre. Ja, das habe ich schon vergessen. Ja, dann. Seid ihr beinahe ausgestimpelt? Ja. Komm, Max. Max ist kurz auf Klo. Das heißt, wir warten hier noch ein Sekündchen. Dann bis gleich. Viel Spaß mit deinem Freund verhütet. Ach so, wirklich? Ja, Max, ich muss ja Max dann nach Hause fahren. Pass auf dich auf. Ich stelle ihn dir bald vor, ja? Alles gut, ja. Und egal, wie klein der Penis ist, man findet zu jeder Größe ein Kondom. Tschüss, Barbara. Ja, das ist... Du bist zu jung, um schwanger zu werden. Ich werde auch nicht schwanger. Nein, geht. Ah, hier ist einmal von Alice Taxi. Hallo, Emma. Hier ist Schmariane Arndt. Alice Ariane Barnes. Au, hallo, Schmariane. Hallo. Kannst du oder könnt ihr mich vielleicht hoch nach Palito fahren von den Pegasus Apartments aus? Ich müsste da jetzt auch erst mal von der Zentrale hinfahren. Aber wird das gehen? Na klar. Oh, das wäre fantastisch. Na, voll gerne. Willst du auch Nudeln? Wir sind gerade beim Genki. Äh, oh, ich würde gerne was für... Oh, warte. Ich komme beim Genki vorbei. Dann kann ich direkt was für zu Hause mitnehmen. Das ist perfekt. Das war auch mein Plan nämlich offen. Und es gibt Nudeln und Mottis. Ich liebe Mottis. Ich kaufe einfach die ganze Küche gleich her. Okay, super. Gut, dass wir vorher da sind. Okay. Ja, bis gleich. Scheiße. Bis gleich. Bis gleich. We love eyes from across the room And I feel like I'm about to explode And I clench my hands tight So I won't unleash it too soon Give to me when I am home And I'll wrap you up And we play hide and see And my heart rate climbs up above 130 And I wanna help you reach it Reach your pain Cause you told me that you like to get dirty You're dirty and I like that And it's just for me And it's just for me Von beidem eine ganze Packung Ähm, machst du Vierpartons? Ja Und Mottis natürlich wie immer Äh, genau Vier ist auch die Das, was maximal eine Tüte kriegt Mach ich dir fertig Danke Und, äh, Tee Ja, klar Äh, bitte, danke Einmal Äh, zweimal Zweimal, okay Danke dazu Gerne Ey Hey, wie geht's dir? Wow Schicke Frisur Dankeschön Ist gut aus Sie ist auch gut aus, du siehst du Dankeschön Anders aus, hätte ich erstmal gar nicht gekannt jetzt Ich bin voll on the cover unterwegs Oh, warum? Ich bin, in der Ahnung, einfach so Achso Achso Ich hab nur die Haare anders, aber keiner erkennt mich Das ist witzig Ähm, man erkennt dich an deiner Stimme, ist genauso wie bei mir Ich kann deswegen auch meine Haare ganz oft wechseln Ja, ist völlig egal Ja Ich nehme Unicorn, aber hey Emma So, hey Cool Bist du öfter hier? Genau sowas Guck mal, wie findest du meine Kette? Sag mal Oh Ist ja cool Oh, die sind Rosé Ja, aber die sind Rosé-Sachen Ich hab auch hier, das ist Armin, auch in Rosé Okay, das steht dir verdammt gut Du hast so voll den perfekten Hautton dafür Ja, kostet alles nur 1000 Nieren, ne? Ganz furchtbar Ja, ich weiß Nacho hat mir auch so eine Kette geholt Nacho? Hm? Wo ist das? Nacho Piddy Nacho Chief Nacho Hallo Nacho, Koko Hallo Nachi Nee, Nacho Werdet ihr schon Kiki Also ich brauch Oh, schöne Superteile Emma Oh, Emma Ist das, sag ich doch Super Also ich hätte gerne, ich hätte gerne was Ja, gerne Kann ich eine minimal große Bestellung Also nicht eine Riesenbestellung Aber nur eine minimal große So von sechs Rahmen zum Beispiel So mitnehmen Was können wir machen? Ja, und dann noch sechs Portionen Mochi Mochi Und der Mochi-König ist da Hallo Hallo Hi Tami Hallo Was geht ab? Hi, wie geht's dir? Du siehst wie immer fantastisch aus Und Gott, hast du dir die Riesen polieren lassen? Was? Okay Ich mach's ihre Bestellung Sehr geschehen Nee, du? Hast du dich polieren lassen? Nee, du? Oh scheiße Ist die mir automatisch in der Nähe? Ähm, ja Wenn du die Straße hier rechts rum Okay Ich geh mal kurz sehen An der Bushaltestelle Danke Oh, jetzt hab ich grad hier im Moment Der wollte mal Vibe abspielen Und hat wieder diese Federmeldung So, Entschuldigung Also heute ist Ariane ja wirklich nur unterwegs Ne, krass Äh, Geld abheben Und wir sind wieder bei der Drei Und das wird noch mehr runtergehen Ich weiß, ich könnte erst auf 23 Uhr gedanken Wäre möglich Ha, super Dienstag, 23 Uhr Hast du ein Date Die Sache ist Auf ganz jetzt nochmal andere Weise Schippe ich die Beine ja voll, ne? Äh, das Oberteil war heute ja absoluter Zufall Weil ich wollte das nie anziehen Weil das war ja ein Fehlkauf Ich wollte ja ein weißes Oberteil Und dann hatten wir dieses lila, ne? Und dann war ich so Ja, nee, das passt irgendwie nicht, ne? Voll lustig Jetzt hat sie das heute an Jetzt sind da Kirschblüten drauf Und hier vorne mal wieder Paragel Ach, ich bin echt klein Ich liebe deine Haare Ich liebe dich, Kiki Oh, ich liebe dich auch Ah, well, that escalated quickly Das ist für dich Dann hab ich Oh, Adikato Oh, können Sie mit mir mit zum Auto kommen? Ich muss das einmal hinten reinpacken Oh, ja, na klar Das wäre super Brauchst du Tragehilfe? Super Mach ich Ich lieber mach ich Super Ich mag ihr Outfit Ja, ich mag ihr Outfit auch Ich hab das heute das erste Mal Das war eigentlich ein Fehlkauf Aber ich liebe es jetzt Das war ein Fehlkauf Aber ich hätte nie gedacht, dass sie immer dann das mit dem Auto da ist So, genau Da einfach rein Und die Mochis Also, machen wir so Vielen, vielen Dank Oh, du meine Güte Vielen herzlichen Dank Alles gut, alles gut Alles gut Alles gut, alles gut So, dann gucke ich noch kurz in meine SMS Guten Appetit Dankeschön Ich bin jetzt jetzt erstmal in den Küchen nach Hause Emma Du siehst wundervoll aus Sie sehen beide wundervoll aus Emma, holt ihr mich jetzt An Pegasus Apartment ab Dann fahr ich schon mal An Pegasus Apartment Alles klar Acht Minuten oder so, ja? Ja, das passt Ja, danke Ciao Ciao Danke, Julie Ja, Ariane fährt wieder wie Ariane fährt Was ist das denn jetzt gewesen? Hä? Im Moment passieren so lustige Zufälle einfach, ey Und wenn es nur so was Kleines ist Wirklich dieses Urteil Was Ariane eigentlich auch loswerden wollte Das behalten wir natürlich jetzt, ne? Ja, ich hätte jetzt auch mehr kaufen können Aber das dann doch ein bisschen Müssen wir jetzt jetzt mal gucken Wie wir das alles nach oben kriegen auch Muss wahrscheinlich zweimal Zahn laufen tun Nun, jetzt haben wir auch ein bisschen Garfield-RP wieder Ist auch sehr schön Karten wurden gelegt Das Universum fügt sich Ah, man sollte sich aber nie zu sicher sein, ne? Kann auch sein, dass Joska auf einmal so Voll der Bösewicht ist Und keine Ahnung Oh, hat keinen Bock mehr auf Ariane hat, ne? Ist ja doch ein bisschen flippiger unterwegs Wer wissen es nicht, Julie? Was dramatisch ist schon fast Ja, wieder Streit mit Barbara Und wie ich dann immer versuche Mit Ariane diese scheiße ganze Stimme zu haben Boah, das ist aber wirklich Die beiden gehen ganz anders miteinander um Als mit Ariane Das nervt mich wirklich, ne? Das wissen die beiden auch Dass ich das echt hasse Aber ich hab nie Bock Das auch zu spielen So Penner, ey Wir sind übrigens privat befreundet, ne? Was das jemand nicht wusste So, Moment Dann sind wir jetzt erstmal die hier Oh, nee So Das ganz nach oben Was? Ja Ja, ja, Ari wird Es kann ja trotzdem sein, dass er ganz schlimm wird Oder so Aber Ari Zum jetzigen Zeitpunkt und so Auch wenn da kleine Macken sind Sie geht ja nicht, ne? Die bleibt ja Weil er ist genau die, die halt todestreu ist Na gut Sieht es nicht nach so viel aus, ne? Immer noch alles zu wenig, finde ich Dann müsste eigentlich mehr gehen Mal die Heizung wieder ausmachen Boah, ich mag die Schuhe auch so, ne? Ey, ich bin so verliebt Auch mit den Söckchen heute So verliebt Und wir haben unsere Ohrringe wieder Richtig gut mit Achso, wir haben übrigens noch was, ne? Wir haben die ganze Glitzer-Ohrringe drin Die sollten wir vielleicht mal wieder rausmachen Die hat die halt vom Skinner-Geschenk gekriegt Aber ich kann die jetzt halt nicht tragen Nicht nicht tragen Das wäre irgendwie ganz komisch Ja, ich mach die Ohrringe auch Die haben mir auch echt gut gestanden So, ich geh mal ganz kurz Heizung ausmachen Und mal kurz im Badezimmer Aber ich schwitze Ich mach lieber Sicherheitsüber Deo drauf Moment Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 schauen. Das wird schon. Ich will jetzt erstmal diese Beerdigung hinter mir bringen. Brauchst du sonst noch irgendwie Hilfe bei der Beerdigung? Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, ich muss jetzt erstmal schauen. Ich sag dir Bescheid, wenn sich da mehr ergeben hat. Das Problem ist, es ist halt nur nichts Konkretes. Wenn was Konkretes da ist, dann werde ich mal schauen. Ich muss eigentlich auch noch ihren Angehörigen Bescheid sagen. Er hat zwei Freunde, die hier oben im OP arbeiten. Dem wollte ich das eigentlich an den Tag sagen, wo ich die Freigabe von der Staatsanwaltschaft bekommen habe und hat es dann nicht mehr geschafft und dann am letzten Tag war ich ja suspendiert wegen dem ganzen Scheiß. Und deswegen habe ich mich bisher nicht getraut, dem das zu sagen. Aber wenn ich jetzt die Freigabe bekomme mit der Beerdigung, dann kann ich dem wenigstens das sagen. Dann mal schauen. Kaffee, das tut mir so leid, dass du damit quasi jetzt lange Zeit alleine warst. Alles gut, da kannst du nichts für. Ja, aber wie gesagt immer, jeder kann es nichts für. Aber es gibt ja auch man das Hinsetzen. Man sagt ja, es tut mir, es tut mir leid. Weil es tut einem dann auch leid, wenn jemand anders, wenn es dir nicht gut geht, wenn er leidet und vor allem, wenn er mit so was alleine gelassen wird. Ja, was mich sehr viel mehr aufregt, ist halt, was alles dadurch jetzt so ins Laufen gebracht wurde. Nicht, weil es nicht gut ist, sondern weil es mir wieder zeigt, dass ich so zum Teil einfach die falschen Freunde habe, weißt du. Im MD will gefühlt keiner mit mir reden. Ist es immer noch so? Ja, keine Ahnung. Also ich habe eine Freundin, mit der rede ich. Und ich habe ihren Verlobten, der auch Schäferarzt ist. Also nicht Schäferarzt, aber Leiter der Ärzteschaft. Der redet auch mit mir, aber da weißt du, das ist das Problem. Der ist halt der Typ, der das weitergemeldet hat, warum ich überhaupt suspendiert wurde. Ne? Ähm. Und das ist, das macht es natürlich sehr viel komplizierter. Und bei den anderen Leuten weiß ich halt nicht, wer alles auf der Seite von diesen MD-Land ist, die halt wegen Korruption erstmal gefeuert wurden. Du musst dir vorstellen, an dem Tag, wo ich sie besuchen war, unten. Stand einer von denen dabei, weil der auch ein Freund von Luna war, Lunas Körper besucht hat. Und der hatte mich direkt angesprochen und hatte gesagt, ach, du bist hier wegen Jen. Etwas, was er gar nicht wissen darf. Wow. So. Pio hat das mit einem halben Ohr mitgehört irgendwie. Und ich bekomme dann am nächsten Tag die Nachricht, ja, du bist suspendiert, wir müssen da was klären. Und Kukum äh, sagt mir dann, ja, es wurde von einem hochrangigen Mitglied vom MD erzählt, du hättest einer Person gesagt, dass das Jen ist. Und das war gelogen, ne? Äh, falschrum. Die Person hat mich angesprochen, ich hab darauf nicht geantwortet. Und anstatt jetzt zu ermitteln, warum Kasimir Nolan weiß, warum Jen, dass das Jen ist. Also warum er weiß, dass Jen tot ist und dass die da unten liegt. Wurde dann halt erstmal geguckt, warum ich denn jetzt da war. Ja, okay, das ist scheiße. Ja, und das Problem ist, die Staatsanwältin, die dafür zuständig war, die hatte mir das nicht schriftlich gegeben, sondern nur mündlich, dass der Zeugenschutz aufgehoben ist. Und die hat dann bei Depot am Telefon gesagt, nee, das ist so nicht. Huch, 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 huch. Na, deswegen will ich mit der Staatsanwaltschaft auch nichts mehr zu tun haben. Zumindest mit dieser Staatsanwältin, ne? Ist die denn noch, ist die denn noch da? Ich hab gedenken, das ist einige, okay. Du, ich hab mit Milo heute darüber geredet und er meinte, dass er der auch nicht würde und sich bei der auch immer alles schriftlich holt. Wie heißt sie denn? Na, sag ich dir nicht. Aber ich würd vielleicht, wenn ich mal irgendwas hab, mir das vielleicht der Mittel auch immer schriftlich geben lassen, dann kann man ja vorführen. Generell gebe ich dir die Empfehlung, wenn es um solche Sachen geht, immer schriftlich. Okay, gut. Werde ich jetzt auch machen. Ich mach's auch im PD, einfach aus Prinzip nicht, weil ich den Leuten nicht vertraue, sondern dann hat man's. Ne? Dann kann man's nachweisen. Okay, okay. Ne, das ist das, was ich daraus gelernt habe, es ist einfach das Beste. Es ist mehr Arbeit, aber es ist gut so. Nein. Ne, das Ding ist halt, da lag das jetzt trotzdem einen Monat rum und das Problem ist, in dem Testament, was sie selber eingeweicht hat, steht nicht nur ihr Echtname drin, sondern auch ihr Name unterm Zeugenschutz. Ja. Und ich werde auch drin erwähnt. Das Problem ist, wäre nur einer der beiden Namen drin gewesen, hätte man doch schon längst ausführen können. Ne, wäre ihr Klarname drin gewesen oder ihr Name unterm Zeugenschutz, weil dann würde durch das Verlesen des Testaments, weil das ja relativ öffentlich ist, nicht die Verbindung zwischen dem Zeugenschutz und ihrem echten Ich gezogen werden. Das ist das Problem. Meine Güte, darf ich's mal aussprechen? Wie ätzend ist das denn alles? Ja, und weißt du, was das Schlimmste ist? Wir hätten das vor einem Monat einfach umändern können, im Testament oder in den Namen schwärzen können oder sonst irgendwas und es ist nach einem Monat immer noch nichts passiert in die Richtung. Boah, warum ist das denn alles so scheiße kompliziert und unnötig? Nilo hat jetzt heute mit der telefoniert und er hat mir gesagt, ja eigentlich ist alles fertig, mein Anwalt müsste einfach nur in die Puschen kommen. Also dein Anwalt dann? Genau, der, den ich beauftragt habe, das Testament auszuführen. Wel ist denn dein Anwalt? Hab ich das gefragt? Äh, Max Harvey von Kanzlei Law & Justice. Ja, ja, den kenn ich, den kenn ich. Ne? Aber ich rufe den schon seit einer Woche hinterher und vor ein paar Tagen war die Kanzlei vier Stunden lang laut Venture auch offen und ich habe angerufen, es war niemand erreichbar. Heute habe ich einen von ihm erreicht, der meinte, er gibt das weiter und der Herr Harvey würde mich heute noch anrufen, wenn er in den Dienst kommt. Nix. Ich gucke mal, ich gucke mal, wer da ist. Ich gucke mal kurz fest. Ne, deswegen, ich bin mich vergessen, aber nicht nur von der Staatsanwaltschaft oder von DOJs, sondern auch von diesem fucking Anwalt. Hm, ja, ich habe die Targets von ihm gehört auf jeden Fall, aber gesehen habe ich ihn tatsächlich auch nicht. Jaja, alles gut, eine Freundin von mir, die ist Tauchlehrerin hier oben, die hat mir auch gesagt, ja, der hat mich heute angerufen, also gestern, hatte sie mir gesagt, ja, der hat mich heute angerufen wegen Tauchtermin. Also, der ist auf jeden Fall unterwegs. Und das ist dein Anwalt und du bezahlst ihn? Nein, bezahlt habe ich ihn bisher noch nicht. Oh ja. Aber ich nehme mal an, dass der irgendwie Geld bekommt durch das Testament. Hm. Ne, beziehungsweise, ich habe dem auch gesagt, ich habe kein Problem, ihn zu bezahlen, er soll mir nur sagen, was. Also, der kam mir tatsächlich, ich hatte einmal mit ihm jetzt Berufi zu tun, er kam mir sehr, sehr engagiert und. Ja, eben, das ist ja das Ding. Ich glaube, er hat es vergessen, aber das Problem ist, dass er nicht erreichbar ist zurzeit. Ja, das ist so. Seine Privatnummer, hast du? Und mein, nein, ja, ich habe die mir jetzt heute aus dem System rausgenommen. Ich will den aber nicht privat anrufen, weil ich finde es was immer unangenehm. Ich werde das morgen machen, wenn er sich heute nicht mehr meldet, aber ich werde morgen auch ganz einfach zu Tanaka gehen und mit dem das direkt klären, weil der das Ehrenscheinen kann, dass ich ihn schassen will. Meine Aufklärung ist da. Na gut, dann. Dann, äh, pass auf dich auf. Ja, du auch. Wir reden die Tage nochmal, ja? Na klar. Okay, bis dann. Bis dann. Hallöchen. Komm, man war nah. Nah? Alles gut? Schön, haben wir euch noch. Nathalie, bis so weit ist alles okay. Und das ist der Tag gewesen. Tumeneid. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hübscher Pullover. Ja, das ist der Pullover, den ich loswerden wollte ich. Bin ein bisschen verwundert, als ich den dann doch angezogen habe. Jetzt hat er eine andere Bedeutung. Schau mal, meine Kette und mein Armband. Ich habe es heute abgeholt. Er sieht doch gut aus. Was zu dir? Dankeschön. Hm. Kann ich dir irgendwas Gutes tun, wenn dein Tag heute stressig war? Hm. Nö, jetzt wird der Tag ja angenehmer. Du meinst die Nacht? Ja, die Nacht. Gut, dann, äh, ich habe den Kühlschrank ein bisschen gefüllt. Ich war beim Genki und, äh, habe ein bisschen was mitgenommen. Aber nicht so viel, leider. Was? Was hast du denn mitgenommen? Äh, ich habe mir für unterwegs sechs Ramen einpacken lassen und sechs Mochi. Hm. Geht doch gut. Hm. Hm, möchtest du wohl hinfahren? Oder musst du noch hier was machen? Ich... Nee, also jetzt bin ich wirklich komplett fertig. Ich habe wirklich von ein zu anderen Termin und jetzt habe ich auch mal genug. Okay. Dir geht es aber wirklich gut, ne? Nee, geht es wirklich gut. Ja, nur ein bisschen erschrocken. Ja, es hat sich sehr, äh, brutal angehört, die Geschichte, die da passiert ist. Deswegen, äh... Ich wüsste gar nicht, dass du sowas mitbekommst. Ja. Naja, es war halt, äh, nur ein super weiser Fall. Und dadurch, dass ich Prüfer bin... Ariane hat die Schnauze. Ja. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich halt außer Dienst gegangen, aber es war schwierig mit der Prüfung dann so ein bisschen. Nee, also... Weil ich dachte wirklich, echt? Du siehst, was passiert? Nein, ich habe dir doch, äh, ich habe dir das doch, äh, auch extra nicht geschrieben, weil ich wusste, dass du... Ist ja auch nichts passiert. Ist ja nichts Tragisches, stimmt. Es war ein Autounfall, Ari. Ja, aber ich saß tatsächlich hinten. Es war wirklich alles in Ordnung. Sagen wir uns zu deinem Auto. Ja, können wir machen. Siehst so gut aus. Nein, du siehst gut aus. Nein, du siehst gut aus. Nein, du siehst deutlich besser aus. Du siehst fantastisch aus. Besser geht es überhaupt gar nicht. Doch. Hm? Seh doch, wie es besser sein kann. Wie kannst du denn bitte noch besser aussehen? Nein, du siehst halt immer besser. Wie sagst du, immer zweimal besser aus als ich? Äh, Spiegel, Spiegel, alles, was du sagst, kommt zurück zu dir. Ein Spiegel hat gar nicht solche physikalischen Fähigkeiten. In meiner Welt schon. Also, ich habe nachgefragt, wenn eine schwarze Nadelstreifenweste gibt es weder bei Brodinger noch bei Amaphrodonis. Ich habe aber eine Weste vorbestellt und das ist eine rote Nadelstreifenweste, aber die schaue ich mir erstmal an. Äh, okay. Okay, das hättest du aber jetzt nicht machen müssen. Ja doch, jetzt war ich auch neugierig. Okay. Ich kann Sachen für dich erledigen, du musst mir Bescheid sagen und ich mache es dann trotzdem auf, wenn du nicht Bescheid sagst. Müsst du nicht, das weißt du auch. Ich weiß, dass du das auch selbst kannst, aber du hast halt weniger Zeit als ich. Hm. So, auf jeden Fall gibt es neue Winter und Herbstmode, deswegen war ich auch beim Amaphrodonis, aber das ist noch die von letzter Saison und das habe ich auch für Männer gefragt und dann hieß es, dass es für Männer auch nichts Neues gibt, sonst hätt ich dir da auch was mitgebracht. Also keine neuen Mäntel oder so? Also nach meiner Info, die ich jetzt bekommen habe, nicht. Aber vielleicht ist die Info auch falsch. Weißt du nicht? Hm, ja, ich bin halt, also, schade. Ich hätte schon gefühlt, wenn man vielleicht andere Mäntel mal bekommen würde, importiert werden oder so. Oh Gott, vielleicht wurden ja welche importiert und ich muss Maria nochmal anrufen. Ich frage sie einfach. Ich frage sie jetzt. Hallo. Hallo. Maria, eine Frage. Eine Frage, bei den, äh, bei diesen Winter- und Herbstmode, meintest du da die gesamte Kollektion oder nur die, äh, Damen, äh, die Damen, äh, ich habe heute Wortfindung, Schwierigkeiten, äh, oder nur die Damenmode, dass es da keine neue Sachen gibt? Äh, alles insgesamt. Okay, also auch keine neuen Männermäntel oder so? Äh, aktuell noch nicht. Äh, soll es da was sein, kann ich dir aber auch gerne Bescheid geben, falls dann doch noch vielleicht mal was kommen sollte. Oh, das wäre voll lieb, dankeschön. Ja, klar, aber kein Problem. Okay, das war's auch schon. Wenn du einen neuen Termin hast, wegen der Fahndung, sagst du mir Bescheid? Ja, klar. Dann, dann gebe ich dir direkt Bescheid, ruf ein oder schreib dir oder so. Okay, dankeschön. Dann, äh, bis die Tage. Ja, klar, bis dahin. Tschau. Sie meinte, wenn es etwas gibt, dann muss ich mich sofort anrufen. Okay, das ist okay. Okay. Hm, wo möchtest du denn hin? Es ist mir wie immer völlig egal. Damit alle, egal, komme nur nicht so weit. Dann bleiben wir im Auto sitzen. Hm, wir können ja mal... im Europark nachschauen, was da los ist. Ne, ah, okay. Ich finde, er ist ja immer nur in den Kreis gefahren, wo er noch nie wüsste, wo er hin soll. Oh, oh. Vorhin, ich wollte dich kurz, äh, aus der Welt schaffen. Ich wollte dich damit vorhin nicht im Auto nehmen. Also einfach mal eine ehrliche Meinung sagen, von dem, was ich jetzt verstanden habe, aber Barbara war wohl so aggressiv zu den Filidern und du meintest dann, dass sie etwas zurückhalten soll. Was ich glaube, ich jetzt verstehe. Vorher dachte ich bloß, dass du ihr von vornherein gesagt hast, sie soll sich beherrschen, also so auf die Art. Was ich natürlich nachvollziehen kann, weil Barbie wirklich so sehr direkt ist und selbst, wenn es unangebracht ist, oh, das ist halt Barbie. Und ich denke, wir sind, also wir drei allgemein gesprochen, alle Freunde, auf die man stolz sein kann, dass man sich nicht verstellen muss, sondern zurückhalten muss, damit man auch komisch auf sie wirkt. Ähm, ja, okay. Also war dein Tag eigentlich stressig heute? Ja, ein guter, stressig. Ich habe ein bisschen, äh, was organisieren können. Da freue ich mich gerade, dass es alles geklappt hat. Hm, was hast du denn organisiert? Was sag ich dir nicht? Warum nicht? Ein Geheimnis. Ist das so? Was ist so? Was für ein Geheimnis? Sag ich dir nicht. Okay. Nichts Schlimmer. Okay. Und, ähm, ich habe Amos, ähm, getroffen. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit ihm. Ich, ähm, wollte mal deine Meinung dazu hören. Nein, nein, ich stimme es nicht. Er meinte zu mir, äh, als ich, er wollte bei etwas helfen, habe ich gesagt, nein, nein, alles Gutes, ich mache das, nein, ich mag das. Und dann hat er mich gefragt, ob ich gerne Dinge organisiere. Und, gesagt, ja. Und dann meinte er, hm, er hätte vielleicht etwas, wo er meine Hilfe bräuchte. Er möchte da etwas, äh, er plant da etwas, er möchte etwas organisieren. Hm, was denkst du dir dabei? Was könnte das sein? Hat er dann gesagt, um wen es geht bei dieser Organisation? Natürlich nicht. Er bräuchte nur bei etwas meine Hilfe dann. Hast du ihm irgendwie in eine Richtung geschubst oder so? Nein, ich habe ihn nicht in eine Richtung geschubst. Dafür hatten wir gar keine Zeit, dass ich sowas halt machen könnte. Ja, okay, ich dachte ja jetzt auch nicht an heute. Hm, nicht Tage oder so. Hm, nee, ich hatte nur damals auf der Hochzeit von Tilo und Elena diesen Verlobungs-Joke gemacht. Da haben wir auch kurz generell über das Thema mal gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich weiß es nicht mehr, leider. Ich erinnere mich an das Gespräch kaum noch und versuche mich schon, die ganzen Tage daran zu erinnern, aber irgendwie war es wohl spät oder so. Oh, okay. Denkst du etwa, er organisiert eine Verlobung oder? Weiß ich nicht. Das hat sich so ein bisschen danach angehört, aber vielleicht ist es auch einfach ein Überraschungsparty. Ich... Nee, vielleicht ist es auch einfach irgendwas anderes. Ich bin doch gelegen oder so. Weiß nicht. Aber wär schon schön. Natürlich. Würde mich für die beiden freuen. Und ich würde mich richtig in Zeug legen. Ich seh schon überall überall so Rosenkränze und so. Nee, das ist ja Ray. Weil sie müsste erst mal ganz lange mit ihr vorher reden und dann dementsprechend... Ich glaub, da müsste überall Leder sein. Irgendwie Leder und Steine und Verderben. Irgendwie sowas. Kannst du aber überall Springböcke hinstellen. Da kann sie da rüberhüpfen. Macht sie doch so gerne auf Dächern. Okay, Dächer, Dächer. Das merke ich mir. Dächer. Es könnte auch einen großen Dach stattfinden, aber das wird vorher abgesichert, damit sie da nicht runterfällt. Ja, die fällt auch gerne runter. Stimmt. Eigentlich müsste es ja eine Verlobung, wenn es das sein sollte, im MD sein. So oft, wie sie da schon war. Jetzt wirkst du mich aber auf Ideen. Ja, ja, mal schauen. Du kannst ja theoretisch das so machen, dass Amos so tut, als wäre ihm was richtig Schlimmes passiert und sie muss in die Pathologie und... Nein, das ist total schlimm, wenn man sowas macht. Das macht man nicht. Nein, das kann man nicht machen. Oh mein Gott, was ist denn mit dir? Das ist ja furchtbar. Jange Frau. Wo lachst du denn dabei so? Weil das Schlimmes ist. Ich lache nicht, ich bin schockiert. Ich bin richtig schockiert. Ja, okay, ich lache ein bisschen, aber trotzdem. Das wäre aber schon einzigartig, oder? Also rein hypothetisch, was würdest du doch niemals mit mir machen, oder? Nein. Weil dir wüsste einfach, die hypothetisch wüsste ich schon, was ich bei dir machen würde. Ey, was denn? Sag ich dir doch nicht. Ich wollte dir gerade meins sagen, aber okay, dann sag ich dir was. Achso, ja, dann sag doch mal nie. Ja, ich hab geblufft. Scheiße. Ja. Hättest du jetzt gesagt, was du machen würdest, hätte ich es dir vielleicht gesagt. Biss. Aber eigentlich wäre es ja total, es ist ja nur hypothetisch. Was? Stefan, es wäre nicht hypothetisch und dann weißt du schon, was passieren würde, wäre ja auch irgendwie doof, ne? Ja, aber es ist ja nur hypothetisch. Du musst ja gar keine Gedanken, oder wirklich? Richtig. Oh, und ich hab mir jetzt ganz viele von diesen flachen Schuhen gekauft. In vielen Farben und mit Söckchen und so. Das ist doch gut. Ja. Hat das in den Schrank noch gepasst? Ja, hat das so. Nee, es freut mich doch, wenn du dich jetzt da so neu findest. Genau, und diese digital, digital, die, die Leute, die, die, die rufen mich an und die fragt jetzt nach, ob man auch einen Kühlschrank bekommen kann. Und das Bett. Genau. Okay, was packst du dann in den Kühlschrank so rein? Ich habe nachts immer so einen süßen Zahn. Ja, was isst, was isst du dann da mit deinen süßen Zahn? Ich, oh, entschuldigung. süß auszählen. Nein, das sagt man so, einfach einen süßen Zahn haben. Und was isst du dann so? Okay, es ist für die Torten, weil, dann fällt das doch gar nicht auf. Nein, da ist es nicht ein Kühlschrank. Ja. Warum bist du so drauf ersessen, äh, die Torte mitzunehmen? Ich meine, jetzt ist es eh zu spät. Ja, auf jeden Fall war ich dann noch bei der Bellevue Lodge und habe gefragt, ob man von der Torte was übrig ist. Und dann wollte ich nämlich noch eine Kühltasche besorgen. Leider haben die, hat das Brautpaar die Torte mitgenommen. Und dann hatte ich die Telefonnummer von Herrn Payne nicht. Ich hab halt diesen, ich hab halt wirklich diesen Fimmel. Ich muss, ich schau in meinen Schrank und denk mir, oh mein Gott, diese ganzen Erinnerungen. Ich, äh, jetzt ist es halt wichtig. Jetzt würde ich anfangen, was anderes zu wettern oder so, vom Baum, der bei besonderen Ereignissen ist, beim Blatt vom Baum gefallen. Das kann ich vielleicht machen. Siehst du, ich hab dir gesagt, ich bin verrückt. Das ist okay. Hätte ich den Platz im Lager, hätte ich gesagt, kann man das da reinpacken. Kann man bestimmt eine Kühlung einbauen lassen. Ja, siehst du, und du hast mich bei dir wohnen lassen. Ja, du wohnst doch auch noch bei mir. Ja. Oder? Ja, und ich muss noch zum, äh, zum Autobahn, darf ich hinfallen. Das hab ich nämlich auch noch nicht gemacht. Ja, das kriegen wir doch heute bestimmt hin. Ja, kriegen wir auch hin. Da vorne ist direkt einer beim Autor. Ja, ich, ich hab dir versprochen, dass du mir bezahlen darfst. Ich werd da schon mit dir zu einem Automaten fahren. Ja, ich hab ja auch deine Kontonummer. Ja. Kurz überleg doch, du mir meine eigene gegeben hast. Nein, das wäre, äh, also ich könnte rankommen, aber das mach ich nicht. Okay. Ja, ich muss, ich muss dann auch nochmal ein paar, ich muss dir gleich ein paar Fragen stellen. Natürlich. Der Transporte steht aber schon was länger da, ich weiß nicht. Als eines der mal anders stand. vielleicht sind das ja Räuber oder so, die vorhin das Klavier klauen und warten einfach nur auf ihre Gelegenheit. Wow. Und du nennst mich, weil ich über die Pathologie gesprochen habe. Wow. Okay, das ist aber wirklich dumm. Das ist genauso dramatisch wie ich. Nein, ich bin nicht so dramatisch. Ach, du bist genauso dramatisch. Überhaupt gar nicht. doch. Ich finde das okay. Okay, okay, hör zu. Achso, ja. Also, mit wem in PD bist du sehr gut befreundet? Also, wem hättest du da gerne um dich herum privat manchmal? Dich? Mhm. Achso, du willst so mehr Leute genannt haben. Ja, natürlich. In der Mittagspause. Ich mach Mittagspause? Nein, weißt du, wenn du manchmal, wenn du einfach Leute auf einer Party treffen würdest, wen würdest du da gerne treffen? Hm. Ihr müsst, denke ich, auch wenn er nicht so der Partyknüller ist. Ja. Hm, der Ray gehört dazu, eben ist dazu. Mhm. Kilo, Elena, Gabriel, Trambley. Hm. Ja, gut, hier, dass er an Wissen ist, ist auch ganz okay. Barnes, also, hier, andere Barnes. Denk' ich, Ravis. Ravis, ja. Warum möchtest du was wissen? Interessiert mich halt, ich möchte mehr über dich erfahren. Ja, Lulu natürlich. Lia. Achso, aus dem PD hast du gesagt, ne? das ist ja gar nicht ein PD. Äh, Lia bei, wer? Lia, wer? Emilia Carter, die arbeitet bei den Stapak Ranger. Hallo, los sind meine beste Freundin. Ja. Die, äh, nicht so oft da ist, ne? Genau. Ja. Sind nicht so viele übrig geblieben. Meine ganzen, äh, durch Ausreisen, Leute, die abgehauen sind und so. Hm. Ich grad. Ja. Ich hab das Gefühl, die jemanden zu vergessen. Wär es okay, wenn zum Beispiel, ähm, ein Hexe auf einer Party auftaucht, du würdest dich doch bestimmt auch, äh, klar. Das sind keine 20 Leute, ich brauch mehr. Warum brauchst du genau 20 Leute? Oh mein Gott, ich hab da wirklich so einen Test gefunden. Im Internet. Ich mach grad ein psychologisches Profil von dir, einfach um dich besser kennenzulernen. Hm. Wie viele Leute haben wir denn? Ähm, ein, zwei? Drei? Äh, vier, sechs, sieben, acht, neun, sieben, zwölf. Hm. Der Stuart Trembly. Der Fowley wär auch ganz okay. Der ist ganz lustig. Ja, Kowalski auch, wenn er nicht so merkwürdige Fragen stellt, wie beim letzten Mal, die ich immer noch nicht verstehe. Das war aber noch nicht kennengelernt. Okay, Kowalski, ja. Da muss ich echt mein Handy gucken, um ehrlich zu sein. Was ist mit Feen? Seitdem? Ja. die sind ja nicht befreundet. Ach ja, wusste ich ja nicht. Also, ich komm mit Missy, war noch ganz klar. Wär auch okay, wenn die da ist. Wär bestimmt lustig. Denk ich. Also, ich sitz über nachdenke, wenn Eva noch da, wär klar. Hm. Guck gerade mal hier. Hm. Joseph Napier. Nein, Entschuldigung. Warum hat er keine Witze drüber? Ich hab ihn gerade durch die Folge gelesen. Ähm. Also, Gabriel Trampier ist ja gar nicht im Land, zum Beispiel. Ach so, okay, dann streiche ich ihn wieder. Hm. Feen wäre okay. Mit Feen kann man auch lachen auf einer Party, würde ich sagen. Okay. Ist ja alles gut. Winsch. Ja. Hätte ich mir auch lustig vor. Okay. Aber wie viel sind wir denn? Ach, ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Das ist okay, weil, äh, das reicht. Das reicht. Ja, okay. Ich sag es, du sagst ja nicht, wie sehr die Leute mögen muss. Ja, äh, solltest sie nicht doof finden. Mhm. Dann habe ich es jetzt mal, genau, dann streiche ich mal die ganzen anderen Kästchen hier einmal weg. Super. Mhm. Ach ja, das muss ich zu Hause wirklich mal auswerten. Aber da ist noch eine andere Frage. Ja, Mensch. Ich, ähm, habe vor, manchmal in der Wohnung ein bisschen Musik zu spielen. Weil ich ziehe mich gerne zu Musik aus. Äh, an! An! Ich meine, an! Was tust du? Ich ziehe mich gerne zu Musik an, 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 meine ich an! Ähm, nun, äh, ich, Moment, ich muss mal ganz kurz meine Gedanken ordnen. Ähm, genau, und, äh, ich weiß ja, dass du meine Lieblingsband nicht magst. Ähm, aber ich, ich mag in der Weihnachtszeit im Dezember, da höre ich so viel Weihnachtsmusik von denen. Und, ähm, da muss ich halt manchmal die Anlage etwas lauter drehen. Äh, wäre es möglich, dass du diese Band im Dezember vielleicht ertragen könntest? Also wenn das deine Lieblingsband ist, kann ich natürlich im Dezember die auch ertragen. Gut, das wäre auch nur für den Dezember. Danach ist, äh, Frühlingsmusik höre ich immer ganz andere Musik tatsächlich. Ja, ich verstehe. Hast du ein Problem mit dem, einem Sänger, etwas anderes eigentlich? Gibt es irgendjemanden, den du richtig doof findest? Ich habe mir da keine Gedanken dazu gemacht. Also per se ist das okay. Also, gibt jemanden, wo ich jetzt sage, boah, gar keinen Bock auf die Person. Okay. Und jetzt nochmal. Gibt es einen Lieblingsfilm oder auch von diesen Cartoons oder vielleicht sogar von japanischen Videospielen, wo du eine Klavierversion von sehr mögen würdest? Japanischen Videospielen? Ja, so irgendwie sowas. Ich habe jetzt gewinnt, mir fällt nichts anderes an. Filme, Serien, Videospiele, Allgemeinmusik. Das ist wirklich ein Test für Japaner. Da habe ich rausgesucht. Ich merke das schon. Das ist schon sehr persönlich. Es gibt da so ein, so ein Song, den ich ganz cool finde, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man das in der Piano Version findet. Sehr dramatisch, die Musik auch. Was ist das? Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Wie heißt denn das, die? Auf Englisch übersetzt Antworten. Ernst was? Warum? Ich habe ihn genau richtig aufgeschrieben, glaube ich. Guck mal, ist das so richtig? Mal schauen. Wow, wir sind ein Naturtalent. Unfassbar. Unfassbar. Unfassbar, ja. Okay, ähm. Hast du irgendwelche Lebensmittel-Allergien? Hm, nee. Komischer japanischer Test. Ich verstehe nicht, was ja das ist. Ist schon wirklich sehr schräg. Ja. Darf ich mal drauf gucken? Nein, darfst du nicht. Warum nicht? Das verfälscht den Test tatsächlich. Lass ich doch mal kurz drauf schauen. Nee, und weg ist der Block. So. Bist du durch mit deinem Test, oder? Ja, ich muss den zu Hause dann loswerden. Ah, natürlich. Wo hast du? Will ich mal umarmen? Nee, nein, nein, nein. Oh mein Gott, es will, nein, oh mein Gott, hör auf. Hör auf, ich hör auf, oh mein Gott, bitte nicht, mir fällt bei dem Oberteil vorne alles raus, bitte nicht. Ah, hör auf jetzt. Ich mach doch gar nichts, ich lauf doch nur hinter dir her, du rennst ja weg von mir. Ja, dann nehmen wir aber nicht meinen Block, das ist wirklich wichtig, das ist wichtig, wirklich, bitte, nimm nicht meinen Block. Ich nehm nicht deinen Block. Gut. Mhm. Mhm. Okay, also das Restaurant hat noch nicht offen. Restaurant hat noch nicht offen, das stimmt. Gut. Was ist denn jetzt eigentlich dieses Punishment Dungeon? Ja, Joske, es gibt kein Punishment Dungeon da. Max hat irgendwelche komischen Fantasien und hat mich schon, hat mir das schon öfter gesagt, aber es gibt kein Punishment Dungeon da. Was für Fantasien denn? Was passiert denn dann da in so einem Punishment Dungeon? Das ist sowas, wo ich niemals tatsächlich reingehen würde und hoffe, dass du da auch nicht reingehen wirst. Das werde ich dir nicht erklären, da musst du Max brauchen. Okay. Das ist obszön. Ich muss jetzt gerade Max haben. Okay. Ja, da ist Max wohl schon starten gegangen. Scheint so. Man dem geht's auch nicht so gut, ne? Ja. Ja, dann frage ich ihn einfach morgen. Oh Gott. Gut, ich habe damit nichts zu tun, möchte ich vorhin darstellen. Also habe ich wirklich nicht. Okay. Was ich deine Freundin finde, dort bei dem Supervisor-Gespräch? Ja. Warum war die eigentlich so aufgebracht? So ist sie tatsächlich ganz normal. Es war auch, weil die uns reingefahren sind. Ertange, ist egal. Ich hatte manchmal das Gefühl, es ging irgendwie um was anderes. Bitte was? Bitte was? Was? Ich hatte das Gefühl, irgendwie so, dass es nicht ganz um den Unfall ging. So soll man zurück zum Auto gehen. Ja, wenn du was möchtest. Ich bin auch auf die Insel da drüben. Oh, ja, da möchte ich hin. Ja, dann gehen wir doch zur Insel. Wann habe ich das Gefühl, du verweichst den Themen aus? Ich kann es dir erzählen. Nein, alles gut, wenn du nichts erzählen möchtest, ist das okay. Das ist okay, ich kann es dir erzählen. Okay. Ähm. Ähm. Äh, ich habe dir doch gesagt, dass sie keinen wirklichen Filter hat, wenn sie redet. Ich meine, du hast es ein bisschen mitbekommen heute. Und ich, äh, als du mich angerufen hast und ich dich auf der anderen Straßenseite sehen habe, habe ich nur gedacht, boah, wie ist dann noch die Polizisten, die kommen jetzt gleich und befragen sie noch. Und ich dachte, oh oh. Und, ähm, ich hatte ihr erzählt, dass ich in einer neuen Beziehung bin, aber nicht mit wem. Das weiß sie auch immer noch nicht. Ähm, und ich wollte einfach nicht, dass du einen schlechten Eindruck von ihr bekommst, denn sie hat schon die Detektive sehr runtergemacht und ich bin da immer reingekrätscht und es hat sie nur noch mehr aufgebracht. Und dann dachte ich, okay, dann wirst du jetzt meine, eine meiner besten Freunde sehen und, äh, in einem Zustand, in dem du sie erstmal nicht kennenlernen solltest. Nun, äh, also habe ich ihr gesagt, Barbara, hör zu, bitte, du musst mir einen Gefeind tun. Ähm, ne? Alles gut? Ja, ist gut. Ich, du bist noch stehen geblieben. So. Ich habe ihr gesagt, hör zu, dein Gefeind und es ist jemand, der mir sehr, 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 sehr wichtig ist. Du möchtest da keinen Fehler machen und du wirst auch keinen Fehler machen. Das meine ich, ich habe ihr die ganze Zeit gesagt, ich meine es nicht so, wie es jetzt rüberkommt. Und dann habe ihr nur gesagt, du hast ja keinen Filter und das ist jemand, der eher ein bisschen zurückhaltender ist bei gewissen Themen. Kannst du bitte einen Gang runterfahren? Dann ist sie durchgedreht und hat gesagt, dass sie mir peinlich wäre und, ähm, hat sich auf den Boden gelegt und geweint und, äh, damit habe ich alles nur noch viel schlimmer gemacht und ich wollte einfach nur weg, äh, dort. Ja, das war das. Oh, okay. Aber, habe ich das richtig verstanden? Du hast ihr nicht gesagt, dass ich dein Freund bin? Nein, sie wäre sonst hingegangen und hätte gesagt, sind sie ein Potenzmann, das wäre auch nicht gut gewesen. Was ist denn ein Potenzmann? Das, dass sie eure Aussage so für, von der Männer hat. Ah. Mhm. Deswegen hast du ihr nicht gesagt, äh, dass, okay. Es, ist das so, äh, äh, Ich will einfach nicht, ich will dich in keine unangenehme Situation bringen, weil ich merke ja, wie du bist, du bist, du bist, äh, was, du bist, ist ja auch egal. Was bin ich? Ist egal, ich will auch nichts falsch machen. Kannst gar nichts falsch machen. Doch. Nein. Ich kann sehr viel falsch machen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass du was falsch machen kannst. Äh. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Herrn Lars. Wir sind befreundet privat. Okay. Und, äh, habe ich so ein bisschen durch die Beziehung mit Harry begleitet. Und ihm habe ich jetzt gesagt, gesagt, dass ich sehr glücklich bin. Und, ähm, er hatte dann gesagt, dass ich, äh, naja, er hat Angst, dass ich, äh, verliere, ein eigenständiger Mensch zu sein. Aber er hat es nicht im Negativen gesagt. Er hat auch sehr positiv von dir geredet. Und, ähm, dann hat er gesagt, dass, äh, es vielleicht besser wäre, wenn mir Dinge zu schnell gehen, wenn ich mir irgendwo trotzdem eine kleine Wohnung nehme, in der ich Sachen da und da ab und zu stabe. Und dann habe ich sofort interminiert und gesagt, auf keinen Fall, das, äh, würde ich ihm nicht antun. Ich bleib schön da, wo ich jetzt bin, weil da gehöre ich hin. Und das hat er auch verstanden. Ich verstehe aber auch, dass er sich so ein bisschen Sorgen um mich macht, weil das zu schnell geht. Juske? Hm, ja, alles okay, also, es wäre halt okay, wenn du das machst für mich. Ich verstehe es halt. Ja, möchte ich aber nicht. Möchte ich. Bedeutet mir schon viel, dass du das direkt so gesagt hast, ehrlich zu sein. Es fühlt sich, es ist ein riesen Risiko, Juske, wirklich. Weil mir meine Eigenständigkeit immer so richtig war. Aber es fühlt sich einfach wirklich richtig, ja, auch wenn ich jetzt einen Fehler mache, vielleicht klappt es ja gar nicht zwischen uns, was ich nicht hoffe, aber es fühlt sich an, als müsste alles so sein. Hm, hm, warum sollte das nicht klappen? Weil du eben wohl genug von mir haben könntest, habe ich dir doch gesagt. Ja, und was habe ich dir dazu gesagt? Penis. Hm, ich werde nicht genug von dir bekommen. Aber das kannst du auch noch nicht wissen. Doch, ja, hätte ich sehr genau wissen. Das wäre ich ja nicht den Schritt mit dir gegangen, oder? Aber so gut kennst du mich ja auch nicht. Hm. Heißt aber nicht, dass ich dich nicht besser kennenlerne. Also ich hoffe, ich lerne dich besser kennen. Irgendwie habe ich das Gefühl manchmal, dass wir uns ähnlicher sind, als wir, als ich, also, so ähnlich halt so. Was meinst du? Weiß ich nicht, irgendwie, wie sagt man immer, ich habe so einen Vibe zwischen uns beiden, keine Ahnung. doof. Erklärbar, ich kann das nicht erklären und ich bin nicht so gut da mit Worten. Hm. Ich habe sogar wieder gesagt, ich glaube tatsächlich, dass sich unsere Wege genau zur richtigen Zeit gekreuzt haben. So, als müsste es einfach sein. Ist das zu viel? Nee, das ist nicht zu viel. Es ist cool zu hören und ach nein, also es ja, aber ja. tut mir wirklich leid, dass ich wirklich Larry so oft erwähne. Und was habe ich dir dazu gesagt? Entschuldige mich, Sumi Massen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, alles in Ordnung. Ich merke das an mir selbst und das gefällt mir nicht, aber ich brauche tatsächlich gerade noch einige Zeit nicht um die Bindung über die Beziehung hinweg zu kommen, überhaupt gar nicht. Aber ich realisiere gerade einiges. und da würde ich dann jetzt auch mit Garfield drüber reden. Einfach nochmal sehr ausführlich. Ich realisiere gerade, dass viele Dinge sehr, sehr schief liefen und viele Dinge falsch beigebracht gekriegt haben. Weil er meine erste richtige Beziehung war und ich dachte, vieles wäre normal, aber das war es tatsächlich nicht. Und ja, das wollte ich dir nur sagen, weil genau hier wird mir jetzt schon wieder eine ganz komische Geschichte einfallen, aber ich behalte die alle für mich und werde das einfach mit Garfield ein bisschen aufarbeiten. Ari, wenn du darüber sprechen möchtest, sprichst du. Kannst du auch mit mir darüber sprechen, das ist okay. Nein, weißt du warum? Ich höre dir zu. Ja, aber weißt du warum? Nee. Ich möchte keine Geschichten von dir und Kate hören. Das würde ich auch gar nicht so erzählen, um ehrlich zu sein. Aber siehst du, und ich erzähle das und deswegen werde ich das auch nicht mehr erzählen. Aber ich fände es okay. Das ist halt aber der Unterschied. Nämlich ist halt das Kate-Thema Vergangenheit und da bleibt es auch beschlossen. Im Container. Es hat nichts damit zu tun, dass ich da irgendwas nicht verkauft. Im Gegenteil, ich bin sehr, sehr happy, dass ich den Schritt in den ich gegangen bin, aber sehr viel ist bei mir halt kaputt gemacht, dass ich jetzt für mich einfach ein bisschen aufarbeiten muss. Dinge, die einfach nicht okay waren. Ja, das merke ich ja. Das hast du ja schon ein paar Mal erzählt auch. Ja. Aber ich respektiere das, wenn du das nicht möchtest und das weißt du auch. Nur wenn, dann sag mir Bescheid, wenn ich finde, mir das doch wieder was. Meinst du, wenn es mich stört oder wenn es dir generell passiert? Wenn es mir generell passiert. Ich versuch's, aber du weißt halt auch, dass ich dir zuhöre und es nicht schlimm finden würde. bist du wirklich in den Kopf. Ja, in der Hinsicht schon. Und das kriegst du nicht aus mir raus. Ja, mal schauen. Wie war dein Tag, außer dass er stressig und anstrengend war? Er war schon sehr durchwachsen. Ich meine, ich hab die Prüfung halt abgenommen. Derjenige hat auch bestanden. Dann gab's eine Geiselname, die keine Geiselname mehr war, anscheinend. Dann kam Homeland. Oh, okay. War spannend, heute, muss ich sagen. Sehr stressig, sehr viele Entscheidungen treffen. Sehr viel vorantreiben, wie du ja in der Besprechung ja auch gemerkt hast. Ja. War es sich ein bisschen fehl am Platz gefühlt, kann das sein? Ja, ja, ja. Hat man dir etwas angemerkt? Nee, gar nicht. Ich stand da und hatte den totalen Durchblick. Kannst du mir sowas bitte nicht sagen? Was denn? Dass man mir sowas anzieht. Ich bin ehrlich zu dir. Manchmal ist es halt gut zu lügen. Es wird aber nicht passieren. Und das weißt du auch. Ey, die Sache ist, war ja jetzt nicht so schlimm. Ihr seid ein stationärer Officer bei uns und da bist du bei der Besprechung dabei. war völlig fehl am Platz. Ja. Nein. Ja, gut. Also noch noch. Ja, bitte? War es sich viel am Platz. Du weißt nur noch nicht so ganz, wo der Weg hinführen soll. Beziehungsweise du weißt es schon, aber musst jetzt warten, dass das genehmigt wird. Ich muss mit Herrn Miller deswegen noch sprechen. Wegen der Versetzung, meinst du? Genau. Genau. Der müsste morgen da sein. Ja, morgen bin ich, also Dienstag wahrscheinlich erst wieder. Hm. Dienstag ist er nicht da. Okay. Mittwoch ist er da. Ich muss dich noch was fragen. Ja. Also ich bin ja ab und zu in Kentucky. Ich bin aber nie wirklich lange weg. Dann sage ich dir vorher Bescheid. Es ist ein Problem für dich, weil du doch Angst hast, dass ich einfach ganz weg bin, so wie weißt schon. Solange du wiederkommst, ist alles okay. Ich meine, du sagst ja Bescheid, also ich vertraue dir, Ari. Du hast mir gesagt, dass du nicht verschwindest und vertraue dir da. Auch wenn es sehr viel Überwindung gekostet hat, aber ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Das hat mir allein dieses Wochenende auch schon gezeigt. Oder auch schon vorher, auch generell, so. Keine Ahnung. Du weißt schon. Da freue ich mich. Ja. Ist es denn okay für dich, dass ich nächste Woche weg bin? Also übernächste Woche. Bist du die ganze Woche weg? Ich fliege Dienstag Nacht schon. So Dienstags wahrscheinlich. Also die übernächste Woche. Genau. Ich fliege wahrscheinlich am 14. und komme am 19. spätestens 20. wieder. Okay. Bin ich in New York. Nee, hast du lange auf die Wohnung kommen. Wenn ich wiederkomme, die ganze Wohnung rumgeschoben. Dann wenn du wiederkommst, habe ich einen Kühlschrank. ja, ich werde dich vermessen, denke ich. Das weiß ich. Ich hätte gerne ihr ein Foto von dir. Ich könnte dein Venture-Foto angucken oder deine Maske haben. Kann noch ein Foto mal machen. Keine Ahnung. Ich würde mich freuen. Okay. ich würde vielleicht an deinen Schrank gehen und mir ein oder vielleicht kannst du ein T-Shirt tragen und so einen Tag lang aber ohne dass du groß Sport machst und ich kannst dann immer mit ins Bett nehmen und dann einschlafen. Kitschig, oder? Also stinke ich nicht. Hey, hör auf, das zu sagen, du stinkst nicht. Es ist für mich geehrt. Wisst du nicht, ich bin deine Freundin, ich möchte wenigstens ein bisschen was von dir hier haben, dann. Ich weiß, dass du meine Freundin bist. Meine Partnerin. Meine Ari. Du bist du und sage ich immer auch, dass du mein Jörg bist. Ich traue mich, sowas nie zu sagen. Kannst du aber. Und immer wenn ich New York in der Familienresistenz Resistenz bin, muss ich nicht denken wahrscheinlich weißt du da steht ein Kirschblütenbaum und ja weiß ja ne ist ja meine Kirschblüte Ach meine Wied ganz schlimm bist du dumm maßen ich kann das auch lassen so ganz stimmen im positiven sinne was so ja ist das so ja das ist so ich versuche mich zu bessern mein lieblingsgetränk mein lieblingsgetränk alkoholisch oder nicht alkoholisch beides Sake Entschuldigung warum hast du grad so gedacht guck mein so nur so und frappuccino ach ja stimmt was gar nicht so gerade hast du Jo gesagt nein ich hab gesagt äh aber die Welle ist zu laut grad ja süßes ja der frappuccino ist halt tausendmal besser als so energy drinks und so ja die zersetzen den marken einfach nur hab ich manchmal das Gefühl die energy drinks ja das obwohl ich war hier weil ich es voraus gehabt hätte hier habe ich ein Garcia getasert und getroffen ich erinnere mich ja das ich kann es immer noch nicht glauben was nicht glauben dass ich getroffen hab nein dass du meine Freundin bist wow und ich hab heute nicht so ganz weil ich dachte dir ist was passiert nein alles und einfach beiläufig gesagt missbahn saß auch im aus weil ich wirklich aber deswegen sag ich dir sowas ja nicht und es ist ja nichts passiert also wenn jetzt was schlimmes wäre dann hättest du ja bescheid bekommen nur ich hab mir vorher Sorgen um dich gemacht dann hab ich dir sms geschrieben dann hat es geknallt da kann ich ja jetzt ist mir aber gerade was passiert kann mir nicht nicht richtig vor ich will dich wirklich nicht mit sowas nerven also ich halte mich wirklich zurück wenn dir etwas passiert willst du mich nicht damit nerven wenn dir etwas passiert Ari passiert dir etwas und ich hoffe dass du mir da bescheid sagst weil ich mir schlecht vorkomme dann wenn du dann irgendwo beiläufig erwähnst so ich hatte heute einen Unfall also wenn was schlimmes ist sag ich dir versprochen ich würde jederzeit bescheid sagen was passiert ist ja und ich bin sofort äh ja alles gut und ich bin sofort dann bei dir ich komme geflogen angeflogen zu not ja und das möchte ich auch tun wenn dir etwas passiert ist ja aber ich habe nicht so einen wichtigen Job wie du okay das hätte ich jetzt endlich sagen sollen du weißt wie ich das bin ernst du bist meine Freundin und wenn dir etwas passiert wäre es schon nett das zu erfahren einfach weil ich mir Sorgen um dich mache weißt du losge das ist immer noch ein schwieriges thema bei mir dieses ähm ja ich hab so ein bisschen kleines trauma davon getan weißt du ja ich verstehe und jetzt bin ich wieder kurz davor dir was zu erzählen es ist wirklich blöd blöd ich bin ruhig nicht blöd es ist okay nein ich gehe davon aus dass du das alles verstehst ohne dass ich irgendwelche Sachen erzählen muss warum ich so denke ja aber ich werde mich jedes mal wiederholen dass du wichtig bist genauso wichtig wie ich und wir uns beide gegenseitig wichtig finden und dementsprechend auch beieinander da sein wollen würde ich jetzt mal behaupten aber ich kann dir sagen ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen mir ist hier noch anders wenig passiert wirklich ist tatsächlich so ich falle vielleicht mal über eine Mülltonne oder von einem kleinen ich erinnere mich an eine hübsche Frau dessen Beine ich verarzen musste vor einiger Zeit ja gut das war jetzt das ist jetzt ein blödes Beispiel weil da ist wirklich was Schlimmes ich erinnere mich an eine hübsche Frau die mir erzählt hat dass sie angefahren wurde ich erinnere mich an eine hübsche Frau die mir nicht erzählt hat dass sie heute einen Unfall hatten das sind wirklich Beispiele die sind jetzt aber regulär also so also so oft ist ist das jetzt auch nicht passiert ist das so nein tatsächlich ist das nicht so aber ich versuche wirklich besser auf mich aufzupassen und jetzt mich dick schädel ja ich glaube du bist uns doch ganz ähnlich ein wenig ein wenig dann möchtest du denn auf den Berg gar nicht also du willst doch nicht nochmal Abschied nehmen doch aber ach Gafi hat gesagt heute ich soll meine Therapie wegen meiner Familiengeschichte weitermachen du hast letztens wieder gefragt im Whirlpool und ich will das einfach alles gerade einfach nur wegschieben und gar nicht dran denken weil gerade alles so positiv ist okay ist deine Entscheidung ich möchte denen was ja ich wollte nur sag ich kurz auf dem Handy fahrt drauf ja mach du wolltest was sagen ich möchte dir irgendwas Gutes tun am liebsten heute noch du verbringst Zeit mit mir noch irgendwas ich möchte dir irgendwas mit New York geben ich überlege die ganze Zeit was ich machen könnte naja am liebsten würde ich dich einfach mitnehmen am vierzehnten sagst du ja aber du hast wahrscheinlich hier viel zu tun alles okay das weiß ich noch nicht weil ich bin ja auch am siebzehnten ja schwierig okay hat sich auch so spontan ergeben dass ich früher nach New York muss eigentlich wäre es auch ähm ne am sechzehnten hätte ich liegen müssen auf dem sechzehnten auf dem siebzehnten aber ist alles in Ordnung ja so bei mir zack gut okay nicht so wichtig aber eigentlich schon ich meine wie gesagt ich frag dich nicht ich warte einfach mal wo möchtest du hin ich würde gerne auf den Hinterhof von dem Pegasus Appartner okay einmal zu dem Pegasus Appartner ich meine die Nacht ist noch jung aber du hast auch einen schweren Tag gehabt du sollst jetzt nicht noch durch die Gegend fahren ja das würde mir sogar heute aus der Weise mal besser gefallen musst du einfach immer sagen ja ich will aber auch dass wenn der irgendwo jetzt gesagt hättest wo wir hinfahren sollen wäre ich auch dahin gefahren das weißt du auch wahrscheinlich ja aber es muss nicht nur nach mir gehen jetzt weißt du sicherlich auch oder ja für mich ist es okay egal wo zu sein mit dir recht so ein paar ja entschuldigen wirst du weiß nicht das waren die kleinen manchen mänchen die haben das nicht verstehe ich dann natürlich klingelt mein telefon marsch marsch ja ich hatte eine Frage tatsächlich an dich weil irgendwie Aria mir das nicht erklären wollte was bedeutet denn Punishment Dungeon warum nee weiß ich nicht warum sie mir es nicht erklären will ist das was schlimmes oder ist das irgendeine Freizeitaktivität die ich mit Ari besuchen sollte nein nein also ich sollte das mit ihr besuchen okay nein sollten wir nicht warum gibt es da schaukeln oh mein Gott ich gehe nach oben jetzt will was anders dann was für angenehme Sachen haben die da leg auf hat geträumt angenehme betten okay okay aber warum sollte ich Handschellen benutzen wenn sie sich nicht mitnimmt oh mein Gott nix okay ja ich habe Handschellen immer eh dabei aber ist das so okay nix das kriegst du so zurück ich sag's dir okay warum ist eine drehtafel nicht fast so groß ist wie ein Mensch Tatscheibe okay also könnte ich da extra draufwerfen oh Gott nein okay aber wo ist der Punishment dahinter nein dafür ist noch nicht okay sie ist gerade irgendwie hochgegangen das Ding warte mal ich wollte einen mal bringen ja okay bis später gute Besserung hat er ne jetzt nicht Max ich muss hier gerade mal ganz kurz für Ari ihr was super süßes total unschuldiges anziehen Max jetzt nicht nichts niedliches hier ja Max deine SMS gelesen deine SMS habe ich halb gelesen wieso nur halb ja weil ich die januar halb gelesen habe was hast du da gerade gesagt nein ich kann die erst 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 nicht zieh mir gerade was an ich sie dann nicht so unrichtig warte ich ich Moment lass mich bitte ganz kurz was anziehen ich stehe halb nackt ich finde einfach nichts zum anziehen Moment ich bin gleich fertig ja so also SMS geschrieben ach so das ist damit du meinst das mit barbara oder oh ja so ich glaube wir haben uns da einfach wir haben da aneinander vorbeigesprochen ja du musst mir das du hast keinen fehler gemacht du musst mir das nicht noch mal extra schreiben wirklich du musst mir das nicht noch mal extra schreiben ich habe kein böses blut gegen dich ich wollte nur in dem moment einfach verständnis weil ich glaube dass du bei yvan und barbara nämlich genauso reagieren würdest das war alles okay scheiße ist kalt aus ja also wirklich du musst dir gar keine gedanken machen okay erkläre ich jetzt was ein Punishment Dungeon ist nein erklärst du Max lass ihm doch diese unschuld bitte find das so süß an ihn bitte hm okay er hat gesagt er soll das fetisch denken okay er hat einfach nur diesen blauen Pulli wo ist der denn ich bin grad so mich auf dem ganz teilen will ich ganz verschwinden ganz krank ja egal was Max sagt ist alles gelogen okay okay warum will man das machen warum soll ich Ari fragen ich will nein man warum sie ist Experte darin was das stimmt das ist gelogen das stimmt überhaupt gar nicht ich mag sowas nicht sie sagt sie mag sowas nicht das meine ich ernst ja ich verstehe ja ich ich lege mal auf ne ist dann stimmt nicht ich mag sowas wirklich nicht ich glaub dir auch mehr danke weiß nicht warum Max das sagt ich finde das ein bisschen doof von Max ich glaub der meint dass ich böse ich bin nur etwas verstört von dem was ich gerade erfahren hab ja ich weiß ich hatte mit Max tatsächlich ein interessantes gespräch auch heute wir sind da ein bisschen hm warte ich lege nur kurz meine kette rein kommst du kurz mit ins schlafzimmer äh was ich will mich umziehen nur dann können wir da in ruhe weiter reden ach so ach so ach so okay ja klar natürlich was hast du denn gedacht gar nichts ich hab überhaupt gar nichts gedacht ich ich denke um die Uhrzeit gar nicht ähm du denkst immer sonst könntest du nicht laufen ist ach warte du hast immer die passende Antwort ich 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 hatte zu also ich hatte zu Max gesagt weil bei Max läuft immer alles direkt auf das sexuelle raus und ich hab ihr gesagt dass das für mich an zweiter stelle steht und ähm dann meinte er dass viele Sachen ohne da also man lernt er seinen Partner dadurch richtig kennen hab ich gesagt dass ich hab interveniert und gesagt das stimmt überhaupt gar nicht und die haben mich alle ein bisschen als Mauerblümchen hingesteckt warum als Mauerblümchen haben sie nicht also das Wort haben sie nicht gesagt aber äh Pabra und Max sind halt sehr das ist halt so deren Thema ne ich deswegen finde ich das nicht in Ordnung dass Max das geschrieben hat weil ich wirklich nicht an sowas interessiert bin ich meine ich respektiere deine Interessen aber ich finde es auch okay dass es so ist was meinst du? also du wie du wie du bist du du nicht Max du und du bist kein Mauerblümchen du bist du ja vielleicht bin ich ja ein Mauerblümchen also ich meine ähm ich will da jetzt gar nicht mehr drauf eingehen okay ich ähm das ich ähm sagen wir ein Punishment Dungeon wäre mir dann doch ein bisschen zu viel ich möchte einfach niemandem wehtun ich weiß nicht verstehe das nicht Ari ich habe jetzt nicht da geglaubt dass du da irgendwie auf sowas abfährst sagt man das so weißt du wieso ich das halt so nervös mache ne wegen deinem Rücken deswegen finde ich es ich weiß Max weiß nichts davon nur weil ich finde es halt nicht in Ordnung mit dir über ihn wie so ne Art Thema zu reden ach so ja okay ich weiß was da passiert ist da ist ein Punishment Dungeon harmlos gegen willst du auf den Hinterhof oder doch nicht und dann gehen wir jetzt noch ein bisschen auf den Hinterhof und wenn du müde bist dann geh ich hier umschlafen und du unten auf deiner Couch oder wir schlafen beide hier oben bist du dir da sicher also wirklich wir müssen äh will das doch also du möchtest das ja auch gerne ist mir aufgefallen und irgendwie konnte ich neben dir sehr ruhig schlafen also irgendwie war ich sehr entspannt so verstehst du okay es ist ja schau mal es ist nur neben mir schlafen wir unterstützen nichts und ich fasse dich nicht an versprochen aber es ist wirklich sehr schlafen ja machen wir das so ähm ich glaube auf der einen Seite ganz ganz an der Seite schlafe ich dann ist auch nicht so schlimm wenn du rüberrollst was wenn ich also also irgendwie äh nicht so wie du also ich weiß dass du ein Problem damit hast und ich halte mich einfach dran also wenn ich ehrlich bin warst du nicht so weit entfernt im Hotelzimmer von mir ein sehr schmales Bett auch gewesen du lagst mit deinem Kopf zwischenzeitlich auf meiner Schulter tatsächlich aber ich bin jedes Mal wenn ich es gemerkt habe bin ich wieder zurückgegangen hättest du aber nicht glaube ich was möchtest du denn essen soll ich äh soll ich einen Rahmen warm machen oder ich hab noch gebratene Nudeln oder sowas mochi möchtest du ein mochi hab ich was falsches gesagt nein überhaupt gar nicht aber du lebst wirklich sehr gefährlich ähm ein mochi möchtest du ein mochi haben warum lebe ich denn immer gefährlich ja wenn du da so ein mochi hast und extra geholt hast klar gut ich mein wir hatten auch schon vorher welchen kühlschrank aber ich nehme trotzdem mal zwei mit ok gut jetzt können wir ok ich kann dich halt manchmal aufessen ruhigbar und was möchtest du aufessen äh die mochi ah ok also hab ich doch richtig verstanden dass du mochis gesagt hast ja mochi dich schieß ok also ich hab noch eine frage mhm wie sicher ist das hier mhm meinst du jetzt meine geschulte PD Meinung dazu ja ja es gibt ja schon ein zwei Schwachstellen tatsächlich man kann über die Mauer laufen und hier reinkommen rauskommen ist noch schwierig ok wie sicher ist es hm also es ist schon sicher hier eigentlich ok wie sicher ist es wenn hier mehrere ich glaub in diesem Gebäude wohnen doch ganz viele aus dem PD wenn die wenn die jetzt alle hier äh ein Bad nehmen würden dann ist es doch sogar noch sicherer ich weiß sie sind alle nicht bewaffnet aber alle wissen was sie nunfalls zu tun oder ja natürlich aber grundsätzlich was soll denn passieren also kommt ja niemand mit dass wir hier im Hinterhof sind ja ja ich weiß deswegen frage ich dich ja ja also wenn ich jetzt hier ähm mal ein großes Picknick mit meinen Freunden machen möchte dann müsste ich jetzt nicht unbedingt noch eine Security dafür anheuern oder hier kommt ja keiner hin so wichtig was für ein Picknick möchtest du denn was hast du denn vor wenn ich in New York bin ähm ich äh ja vielleicht eine große Picknick Party machen ok ähm ja genau ok hast du eine Menge Leute die zu einem Picknick einladen möchten sonst ja ich kenne so viele Leute interessant als äh so eine Ärztin die mich mal behandelt hat äh das fand ich cool die hat mir direkt ein Rezept die hat da so Smileys drauf gemalt da wollte ich mich mal bedanken dachte ich die kann ich vielleicht auch zu meiner Picknick Party einladen und so ok also du brauchst hier glaube ich keine Security gut ja das war nur so eine Frage wie sicher das da ist hm du stellst komische Fragen heute ja ich äh hab zu wenig geschlafen da bin ich manchmal ein bisschen wehr oh hab ich dich nachgehalten ich hab ein bisschen am Tablet gearbeitet sorry nein nein hast du ok hm da hinten ist auch ein Whirlpool ne da hinten ist ja ein Whirlpool ja ja soll man mal gucken gehen ich hab mir den noch gar nicht wirklich aus der Nähe angeschaut ja ich ecke meine Güte ist so viel Noxus jetzt ja der ist wirklich größer hm da saßen eine Menge Leute schon drin ach also auf der Party damals wie war es denn hier so die Party bis auf das Frauen nur sehr sehr betrunken war es war ganz ok ganz ok ganz ok heißt bei dir ja eigentlich dass es relativ gut war ja das stimmt ähm ja es war halt wirklich ok wir hatten noch Musik und so und ja hattet ihr auch den anderen Bereich da drüben genutzt oder nur den hier hm welchen meinst du naja der da vorne ne da haben wir noch nie was gemacht das so ich hab eigentlich nur den Bereich und äh die Bar benutzt hm warum ich finde das so schade weil der so ungenutzt ist ich hätte so viele Ideen dafür und was sind wir denn zum Beispiel Ideen aber deine Ideen müsste ein bisschen mehr sein außer Ideen also ok ich frag schon nicht mehr willst du dich mal hier reinsetzen? ähm willst du nicht da lieber drinsitzen? du kannst dich auch mal reinsitzen ok und dann sagst du mir wenn du müde bist hm ich versuche mich zu halten du sitzt immer so rummelig da ähm ja es ist halt quen so ok wenn du da unten sitzt ne wenn du da unten sitzt möchte ich mich zu dir runter setzen nein äh Moment ich hab mich aber auch nicht zu dir runter gesetzt das ist ok aber ich möchte auf Augenhöhe mit dir sitzen das hab ich aber auch nicht gemacht jetzt fühle ich mich schlecht sollst du aber nicht das ist so ein japaner Ding hm warum bist du so wie du bist bloß? hm weil das so ist keine Ahnung weiß ich nicht wie meinst du das? hab ich das vielleicht nicht schlecht also ich weiß Falsches gemacht gesagt getan gedacht frag mich nur was sind das für Frauen die von dir wegrennen das macht für mich gar keinen Sinn jetzt wo ich dich kennengelernt hab ich geh davon aus dass die Gründe jetzt nicht unbedingt bei mir lagen ok sondern einfach hoffe ich zumindest ich weiß es nicht dann hab ich nichts gesagt vielleicht hab ich mich nicht genug bemüht keine Ahnung jetzt suchst du doch den Fehler bei dir ok oder vielleicht ich glaube dass ich meine ersten also die ersten Freunde nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben habe am Ende weil die Arbeit mich sehr verschlungen hat und die Tio mich sehr eingesponnen hat aber irgendwie auch nicht ok aber trotzdem geht man ja nicht einfach so ja es ist ja ein bisschen komplizierter ist aber auch egal eigentlich so ein Thema worüber ich überhaupt nicht mehr sprechen möchte aus Gründen ok ok verstehe ich versuch nichts mehr ne ich will auch gar nicht das erzählen weil es Vergangenheit ist und Vergangenheit weggeschlossen ist und wir im hier und jetzt sind hier und jetzt du und ich wir beide hier am liebsten für immer am liebsten für immer am liebsten für immer oder definitiv am liebsten für immer hm also ich will nicht dass du das als Druck jetzt irgendwie wahrnimmst oder so aber ich möchte dich nicht mehr gehen lassen also ich will möchte dich jetzt behalten hast du mich eingekauft im Laden willst du mich nicht mehr umtauschen ich hab das teuerste aus dem Regal genommen das teuerste und wertvollste und wo ist der schmeißt du ihn aus der Wohnung wieso sollte ich das aus der Wohnung schmeißen achso ja du hast gesagt dass der ja etwas teures also wo versteckt die Person sich ich weiß genau welche Person ich meine ah vielleicht beispielsweise gebe ich das zu hab ich dir eigentlich erzählt warum ich hasse warum wenn Menschen mich unterbrechen hm nein das war heute Thema kurzzeitig äh in einem Führungsgespräch hatte halt überlegt ob ich dir das schon mal erzählt hatte weil ich so nachvollziehen kann dass du ja auch immer so unterbrochen wurdest war damals in DTU so da wurde ich und Büschloff immer unterbrochen jedes mal wenn es Sachen gibt die ich erzählen wollte die eigentlich sehr wichtig waren teilweise schon sehr massiv unterdrückt worden in der Hinsicht ich bis heute glaube dass der nicht mehr von mir das hören wollte weil er wusste dass seine Wege falsch waren oder so ich weiß nicht oh wow nein das hast du mir eigentlich so in der Art noch gar nicht erzählt ja das deswegen reagiere ich auch sehr allergisch drauf teilweise weil macht auch gerne mal der ein oder andere impf die noch oder dazwischen reden und das ist einfach so unhöflich also unangenehm bei mir ist das Problem das ich gelernt habe dagegen anzureden und äh ich hab mir selbst beigebracht ähm das Problem hatte ich ja immer immer es war so nervig und ich hab dann irgendwann einfach ähm meinen Satz und meinen ganzen Text zu Ende gebracht indem ich einfach nicht aufgehört hab zu reden und das muss ich grad wieder zurückfahren und nicht nur das sondern ich hab auch dadurch gelernt einfach meine Stimme zu erheben aber das hat irgendwann auch nicht mehr funktioniert das wurde einfach weiter geredet also ich hab leider meine Macken davon getragen und ich arbeite dran ja Alter brauchst du dir ja keine Sorgen eigentlich machen weil ich dich ausreden lasse bei mir ist das halt so ja wir haben beide das dann endlich jetzt gerade auch dass wir beide gleichzeitig anfangen zu reden und das ist irgendwie jetzt schon ganz oft passiert das ist irgendwie ne Tatsache also das ist okay weil irgendeiner von uns lässt den anderen dann reden nach einer kurzen Diskussion das ist mir aufgefallen aber ich find's okay ich mag's also und ich wiederhole ich mich auch gerne so ist es nicht nur ich muss halt aufpassen bei mir ist es genau andersherum weil wenn man mich unterbricht dann rede ich einfach nicht mehr und lass es dann einfach sein ganz selten dass ich gleichzeitig gleichzeitig Entschuldigung alles ne die Sache ist halt einfach manchmal spreche ich dann auch dagegen es war heute auch wieder ein Officer der zurechtgewiesen wurde und dann meinte mich zu unterbrechen und dann werd ich sehr wie sagt man oder wie sagen die anderen immer ich werd dann immer sehr kalt jetzt wenn man hat Angst dass ich jemanden absteche vor mir direkt und tritt oh Gott okay ja also nicht dass ich dich abstechen will um Gottes willen nein nicht dass du das denkst also wär cool wenn du das nicht machen würdest nö das würde ich dir nicht antun also nur fürs Protokoll gut gut zu wissen ja ja ich würde nur andere Leute aufstechen die dir weh tun äh ich meine natürlich äh beschwinden äh verhaften lassen verhaften lassen ja anders andere würde ich dir aber auch nicht zutrauen ist das so ja das ist so so einer bist du nicht bist du vernünftig dafür nun das stimmt wohl okay ich behalte dich ich greife mich in dich fest okay okay musst du nicht ich renne dich weg ich denke ich will dich auch behalten also ich geb dich auch nicht mehr her ich geb dich auch nicht mehr her ich geb dich auch nicht mehr her das ist meine das ist meine Ari meine Kirschblüte das ja nein du nein du du musst grad was sagen nein bei dir ist es jetzt ein Nachfolgesatz bei mir ist es wieder ein ganz anderes Thema ich wollte sagen du bist meine helle Seite aber das ist nicht so wichtig was wolltest du sagen oh ich bin deine dunkle Seite du bist meine helle Seite definitiv nein ich bin die böse bei uns du bist der Gute auf gar keinen Fall wenn du wüsstest doch das ist so du hast doch von meinen Gewaltfantasien gehört wenn ich Leute besonders böse finde und du weißt wie ich im Dienst bin also bitte hm 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 ja weiß ich nicht hm 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 Witziges zu erzählen vielleicht äh lache ich nö das wäre eigentlich gar nicht wollte ich sagen obwohl als du Max im Parkhaus hinterher gerannt bist dann habe ich auch gedacht oh mein Gott ich werde ihn an Max verlieren die passen vielleicht auch ganz gut zusammen verdammt nein du willst mich nicht an jemand anderes verlieren das Ding da in meiner Brust gehören das Ding da in meiner Brust gehören dir das Ding da in meiner Brust gehören dir nein ich gehöre dir also mit Haut und Haaren äh ja also eigentlich ist es nicht gut sowas zu sagen du gehörst mir und du bist meins aber weißt du was ich mag das tatsächlich ich geb's zu warum ist das das Ding nicht gut zu sagen es gibt Leute die finden das ganz furchtbar aber ich mag das warum denn furchtbar weiß nicht weißt du einfach Fakt oder nicht ich lasse dich nicht mehr gehen werd dich nicht warum sollte ich auch gehen warte hm weil bei mir einfach damals so Sachen passiert sind und ähm ist okay ich ähm ich hab gar keine Lust mit Gafi darüber zu reden muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin es eigentlich eher gewohnt dass man es mit mir nicht ernst meint und mich einfach ach das ist eine Sache für dich schäme ich mich ich will auch gar nicht drüber reden ich will dich lieber ich will dich lieber umarmen und jetzt redest du mit mir darüber jetzt hast du keine Wahl zu spät nein nein zu spät nein nein zu spät nein nein ich will nicht mehr ich will nicht mehr ich möchte dir aber auch betonen auch hier du musst auch nicht mit anderen über Sachen reden wo du nicht überreden möchtest ne naja es hat mein Therapeut und hat mir jetzt immer ganz viel geholfen ja heißt aber nicht dass man ähm alles den Therapeuten erzählen muss mach das so wie du das möchtest und nicht wie du denkst dass das erwartet wird du gibst das Tempo vor und du gibst die Themen vor du redest über Sachen über die du reden möchtest und guck das okay wer weißt du nicht zum Fritzel ja du hast gesagt meine Haare sind aus wie eine Kirschblüte deswegen trage ich die auch noch so ich mein klar also ich find die Frisur auch sehr cool ich das hat mich nur gewundert weil du auch da beim Frisur warst und so nein ich war nur da wegen Garfield eine neue Frisur anschauen dann wird dir meine Meinung für hm hm ich verstehe du kannst jede Frisur tragen oh du hast jede die eine nicht oh glaub mir also doch schon aber okay da gibt es noch ganz viele die mir nicht stehen ja es gibt natürlich ist natürlich gibt es viele Frisuren die dir wahrscheinlich nicht stehen würden das ist halt normal wenn ich mir vor du hättest so ein Kempel davor hm das wird bestimmt bei meinem Murmelkopf ganz komisch aussehen bei dein Murmelkopf? er hat aber einen Murmelkopf was Kaya hat auch einen Murmelkopf aber du hast einen normalen Kopf also du hast einen hübschen Kopf ja der ist murmelig was für einen Kopf hab ich? den schönsten in ganzer Santos na na glaub ich nicht aber hm für mich schon Murmelkopf ok stell ich mir vor wie du da so nur dein Kopf hast und so murmeln wirst gerade ein bisschen das könntest du dir bitte nicht vorstellen wieder mein Kopf ist und ich eine Murmel bin also so mach ich das jetzt auch nicht so ne Murmel die so voll grinst und dann so rumrollen Entschuldigung fantastisch ja gut das genau das hab ich jetzt damit genau das hab ich jetzt damit sagen wie hast du es denn sonst gemeint mit Murmelkopf ja wegen der Form einfach wegen weil Murmeln süß sind ich weiß nicht das ist ja ein bisschen die süßeste Murmel in Los Santos die durch die Gegend gerollt toll ok und was bist du gegangen? das hast du ja du hast es verdammt ist aber gemein nun du hast mir nicht auf die Frage geantworten wollen also von daher kann ich auch Murmelchen nennen nein bitte nicht Murmelchen nennen also von der Kirschblüte viel mehr ich bleib auch bei der Kirschblüte ich bleib auch bei der Kirschblüte was heißt das eigentlich auf japanisch? möchtest du das wirklich wissen? ja hm heißt das auf japanisch Sako oder? oh das hört sich ganz schön an ist auch ein hübscher beliebter Name oh würde auch zu dir passen denke ich meinst du? ja klar aber Ari kann ich auch Sakura nennen also hm das ist dann mein mein Deckname oder wenn wir uns irgendeinen Schabernack ausdenken damit keiner weiß dass ich das nur ein Schabernack okay ich kann nicht sagen ich kann nicht sagen den Kaninchen ja Häschen hm dann bisschen klein ok dann hab ich jetzt auch was ich hab nämlich was gewinnt ich weiß nicht genau was das heißt Hunagi hm hab sie denn auf Hunagi ich weiß nicht ich hab das Ohr nebenwo gesehen davon das ist ganz süß ok ich weiß nicht was das bedeutet oder? nein es heißt Aal oh Aal? ja ja aber warum hört sich denn das Wort so süß an wenn es Aal heißt das weiß ich nicht oh ähm ja Entschuldigung dann nenne ich dich mal nicht Hunagi ich ich glaube das wäre nicht so schön ich glaube das wäre nicht so schön oh man ich muss da wirklich noch ich brauche mal eine richtige Seite die das irgendwie alles direkt erklärt oder so ganz schön peinlich das ist alles ok das ist alles ok du musst da nicht so viel Mühe geben das ist schon ok weißt du ihm Mühe geben ähm bin ich eigentlich ganz gut ich mach das gerne mir Mühe bei Sachen geben ja ja nun mummelchen achso ne äh ok spült er bitte nämlich nicht mummelchen oh verdammt ich muss noch zum Bankautomaten und ich muss noch äh eigentlich muss ich auch den den für den Weihnachtsmarkt das vom PD da alles überweisen ist will ich auch noch machen wir können auch noch zu den Automaten laufen ja das können wir wenn du das möchtest also wenn das wirklich ok ist klar ok wenn du mich wo Schuhe anziehst ja das wäre glaube ich nicht verkehrt mhm ich kann auch versuchen mir meine Flechtversorg vielleicht so legen zu lassen dass mein Deckraum ein helles ein bisschen so drüber scheint ich kann ich also wie du möchtest wie gesagt du sollst dich wohlfühlen du hast diese Aussage bald von mir bestimmt dann kann ich mich nicht da dran hören ok oh Nagi also ich krieg das noch nicht alles ganz hin aber ich lerne und lerne und ich werde sehr viel lernen nun was ist da im Chat los? oh also mhm andere Brille aufziehen achso ich dachte es gegen die Schuhe war tief achso ach gut ja eine andere Brille nein 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 ist gut für dich wohl hast du was gegen die Schuhe? nein überhaupt gar nicht ich war nur ein bisschen verwundert jetzt das ist in Japan relativ normal in den heißen Sommertagen dass man manchmal so rumlaht oh ok das ist schlimm ich kann auch andere Schuhe ziehen nein 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 Da liegt seine Tätowierungen Wie? Was sollte mit den Tätowierungen sein? Außer dass sie von einem gut an dir aussehen Achso, ich dachte das lag Nein Sei nicht immer so verunsichert Also dass gerade ich das sagen kann Könntest du mal was lustiges hören? Immer Diese Flipflops gibt es da in der Geschichte Oh mein Gott Da oben ist der Automat Okay, ich hör zu Ich war mal undercover Also mehr oder weniger undercover mit Tilo unterwegs Das war sogar dieses Jahr Da haben wir eine Person geschützt Und dann kam zeitgleich eine Führung rein Wo wir dann undercover die Person gesucht haben Und dann mussten wir halt ein OHK durchführen Also Ein Gebäude halt stürmen Und Ich denke, dass du mir das interessiert hast Ich habe mich nicht getroffen zu fragen Ja Die Sache ist Ich hatte dann ein Outfit an Mit kurzer Hose Flipflops Und den rosa offenen Hemd Und den rosa offenen Hemd Bin mit Die 19 reingelaufen Mit Tilo zusammen Und wir haben da alles geklärt Oh mein Gott Gibt es davon Fotos? Nein, natürlich gibt es davon keine Fotos Aber meine Güte Nein Wir kamen uns vor Was hat einer gesagt Als wären Tilo und ich aus Miami Miami Weiß oder so Oh Keine Ahnung Okay, das hört sich ganz schön lustig an Ich kann es mir irgendwie gut vorstellen Das war ein Situationscomics so ein bisschen Genauso wie wir undercover oben damals bei Honey Steiner waren Aber auch irgendeinen Auftritt Ging auch um die ähnliche Person Und da war ich komplett anders gekleidet Mit Perücke und sowas Und da wollte mich ja Mayhem abstechen Weil er dachte Ich denke, wir käme Drogen Oh mein Gott Das haben wir dir auch gerne gesehen Also nicht wie du abgestochen bist Natürlich nicht Oh mein Gott Aber so mit Perücke und an der Cover Und lustig und so Ja, ich hatte da sehr kurze Haare Früher auf deiner Cover unterwegs gewesen Wenn du wüsstest, wo ich schon überall war Wo die Leute gar nicht wussten, dass ich das war Kannst du alles erzählen, wenn du möchtest Ja, das ist ja kein Geheimnis An sich Ach, ich habe eine Kostone zurückbekommen Ja Ja, schneller als gedacht Kannst du mir nochmal deine Kontenummer sagen? Ja, kann ich natürlich gerne machen Das ist die 757 757 995 995 5, 0 5, 0 Damals, wo ich mal kurzzeitig suspendiert war Aber wurde War ich auch undercover unterwegs Aus Eigenschutz Und wie sahst du da aus? Ich sage mal so Es sah so aus Wie jemand auf einem BMX Der dich überfallen würde Ach Mann Ich weiß, es ist alles super ernst Aber trotzdem bin ich gerne ein paar Fotos Ja, das war schon witzig Das, was abends dann noch passiert ist War eher nicht so witzig Weil wir sind nach Palito Bay gefahren Weil wir da was überprüft haben Aber da ging es irgendwie um einen Büschloch Der dann angeblich sich rumtreiben sollte Okay Und ähm Dann ist es plötzlich ein Auto gekommen Was uns gespottet hat Und wir sind weggefahren Und auf einmal sind es 10, 11 Autos hinter uns hergefahren Und dann versucht uns abzudrängen Auf den Highway Suchte Autos? Mhm Oh mein Gott Wir hatten dann noch einen Unfall Und alles dumm und dran Das war schon sehr knapp Oh Gott Warte, ich ähm Hab heute So krasse Schwierig hat mich zu konzentrieren Alles okay Lass dir Zeit Die Splüte Hoffst du süß zu sein Ich muss mich jetzt konzentrieren Okay Murmelchen Gott, das hilft Sonst helfe ich Danke Oh Gott, wieso kann man das nur für 6 Monate machen? Das ist so doof Ja, das ist schon ein bisschen Dreck Mein Gott Ich komme tatsächlich hiermit überhaupt gar nicht Klassik Alles okay Auch wenn das Thema Eher nicht so cool ist Würde ich da trotzdem dich da um Rat fragen Was denkst du denn Wie lange ich dieses Lager angemietet Lassen sollte? Nein, frag mich das nicht Das musst du entscheiden Ich hab schon befürchtet Dass du das sagst Du hast gewartet Eine Sekunde Wir können sofort wieder reden Ich muss da erlaubt Am Zeitpunkt Das ist ja Was ist denn hier für ein Quatsch? Ich hab's gleich Nur jetzt Jetzt hab ich's Ich bin ein bisschen müde Alles okay Wenn deine Murmel sein könnte Was wär's denn für eine Murmel? Du bist ein Stinkstiefel So, warte Jetzt bin ich gleich Ich hab's gleich So, jetzt müsstest du alles richtig sein Perfekt Also wenn du nicht Was dir die ganze Zeit nicht sagen würdest Wäre das nicht so schlimm, ne? Dann würde es mir nicht auffallen Dass du mit dem Gerät nicht klarkommst Ich muss das aber Ich will nicht, dass du denkst Ich steil hier einfach nur drauf Ich bin hier wirklich Mann Das ist so blöd gemacht Wer hat denn dieses System hier Ganz schlimm So Also Jetzt hab ich's Gut Okay Fertig Oh Okay Ich bin fertig Okay Äh, warte, irgendwas muss ich doch noch machen hier Das will ich kurz überlegen Du wolltest zwei Sachen überweisen Einmal diesen Mietauftrag fertig machen Ja Und du wolltest, äh Irgendwas spendentechnisches machen Oh, verdammt Hier stimmt Kein Problem Gott sei Dank hab ich dich Verdammt Ich war eigentlich immer die, die alle an alle Irgendwas erinnert hat Das ist gerade so falsch herum einfach Gott sei Dank hab ich dich Ah So Gut Dann mal weißen her So Für Nummer So 2 1 3 9 2 1 5 6 2 1 3 9 2 1 1 5 6 Und überweisen So Gut Jetzt kommen wir in den Himmel In den Himmel Oh, okay Eine Sache, die ich dich noch fragen muss Die aber eigentlich nichts zur Sache tut Ähm Also Wie ist das? Wo müssen wir hin? Hm Ich Komm mal mit Erzähl weiter Wie ist das bei euch in Japan? Ich meine, ähm So Glaubenstechnisch Ich, äh Ich glaub, jetzt willst du mich vertreiben Denn ich bin tatsächlich Relativ unglaublich Das ist okay Das ist okay Das ist okay, ich bin auch Agnosticist Okay, ich bin nicht als Atheist Bezeichnet Was bist du? Was erklär mir das? Also ich bin eine Mischung aus Atheist und Agnosticist Ich bin atheistisch gegenüber den drei Weltreligionen eingestellt Und Agnosticistisch gegenüber den kleineren Religionen Die nicht so kriegstreibend sind Meine Güte Und macht dir keine Sorgen Meine Mutter ist zwar eine Shinto-Friesterin Aber die akzeptiert das, wenn man nicht gläubig ist Und das wäre nämlich dann jetzt die nächste Frage gewesen Ich glaube, aber trotzdem wirst du dich mit ihr verstehen Okay, wenn ich das ist, dann irgendwelche Probleme gibt Na, ich glaub, ihr wirst das richtig, äh Mögen Was, gell? Ja Ich werde so paranoid, weißt du Ich werde hier immer paranoid, wenn ich, ähm, irgendeinen Tonic sehe Ich hab ja schon so ein paar Erfahrungen gemacht, da Es wurde deswegen einfach so Ich meine, mein Armband dabei, weißt du Ja Ja Das ist schlecht Ja, das ist schlecht Ist der abgewogen? Ari, komm mal Komm mal, komm mal Ich komm Oh Gott Okay, weiter, weiter Ja, ja Komm mit Ja, ich komm Jetzt nochmal Hier hab ich mal gewohnt Nebenbei Oh Hier wollte ich immer wohnen Leider nie Ja, ich hatte damals sehr viel Glück Meine ganze Freundeskreis wohnte immer hier Das war so ein bisschen unser kleines Dorf Unsere Kommune hier Verdammt, ich bin da nie reingekommen Ich hab's immer wieder versucht Allein das mit dem Pool dort vorne ist halt ganz cool Ja, ich hab gehört, gibt es immer so Partys, die halt sehr eigen sind Und dann hab ich mir gedacht, oh, das wäre bestimmt ganz cool da zu wohnen Nee, hier haben wir auch die Gangparty damals gemacht Möchtest du was trinken oder essen? Nein Regatta Er hat ja gesagt, wir laufen jetzt zur Wohnung, aber ich glaube Wir warten mal ein Momentchen Ja Ja Ja, ich kann's auch noch nicht ganz glauben Mhm Was denn? Oh, dass wir sie auf der Brücke besprochen haben Dass du wirklich mein Partner bist Ich muss dich auch einfach noch ein bisschen Ich muss, ich Ich weiß nicht, es ist, ähm Ich hatte das noch nie Dass man einfach auch, ähm Ich hatte das Gefühl, einfach auch noch nie Nicht so in der Art wie jetzt Ich kann's nicht in Worte fassen Manchmal muss man auch nichts in Worte fassen Das ist halt schon der Moment Miteinander Du kannst viel besser mit Worten als ich Ich bin nicht so wortgewandt Nee, ich bin nicht wortgewandt Doch, das bist du Finde ich schön Das sind einfach die ganzen Bücher, die ich halt lese Ja, die solltest du mir mal ausdeilen, irgendwann Ja, das ist immer so schwierig Das läuft halt über so'n Account und Account-Sharing sehen die da nicht so gerne Ach Ich lese da eher so PDFs auf mein Tablet und ja Na gut Du bist schon so okay, wie du bist Ich bin ein Bauern-Trampel Nee, bist du nicht Ja, doch schon Aber es ist okay Nein, bist du nicht Das ist ne Murmel Oh mein Gott Was hab ich da losgetreten, verdammt Warte, irgendwann werde ich auch Ich werde eines Tages ein Wort finden, das du auch nicht magst Und dann sag ich es die ganze Zeit zu dir Du hast mich gerade als Aal bezeichnet Ich wusste ja nicht, was das heißt Ich wusste wirklich nicht, was das heißt Also absolut gar nicht Wieso schleimig? Nein Ich bin doch nicht Kuckuck Er weiß, ist dir da immer irgendwas mit Creme? Ich find das so ekelhaft Ich würd's nicht wissen Ich würd's auch nicht wissen Gott, hör auf so süß zu lachen, wirklich Ich schmeiß dich hier gleich runter und Oh nee, warte mal Du kennst meinen Humor nicht Also ich würd dich nicht wirklich hier runterschmeißen Dann benetze ich mich doch Ja, ich Das ist einfach nur ein imaginäres Runterschmeißen Wenn man manchmal Dinge einfach nicht aushält Ähm Das macht auch jetzt nicht so Sinn Du Ich bin komisch Alles gut Meinst du, die Luft ist jetzt rein? Ich war gerade fragen Sollen wir es mal wagen? Ja, ich hab ein neues Armband Kann das Armband auch in mein Hoodie verstecken? Nein, ich Ja, kannst du das? Nein, aber Dann gibt's Falls irgendwas passiert Gibt's dann einfach Es ist ja nur ein Armband Ich Pack's in mein Hoodie und Dann passt das Ich hab schon ein paar überzeugende Argumente Dass das Armband hier nicht weggenommen wird Es ist nur ein Armband Ja? Ja, nur ein Armband Aber es ist ein Armband Was du dir bestellt hast Sehr gerne hast Und sehr gerne trägst Ja, nur Material Aber trotzdem Dir wichtig Nein, nein, nein Lieber die Party Ist aber wirklich ein schöner Pol hier Ja Das ist Er ist größer als den Er ist ja groß, ja Der Pegasus ist da War immer ganz cool Morgens hier zu schwimmen Irgendwo hier hat auch Gabriel Oder Lulu ihr Haus Ich weiß gar nicht Wer von den beiden Mit so ein bisschen Garten Auch ein bisschen private hier hinten Oh, wow No Elena hat mir ein SMS geschrieben Oh, okay Was hat sie geschrieben? Oh, das sag ich dir nicht Aber was ist ja liebes Über dich auch nicht Oh, okay Okay Immer neugierig Also ich kann sie dir vorlesen Wenn du möchtest Ach Also, okay Ich wusste, dass du das sagst Das ist ein Geschwächt zwischen euch Und ich wusste auch, dass ich die nicht vorlesen soll Weil ich langsam berechen war Ein bisschen Okay Und dass du mit mir gleich im Bett schnittst Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Äh, ja Mir Das ist wirklich okay für dich Wieso sollte das denn nicht okay sein? Ich bin deine Freundin Ja, vielleicht stinke ich ja Warum hast du Warum sagst du das mit dem Stinken immer? Du bist ganz komisch Ja, weil du mich Aal genannt hast Also, ich hab noch nie an einem Aal gerochen Will ich auch übrigens nicht Ähm Okay Und ich glaube nicht Können ein Aal fangen? Nein, ich will kein Ich will wirklich kein Aal fangen Wir sind keine Aal fänger Wir beide Wir machen sowas nicht Nun Oder? Was? Oder würdest du gerne mal einen Fisch fangen? Ich Habe schon Fische gefangen Echt? Wo denn? Hier Wo denn dann? Damals In der Wildnis In der Wildnis? Mhm Also wirklich Nur in der Wildnis? Ja Nur in der Wildnis Warum? Sagst du mir die Wahrheit? Ja Okay Alles gut Verstehe ich da gerade irgendwas nicht? Nee, alles Wirklich alles in Ordnung Ich muss halt Fische zum Überleben fangen Ich hatte nicht so viel Wahl Oh Gott Kommt da wieder eine traurige Geschichte Oh Mann Es tut mir so leid Was denn? Irgendwie alles was du aus deiner Kindheit oder sonst irgendwie erzählst aus deiner Vergangenheit Ist einfach nur so tief traurig Und Oh entschuldige dass ich das in dir hervorrufe Nein Wie war es denn? Oh mein Gott Nein Oh Gott du bist so furchtbar Komm Komm wir gehen erstmal ins Äh Apartment Ja Also wenn wir irgendwann mal in der Wildnis rausgesetzt sind dann helfe ich mit Fische fangen Ich hoffe nicht dass wir in einer Wildnis rausgesetzt werden Ja aber wenn dann sind wir auf jeden Fall ein super Team dann Aber die Wildnis kann auch in einem was hinaus heraufbesperren was man nicht möchte Was denn? Ja du wirst es zu überleben Und wer weiß wie lange du in der Wildnis bist Aber ein Team und du fängst dann Fische und ich brauch die dann und so Sag dich Ich weiß nicht wie es so was geht in der Wildnis Ich kenne das nicht nur alleine Oder halt mit einem Gegenpart der Nicht so angenehm sein würde wie du wahrscheinlich Hey unsere Partners Mensch Hast du eigentlich regelmäßig Post? Äh Keine Ahnung ich guck nie in den Briefkasten Achso Kannst du auch in den Briefkasten gucken Da wurde es auch hier ne Jaja aber jetzt Bist du jetzt Moodle? Geht noch? Achso du möchtest schlafen? Nein Okay Du kannst auch nochmal rausholen oder so Also hinterhufen Aber erstmal Eine Kette Ah Danke schön Wurde nicht geklaut Nur ich hab die berührt Gut Gut Ich beiß dir dein Ohr ab Irgendwann Warum willst du mir mein Ohr abreißen? Beißen? Ich beiß es dir irgendwann ab Warum? Wir sind doch nicht in der Wildnis Also ich beiß es dir nicht wirklich ab Ich Ich glaube nur daran Jetzt ist es irgendwie doof wenn man das sagt Oh mein Gott ich hab doch gesagt ich bin verrückt siehst du Wir gehen auf den Hintergrund Ich bin nicht gewalttätig und ich werde dir niemals wehtun versprochen Hab ich jetzt auch nicht gedacht Oh ich mach's doch stimme Ähm warum? Ich will nicht dass du Angst vor mir bekommst Bist du einfach nur so Ach Ach ganz schlimm Ganz schlimm Okay Am liebsten würde ich es Weiß ich nicht Jeden noch sann das erzählen Dass wir zusammen sind Ich bin nicht blöd Keines Aber das mach ich nicht Und dann würde ich Am liebsten ganz viele Fotos von dir machen Und mir ein Album machen Ich möchte ganz viel über deine Kultur erfahren und lernen Und dir damit eine Freude machen Ich möchte dir einen Pullover klauen und ihn anziehen Und so dass ich die ganze Zeit nach dir rieche Ich möchte dir gerne nah sein Aber nicht so dass es für dich unangenehm ist Im Moment fühlt sich alles nicht genug an Allein diese Worte sind Nicht schon Wertvoll Sehr wertvoll Und Weiß ich schon Ähm Will das eh nicht Warte Jetzt ist es auch einmal raus Jetzt kann ich mich ein bisschen beruhigen Die Platze beiden Habe ich das Gefühl Wie gesagt Wir können schauen Dass wir Fotos machen Und so Nein Und du kannst es den Menschen erzählen Dass wir zusammen sind Ich meine Barbara Hast du es ja nicht erzählt Nein das Das verstehst du falsch Ich Hm Es ist ja was so ein Gefühl Als wird man platzen Ich weiß nicht Und desto Desto süßer du wirst Und Die ganzen Sachen Die du sagst Sind so schön Desto Je mehr könnte ich platzen Und desto Ernstlicher werde ich Tatsächlich auch Dich zu verlieren Aber das Gespräch Hatten wir ja auch schon Und ich versuche daran zu arbeiten Ähm Naja Mich kannst du ja nicht verlieren Ich bin ja laut Anderen wie ein Jojo Also von daher Da ist so ein Rand dran so Und Ja Aber bei dem Umzug Warst du so still Und da habe ich ein Fehler gemacht Und Ich denke ich natürlich Dass sowas halt immer mal wieder vorkommen kann Naja Du bist halt Hm Du warst Ich dachte halt Ich habe was Falsches gesagt Halt Eben Und das weißt du auch Und Ich weiß Aber du warst so ruhig Und bist du einfach mir vorbeigegangen Und Und damit gar nicht umgehen Nicht Ich wollte mich Wollte ich halt nicht mit meinen Armenwissen halt nerven Weil ich dachte Ich habe was falsch gemacht Und Deswegen Still bin ich ja generell Sehr viel Okay Und nach dem was ich gerade erzählt habe Wirst du das Gefühl Nie wieder bei mir haben Oder? Ich Denke nicht Warum auch Wir haben uns doch beide was versprochen Wir haben uns vieles versprochen Wenn ich was ist Reden wir offen darüber Ja Auf jeden Fall Und das ist mir sehr wichtig Weil Schreiten möchte ich nicht Und du kann Mit mir kann man sich eh nicht schreiten Weil Wenn ich einen Fehler mache Stehe ich dazu Unempfehler Würde ich sagen Ich hoffe das ist nicht langweilig Würde ich Weil ich habe mal gelesen In einem Buch Dass Leute Mögen sich zu schreiten In ihrer Beziehung Und das würde ich sehr schräg Um ehrlich zu sein Glaub mir Ich hatte Du warst schon Und sehr viel gestritten Und geschrien Tatsächlich Beide Beide haben sich angeschrien Ich will das nie wieder So hoffen Ich Wird bei mir nicht passieren Denke ich Denkst du? Ich gehe davon aus Aber Ich habe mal ein bisschen Angst Um ehrlich zu sein Dass Leute sich In unserer Beziehung Irgendwie einmischen Ich habe die Angst auch Deswegen Mir ist Ganz Ganz Wichtig Lass uns Das gegenseitig sagen Und lass uns Kein Irgendwie Dazwischen Funken Keine Außeneingegung Das werde ich dir Auch ganz offen sagen Aber das einzige Was ich dir sagen kann Ist Dass die Leute Alle so gruselig Wie sagt man Support-Tipps sind Auf der Hochzeit Freuen Ich weiß was du meinst Aber ich kann dir auch Ja Hm Du kannst auch Ich kann dir auch sagen Dass Herr Weiß Ständig in meine Beziehung Reingefuscht hat Ständig Da werde ich dir erst recht Ganz offen Das sagen Weil das Hat er damals Bei einer gewissen Person Auch mal gemacht Er hatte mal was gefunkt Was ich nicht mitbekommen hab Und dann Gab es Unnötige Diskussionen Erinnerst du dich An die Dame Im Little Italy Im Haushaltskleid Ja Ja Sag mal Es gab vielleicht Deinen Flugspruch wo es hieß Mr. Koyame bringt gerade Eine Braut irgendwo hin Oder so Okay Das hat für ein bisschen Ärger gesorgt Ja Verstehe ich Und Ja Ich glaube zwar nicht Dass er das irgendwie Bezwecken wollte damit Aber wenn Irgendwelche Sachen Dann sind Also frag bitte Okay Mach ich Versprochen Okay Arigato Ich Das ist glaube ich Eine der größten Ängste Wo ich Angst hab Dass du irgendwie Auf einmal weg gehst Wenn da irgendwie Leute irgendwas behaupten Und so Weißt du Da ist diese Stadt Leider sehr verrottet In der Hinsicht Sorry Naida Wird mir das tatsächlich Sehr wehtun Wenn ich zum Beispiel Hören würde Obans wissen sie Der Der Koryame Ist gerade im Unicorn Und der hat richtig geguckt Er hat einen Labdance bekommen Ich hab ihn einen ausgegeben Aber ich würde dich Sofort anrufen Und fragen Oder dir eine SMS schicken Aber das entschuldige Ich Ja Ne erzähl weiter Entschuldigung Ne 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 ist gut Ne ist halt was Was Mir jetzt auch hier In der Art passiert ist Und Also Du weißt schon Lamos Ja Lamos Genau Ist ja ein schwieriges Thema Aber ich Weißt du mir richtig kennenlernen Desto Ja Weiß ich ja Dass ich dir vertrauen kann Es braucht ein bisschen Zeit Okay Alles gut okay Das verstehe ich Aber Wie gesagt Meine Augen gehören dir Ich hab das nicht umsonst So vorhin gesagt Was du dann gemeint hast Nur die beiden Sachen Ich Moment mal Das ist aber wegen dem Thema Was wir vorher hatten Ja Ich weiß gar nicht Ach ja Was ich gesagt habe Irgendwas mit Max und dir Hast du gesagt Nein Meine Augen gehören dir Mein Herz Und dann hab ich deswegen gesagt Nur die beiden Sachen Ich liest soweit Weil wir vorher das Thema Egal Ari Das war ein Scherz Okay gut Also Dass meine Augen Die gehören War kein Scherz Natürlich Aber Ich spruchte nach Gut Gut Weißt du was Meine Augen gehören auch dir Und die sind ziemlich groß Die passen überhaupt gar nicht In deine Augen rein Ich will auch gar nicht Deine Augen ausschaben Und meine Augen reinpacken Also hä Äh Du hast das gerade gesagt Sag mal Was heißt denn Meine Augen gehören dir Ich weiß das doch alles gar nicht Es ist einfach Ich meine eigentlich damit Dass ich nur dich sehen möchte Und alle anderen mir scheiße geil sind Ich plätze mich Ja da läuft ein Mensch Da läuft ein Mensch über die Straße Okay Da ist eine Person Cool Da läuft ein Mann Da läuft eine Frau Glückwunsch Aber das bist nicht du Ich plätze mich Du bist halt die einzige Person Die ich halt anschauen möchte Mit dem Blick Den ich habe Wenn ich dich Ich sehe Ich halte dich auch nicht gefangen Du kannst auch andere Leute angucken So ist das nicht Ja ich gucke die anderen Leute auch normal an Aber dich gucke ich anders an Wie denn zum Beispiel Wenn ich dich sehe Dann Explodiert irgendwas in mir Positiv gesehen Da siehst du Das Gefühl habe ich auch Ja Deswegen also Ja Wenn ich die Möglichkeit habe Gucke ich auch manchmal zu dir rüber Kommst du Hm? Oh 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 Du hast das bemerkt Ah Oh Ja gut Ich bin kein Stalker Ne? Nur fürs Protokoll Du bist kein Stalker? Nein Ich bin kein Wie sagst du mal Ich bin kein Stalker Definitiv kein Nee Du hast ja so immer so einen Spruch genannt Ich bin kein Stalker Nein bin ich wirklich nicht Oh mein Gott Nein Ich bin wirklich kein Stalker Genau das was du sagst Genau das was du sagst Dinge die ich tatsächlich auch nutzt Die ihr gesagt habt Ist ja wie so ein Ding jetzt geworden Ne das ist schon ein süßes Ding Ja Ja Murmelchen Ach mein Gott Was ist denn los? Ich weiß nicht Soll ich dich vielleicht in den Pool werfen? Ne ich kann dich in den Pool werfen Du kannst mich nicht in den Pool werfen Weil ich dich in den Pool werfen werde Nein Ich bin im Pool Nein 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 Oh mein Gott Nein 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 Okay Joske Lass mich einfach Ich bin viel zu schwer Weißt du Ich bin viel Viel zu schwer Ich mummel dich einfach darüber Viel zu Oh mein Gott Nein ich bin viel zu schwer Wirklich Joske Ich bin viel Joske Nein 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 Ich habe die süßeste Hose die ich habe Die darf nicht lassen werden Bitte Oh Gott Die läuft nicht ein Komm Ja Wundervoll Toll Jetzt Was machst du? Ups Alle Zieh dich hier rein Super Dann muss ich mir gleich was anderes zum Schaden anziehen Wie tief ist der Pool? Oh wow Sehr tief tatsächlich Warte Moment Nee du musst schon entspannter Du musst es mir mit Gefühl machen Ach Okay Jetzt sind wir im Pool Jetzt sind wir im Pool Ja 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 Gar nichts Gar nichts Nee der Pullover saugt sich etwas voll Weißt du Das ist ein bisschen Ja das merke ich bei mir überhaupt gar nicht Ich meine es ist durchsichtig geworden Schau mal Oh nee ich guck weg Ich habe ein BH drunter Das ist nur ein BH Ja 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 Sieht gut aus Oder so Oh Dankeschön Dann habe ich noch ganz viele andere schöne Oh das ist ja egal Alles okay Alles okay Du stehst da so Ja Weißt du Ja Ich meine ich gucke dir einfach auch zu wie du da stehst Ich weiß nicht Ich Ich Äh Wird gleich Pitschnass In die Wohnung zurück gehen Oh Er legt bestimmt irgendwo ein Handtuch rum oder so Ja ich werde aber eine ganze Nasse Pitscheplatsche Spur bis ins Badezimmer Ähm Ja Dann muss ich das gleich einmal trocken machen Ich weiß Ich kann es aber auch selber trocknen Ne ich mach das schon Ist schon okay Aber Du weißt schon Dass du auch eine nasse Hose an hast Oder Ja ich weiß Ja Die sind bestimmt auch Handtuch Die wohnen Europäer Das ist doch so ein Ding bei denen Oh mein Gott Ja davon habe ich mal gehört Richtig unangenehm Nun Du bist mein Traummann Du bist jetzt auch mal dran Was hast du gesagt? Du bist jetzt auch mal dran Ich bin auch dran Okay ja gut Was? Es ist ziemlich Oh Gott Hier ist doch ein bisschen kalt Ich geh schon mal vor Okay Ich geh ins Badezimmer Und zieh mir erst mal die Sachen aus Das ist ja noch ein bisschen schlafen Ich bin so unfassbar süß gespielt Ja das ist selber manchmal einfach so Denken so Oh mein Gott ist das furchtbar Ja das sieht ja erstmal die Sachen jetzt hier aus Boah ich wünschte wir hätten so eine Badewanne jetzt hier ne Boah richtig Bock drauf Kann ich kurz reinkommen? Ich würde nur schnell eine andere Hose nehmen Ja okay Ari? Ja ich bin im Badezimmer Okay Ich äh wisch mal eben Okay Ähm kann ich mich eben umziehen? Ja Kannst du Ich fühle mich Ich finde die rote Ich finde die rote voll süß Die sie gerade anhatte Und das hier Jetzt müssen wir halt irgendwas noch dazu Nehmen wir einfach das ganz normale weiße T-Shirt Was sie immer anhat Oh Wo war der denn immer Ach hier Bist du mal anhatte? Und ich hattest. Och das geht ja noch ein Urteil an und dann gelaufen. Mhm. Gut. Ich beeile mich. Wie gesagt, ich kann's auch machen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Aber... Das macht das schon. Alles okay? Alles okay. Mhm. Kannst du dich ja so lange bequem machen, so, oder so. Oder so. Ja, ich... Ach Gott, ich fühl mich so untätig. Ich, ähm... Genieße ist doch einfach mal so ein Spaß zu entspannen halt. Weißt du was, das wirst du alles irgendwann zurückbekommen. Warte ab. Weil ich unsere Wohnung trocken mache. Weil du mich nie bei irgendwas helfen lässt. Weil du so viel immer machst. Geht jetzt nicht, dass das viel ist. Aber nur die Wohnung trocken. In meiner Welt ist das viel, glaub mir. In meiner Welt ist das normal. Möchtest du vielleicht ein Weißwein trinken? Kann man machen. Kann man machen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gut siehst du aus. Danke, jetzt habe ich gerade keine Stauern zu großen, die ich ansehen kann. Oh, dann schweige ich, dass ich dich ins Wasser geworfen habe. Schön, alles in Ordnung, ist auch sehr bequem. Ähm... Dann zwei. Würde ich keine Erkältung? Nein. So schnell werde ich nicht krank. Wir gehen doch zum Weihnachtsmarkt, oder? Wenn der aufhört? Habe ich dir doch versprochen. Aber ohne Uniform. Ja, natürlich ohne Uniform. Nur du und ich. Und einmal müssen wir auch mit dir. Ja. Und Elena, natürlich. Mhm. Und Ray und, äh, Amos. Ja, und die auch. Dann zu sechsten, irgendwie. Ich würde einmal gerne nur mit dir da sein. Ich auch. Ich kann auch zweimal alleine hin. Nein, das müssen wir. Okay, also die Regeln vielleicht, ich, äh, darf mich ankuscheln. Und, ähm, das ist in Ordnung für dich. Ja. Nein, das ist nicht in Ordnung für dich. Das ist in Ordnung. Nein, ich bin nur... Weiß ich nicht. Irgendwie, immer wenn du sowas sagst, werde ich nervös. Weiß nicht. Warum? 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 Denn ist irgendwas passiert? Ist irgendwas mit dir okay? Hate passiert ist? Muss ich irgendwas wissen? N-Nein, aber... Du... An mir... Ich war schon verwundert, dass wir zusammen in Whirlpool saßen, um ehrlich zu sein. Warum? Weil... Ich... Ich das... Ich hab... Ich hab nicht das Gefühl, dass ich, äh, das verdiene, so nah bei dir zu sein. Ihr so, ja, das ist aber Unsinn. Ich bin deine Freundin. Ich hab dir grad wirklich bei den ganzen Gefühlen nochmal doppelt und dreifach gestanden. Ich weiß, ich weiß, ich... Wieso solltest du das nicht verdient haben? Warum denkst du so? Weiß ich nicht. Und warum drehst du dich um? Was ist denn los? Warte, guck. Was ist denn los? Hm. Alles okay. Lass uns einfach den Abend genießen, bitte. Wenn du das möchtest, dann machen wir das ja. Ich werde nur die beiden Gläser einmal bespüren, gell. Oh ja, Entschuldigung. Oh Gott. Ja. Ich bin eine kleine Chaotin. Ach, Quatsch. Oh, wie furchtbar, ganz schlimm. Diese Background-Story ist auch ganz krass, ne? Vor allem, wie ausgearbeitet die bei dem ist. Kannst du dich nicht helfen? Alles okay, ist ja nur zwei Gläser und der Teller hier und noch einen Teller, wie ich gerade sehe. Ja, ich bin... Wir sind da halt ein bisschen gegensätzlich. Ich versuche das noch hinlegen. Alles okay, ich mache das gerne. Ist schon okay. Ich gehe einkaufen und ich kann dein Auto tanken fahren. Ari? Ich kann Einigkeiten für dich, ja? Ari, da ist ein Handtuch. Du kannst gerne abtrocknen. Gut. Na, immerhin etwas. Wenn du das möchtest. Ja, fantastisch. Du wirkst nicht so glücklich damit, ich kann auch das selber machen. Wie? Nein, jetzt mache ich das. Wieso wirk ich nicht glücklich damit? Ich freue mich, dass ich wenigstens ein bisschen nennen kann. Nein. Nein, jetzt muss ich das wirklich nennen. Nein, das hast du missverstanden. Ich freue mich, dass ich überhaupt was machen kann. Okay. Ich gebe mein Bestes, das zuzulassen. Juska, was auch immer dir passiert ist, das ist sicherlich sehr viel. Frag dich noch nicht. Wir herrschen andere Regeln jetzt. Unsere Regeln. Lass uns daran arbeiten. Ich versuch's. Weißt du, was wir beide mal machen könnten? Was denn? Eine Serie schauen. Die ist... ganz gut. Was für eine Serie? Du kennst dich als My Name. So eine koreanische Serie. Koreanische Serie? Hm. My Name. Hm. Okay. Ganz gute Serie. Erinnert mich mal ein bisschen an etwas. An was erinnert dich das? Ist nicht so wichtig. Es erinnert mich nur an etwas. Okay. Weißt du was? Die werde ich mir reinziehen. Mit dir zusammen. Wir haben einen großen Fernseher oben im Love-Zimmer. Willst du die heute gucken? Ja, klar. Können wir machen. Ein paar Folgen halt, ne? Aber eine schaffe ich. Dann nicke ich wahrscheinlich direkt ein. Weil ich nicke sowieso direkt ein. Da darfst du mich ruhig wecken. Nein, nein. Du kennst die Serie. Ja, ich kann sie auch. Du kannst dich übrigens auch von mich ankücheln. Ich hätte da jetzt auch nichts gegeben. Ich verspreche, ich gehe nicht weiter. Wie meinst du das mit, du gehst nicht weiter? Ähm. Ähm. Also. Oh mein Gott, der ist jungfrau. Also. Wenn du einen frierst wegen mir, wir haben bestimmt irgendwo eine Wärmedecke. Was du das meinst? Also ich, ähm. Also ich, ähm. Ich hab mal eine Frage, um etwas für mich gerade klarzustellen, okay? Ja. Ähm. Ich will eigentlich immer an den Weg eine Frage zu stellen und, äh. Was soll ich die Blume zu machen? Warte, ich muss mal ganz kurz überlegen. Ähm. Also. Ähm. Die, äh. 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 Ich, äh. Fang nicht. Okay. Oh Gott. Was ist das denn, wenn du schon mal eine Frage, die du mir stellen willst? Oder ist das die Frage? Äh. Welche Frage nennen wir die? Meinst du? Ähm. Ähm. Nee, egal. Was? Nein, sag. Du hast gesagt, wir machen langsam, oder? Äh. Ja. Aber ich, ich hab nur eine, äh. Warte mal. Hä? Nein, welche Frage meinst du? Oh, Mensch, ist das Wasser laut. Ich weiß wirklich nicht, welche Frage du meinst, das Wasser ist überhaupt da. Guck mal, wenn ich hier schwappen, wer für da kommen Wellen? Ja, aber, ja, du machst die Wellen gerade. Warum machst du das? Weil Wellen lustig sind. Fantastisch. Also die Frage, die ich dir... Wellen sind einfach so, ja? Ach so, jetzt haben die Wellen aufgehört. Oder wie? Hier. Guck mal, da gehen die Wellen weiter. Was willst du fragen? Schmeiß dir den Kopf nach dem Wellen. Vielleicht nimm mal hier das Glas, ne? Was? Nein, ähm... Zum Wurmeln? Ach, das ist doch jetzt nicht wahr. Gott. Ja, gut. Du hast Kopf gesagt. Ja. Gut, also. Also ich bin nicht mit dir bei der Nächste, Freundin. Ich muss sie leider mal kurze Sprache bringen. Du und Kate, also habt ihr, also ihr habt doch auch in einem Bett zusammen geschlafen, oder? Ja. Habt ihr da nur geschlafen? Ach, weißt du, ich kann nicht wissen, aber ich muss leider die Frage so stellen. Weißt du was, ich will sie überhaupt gar nicht wissen. Hä? Wie? Was willst du denn wissen? Also ich, also ich, ähm, weil du manchmal so reagierst und gewisse Sachen nicht kennst, hast du schon mal erwachsende Dinge getan? Ähm, nein, wie, ähm, wie, 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 wie fragt man denn sowas? Ich, ähm, du, ich, äh, bist du jemand, der erst nach der Ehe... Ich, ähm, weiß ich, wie, wie fragt man denn sowas? Mir fällt nichts ein. Ach so, du meinst Sex, ja klar. Was, was meinst du mit, ja klar, also, ich, äh, der Ehe... Ich bin nicht die junge Frau, wenn du das denkst. Oh mein Gott, gut, gut, okay. Ich meine, ich hätte es dir irgendwann gesagt. Ah ja, gut, alles klar, dann, äh, dann... Was hättest du irgendwann? Nein, ich, äh, ich, das war, ich wollte es einfach nur wissen, weil du so unschuldig wirkst und so. Ich weiß nicht, wie man so eine Frage... Warum machst du das mit uns schuldig? Hä? Gern. Cool, ich glaube, jetzt ist alles trocken, fantastisch, super. Ja, jetzt ist alles trocken, ja. Super, okay, ja, gut. Danke, ja. Äh, danke, dass ich mit, äh, dass ich, äh, abspülen durfte, cool. Vielen, vielen Dank, ja. Man bedankt sich dafür. Weiß ich nicht. Warum läufst du grad weg von mir? Achso, weiß ich nicht. Wie lange möchtest du eigentlich die Kürbisse dort stehen lassen? Achso, ja, ähm, so lange, bis die anfangen zu riechen, weil dann weiß ich, dass sie schimmeln. Okay. Warum nimmst du so Abstand von mir? Weiß ich jetzt nicht. Stink ich? Nein, du stinkst nicht. Sicher? Du gehst die ganze Zeit weg. Oh mein Gott, du hast mit einer anderen Frau geschlafen, das ist ja furchtbar. War nur ein Spaß. War nur ein Spaß. Jetzt hab ich wirklich Spaß gemacht. Gut. Ich bin verrückt, ich hab's dir doch gesagt. Ja. Ja. Ist okay? Also, ich darf jetzt immer noch bleiben? Ja. Okay. Ich hab mal ne hypothetische Frage an dich. Oh oh, ja. Findest du es normal, dass wenn... Sag mal rein hypothetisch, ein Elternteil jemanden dafür bezahlt, deine Beziehung vorzutäuschen? W-was? Also nur rein hypothetisch, ich hab das mal gelesen. Komm, wir gehen. Was, 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 was? Was, was, was? Nein, 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 du bist so dumm, verunsicherst mich im Augen. Fragst du mich sowas? Hm, ich hab das nur mal irgendwo gelesen. Dass das nicht so normal sein soll. Natürlich ist das nicht normal. Okay. War nur so gefragt. Wirst du bezahlt, deine Beziehung nicht vorzutäuschen, oder was? Was? Nein, 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 nein. Ich bin hundertprozentig dein. Okay. Niemand bezahlt mich dafür. Okay, okay. Das würde ich dir niemals antun. Das tut ziemlich weh, wenn das mal jemand mit deinem macht, hab ich gehört. So gehört. Und zerstört einen. Ähm. Joske, wenn du mir was erzählen möchtest, dann mach das mit. Ja, ich möchte dich umarmen. Das möchte ich dir erzählen. Mach mit dir. Das wurde mit mir gemacht. Nein, weg dich. Wie? Wie ist die Evans heute bezahlt, damit er mit dir zum Tisch? und damit ich dann auch das mache, was du mich gerade versucht hast zu fragen die ganze Zeit. Ich hoffe es nicht. Ja, ist aber nicht so wichtig, alles gut. Ähm, wenn die Zeit reif ist, dann werde ich ein bisschen was über mich erzählen, aber langsam finde ich das ein bisschen gruselig. Ich kann auch gehen, ich kann Hotels übernehmen, wenn das so langenehm ist, das meine ich nicht. Sicher? Jemand wurde bezahlt, um eine Beziehung mit dir vorzutäuschen, das heißt, du wurdest verarscht. Was ist das eigentlich? Und dann ist sie plötzlich verschwunden. Und dann hat irgendwann mein Odis von mir gesagt, dass mein Odis von sie bezahlt hat. Jahre später. So wie vieles andere ist. Gut. Ich traue mich, glaube ich, überhaupt gar nicht dir, äh, von meiner Vergangenheit zu erzählen. Warum? Weil viele Sachen gerade vielleicht ein bisschen gruselig sind. Ich kann immer noch ins Hotel gehen. Nein, du bleibst schön bei mir. Soll ich unten schlafen, auf der Couch? Ich meine, die Couch von ich kenne uns schon gut. Nein, komm nach oben. Okay. Die arme Couch. Okay, möchtest du auf der Couch schlafen? Nein. Alles gut. Schlaf Richtung Fenster. Okay. Ich schlafe Richtung Badezimmer, weil ich manchmal eine Mahl draußen bin. Also willst du schlafen gehen? Äh, nein. Wir können auch, äh, noch ein bisschen reden. Hm. Ich habe vergessen, wie bequem das Bett ist. Wie lange hast du nicht mehr hier geschlafen? Wie lange hast du hier nicht mehr geschlafen? Ehrliche Antwort? Ehrliche Antwort? Seitdem Kate verschwunden ist. Aber nicht, weil Kate hier in diesem Bett geschlafen hat, sondern einfach dabei nur noch gearbeitet. morgens bis abends. Dann hatte ich nicht mehr den Grund, die Treppen hochzugehen. Also bis zur Erschöpfung hast du gearbeitet. Ja, kann sein. Habe ich auf Couch gesetzt und mal bei Fernseher gucken und dann bin ich halt immer eingeschlafen, so. Kommt dann morgens wieder raus, beduschen, ab zur Arbeit. Ja, kann man so sagen. Kann ich mir irgendwie gut bei dir vorstellen. Ja, jetzt habe ich den Grund, äh, mehr zu leben. Ja. ich möchte dir noch was sagen. Ja. Wenn du mal keine Zeit hast, oder es doch länger wird, dann sag mir das auch einfach ganz offen. Ich hab dich ja... Natürlich. Hm? Möchtest du ja ab und jetzt im Bett schlafen, dann habe ich ja weiter noch was von dir. Wenn du dich dann zu mir legst, spät. Ich... Ja, ja. Ich... sag schon Bescheid. Also, ich meine, wir wohnen ja auch hier zusammen. Wir sehen uns ja auch hier. Ja. Ja. Was soll jetzt übernächste Woche, dann? Nee, jetzt sind wir mittlerweile nächste Woche. Ich bin leider in New York. Ja. Ich pass dir auf, ich halte hier die Stelle. Ja. Wollen wir uns hinlegen? Ja. Okay. Du sagst, wenn ich ins Hotel gehen soll, oder so, ne? Was, gell? Ja? Ich möchte, dass du hier bei mir bist. Vielleicht nicht unbedingt in der Totenstarre. Ah, ja, ich... Warte, ich versuch mich mal weg. So. Dreh dich doch einfach zu mir. Ich lieg doch bei dir. Ähm, ich meinte, mit deinem Kopf zu meinem Kopf. Achso. Ist das so schlimm alles? Vielleicht sollte ich doch ins Hotel gehen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, das ist tatsächlich auch okay. Aber dann kann ich für nichts garantieren. Da sollte sich doch lieber anders hinsetzen. War natürlich nur Spaß. Ich, äh, würde nichts machen ohne Einverständnis. Ich dachte so, ich leg mich auf dein Bein mal. Nein, okay, sorry. Doch, doch, doch. Nee, nee, man merkt ja an, dass der es unangenehm ist. Nein, das ist ihm überhaupt gar nicht unangenehm. Das ist ihm unangenehm. Ist schon okay. Ich... Ich bin überhaupt gar nicht unangenehm gewesen. Ich weiß. Ah. Ich meine, ich glaube, ich kann doch. Das darfst du. Kannst auch näher kommen. So weißt, ich komme dann näher. Ja. Aber warum liegen wir so rum? Weil das nun mal so ist, okay? Weil Kissen nun mal jetzt gerade ein bisschen zu weich sind. Das ist nun mal so, okay? Ein Kissen kann zu weiß sein. Weich, weich. Ach so, weich. Ist das so okay für dich? Ja, ja. Wenn dir das unangenehm ist, dann rutsche ich wieder ein bisschen zur Seite. Nee, ist schon okay. So. Dann gute Nacht. Oya Sumi. Oya Sumi Nasai? Mhm. Oya Sumi Nasai. Ach, ist das nicht. Ich locke jetzt aber auch was von dem Ding hier aus. Ich erwarte mal, bis der andere auslockt, weil ich will nicht so unhöflich sein. Ist schon gerade sehr süß, ne? Ähm. 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 Wir lagen auch das Ding aus. Wunderbärchen. Ihr Lieben. Das war ja, komm, das war doch voll süß, ne? isch- Wunderbärchen. Wunderbärchen.